Und willkommen natürlich jetzt auf YouTube, weil auf YouTube wird das Ganze natürlich auch hochgeladen. Guten Tag, guten Abend. Noah war wieder der aller allererste im Chat. Und Noah cheerte als erstes mit 10 Witz. Guten Abend. Hier geht's sofort rund hier. Real Hans Wasser ist auch da. Hallo Lieblingsmonty von Numann1, ne von Numannin97. Und der erste Sub kommt auch in den ersten Sekunden von Ita und Thompson. Genau so muss ein Stream losgehen und nicht anders. Das finde ich richtig, richtig geil. Moin Moin. Und wer hat es vorhin geschrieben? Dirk1980, ne? Mir ist langweilig. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei, ne? Und mehr auf 011 haut auch sofort den zweiten Sub hin rein. So muss das sein. Dann habe ich auch sofort gute Laune hier und dann geht's auf jeden Fall runter. Und Jockey5387, willkommen. Borgnotts78 hat Augesub. Drei Subs innerhalb von einer Minute. Ja, wenn das so weitergeht, drei Stunden Stream in der Regel, ne? Dann geht heute so einiges, denke ich mal. Apropos drei Stunden Stream. Bitte stellt euch darauf ein, es ist nach drei Stunden heute wirklich, also maximal drei Stunden, es ist wirklich Feierabend. Weil es wird sonst zu spät. Ich fange jetzt erst um 18 Uhr an zu streamen. Und ich muss auch noch ein bisschen was essen und ich muss ja auch mal irgendwann ins Bett gehen. Zehn Bits nochmal von Noah, vielen Dank, ne? Also wir machen heute drei Stunden Stream. Nicht, dass ihr hinterher wieder die ganzen traurigen Smilies da reinmacht oder so, wenn Monty geht. Das kann ich ja gar nicht ertragen. Das tut mir mal richtig weh in der Seele, ne? Und wofür bezahlen wir dich eigentlich erst ein ganz so nebenbei nur Money? Eigentlich hast du recht, ne? Eigentlich hast du ja recht, ne? Aber komm, Leute, drei Stunden, das ist aber auch schon eine Menge, denke ich mal, ne? Nur macht jetzt schon einen traurigen Smiley. Ich werd nicht mehr, ich werd nicht mehr. Aber seid doch die drei Stunden eigentlich gewohnt. Ist doch immer so. Und Splatter from Quattro ist auch wieder dabei. Und ich trinke erstmal ein Schlückchen Tee darauf. Du willst nur bei Ubisoft gucken. Was ist denn bei Ubisoft, Chris, lieber? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, nö, Ubisoft schreibt er. Schreibt nicht mal Ubisoft. Keine Angst. Der Segerleut hat Angst vor deiner Reaktion. Segerleut, es ist ja gar nicht sicher, dass du drankommst, ne? Das kommt noch dazu. Es ist nicht sicher. Ich gucke nicht auf Namen. Ich gucke mir wirklich nur die Setups an und nehme da das, wo ich jetzt Bock drauf habe, was mir gefällt oder was mir vielleicht so gar nicht gefällt. Ich hoffe, es sind auch ein paar Schrott-Setups natürlich dabei, wie immer. Und, ähm, das heißt, die Chancen sind natürlich, denke ich mal, einigermaßen groß, dass man irgendwann mal drankommt. Aber versprechen kann ich es dir nicht. Twitter-Fanboy ist da. Raxim, genau so ist es. Checkt Reise. Der Meistenbezahlt kommt dran. Ne. Ob ihr jetzt 1.000 Euro oder gar keine Euro spendet, das tut überhaupt nichts zu sein. Ihr dürft natürlich gerne 1.000 Euro donaten. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ihr könnt jetzt, gute Idee, ihr könnt ja versuchen, ob das vielleicht ein bisschen was bringt, ob ihr dann drankommt, ne? Werden wir dann ja sehen, ob das wirklich irgendwie funktioniert. Na, Monty, was ist das für ein Tee? Dirk 1980, das ist Pfefferminztee. Wie immer. Ich trinke immer nur Pfefferminztee. Äh, der Siegerlort. Na ja, auch so, wenn ich nicht drankomme. Okay, das hilft doch schon mal. Ne, nur nicht, dass hier Leute enttäuscht sind oder so, wenn sie nicht drankommen. Aber wir machen das ja regelmäßig so alle, ja, zwei Wochen, glaube ich, mittlerweile, ne? Und, ähm, da hat man schon eine Chance. Itzcaro ist auch wieder dabei. Huhu, huhu. Und, äh, Real Monsterchen habe ich da auch schon gesehen. Also, Damen auch anwesend. Und, also, das heißt, die Männer müssen sich heute mal wieder benehmen. Wie eigentlich immer. Denn ohne die Damen kommen wir ja mittlerweile gar nicht mehr aus. Argonima macht das, Noah, ne? Aber Argonima ist nicht mehr da. Mano, ist traurig. Ich finde das schade. Wenn Leute so viel donated haben, dann gehe ich ja eigentlich davon aus, dass sie einen auch immer gucken wollen oder was. Also, ich denke mal, er wird verhindert sein, ne? Weil er war wirklich nicht oft in meinen Streams. Dann war er einmal in meinem Stream und dann hat er hier, äh, Kohle rausgehauen ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Und, äh, das war es dann. Genauso wie beim Landwirt, ne? Die beiden haben sich da so ein bisschen gebettelt in einem Stream von mir. Da sind, glaube ich, wir sind zusammengekommen. 500 Euro oder 600 Euro nur mit den beiden, ne? Und, ähm, im nächsten Stream waren sie beide schon nicht mehr da. Mit dem Landwirt hatte ich noch ein bisschen rumgeschrieben und, äh, aber, äh, ist auch keine Antwort mehr gekommen. Sehr seltsam. Gerade bei solchen, die so viel raushauen, geht man ja davon aus, dass sie einen auch regelmäßig gucken. Dark Natsu ist auch da. Das freut mich doch riesig. Und der Michel2904. Doom im Hintergrund. Da werden eine Erinnerung, was sie wirkt, ne? Auf jeden Fall. Nein, Doom ist eines meiner, meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele. Nicht das Lieblingsspiel überhaupt. Habe ich ja im letzten Mal gesagt, das ist ja Diablo 2. Aber auf jeden Fall eines. So, und, äh, bevor ich es jetzt ganz vergesse. Ihr könnt ja immer noch einsenden, ne? Ja, es ist ja nicht vorbei. Den ganzen Stream über könnt ihr immer noch eure Setups einsenden. Natürlich, je später ihr die einsendet, desto geringer werden höchstwahrscheinlich die Chancen. Aber jetzt könnt ihr das noch machen. Grundsätzlich nur auf Twitter. Nicht als Nachricht. Ich gucke nichts anderes an, als wenn ihr eure Posts mit dem Hashtag Setup für Monty schickt. Möglichst mit mehr als vier Bildern. Und mehr als vier Bilder könnt ihr übrigens machen über die Antwortfunktion. Da könnt ihr einfach noch was hinzufügen. Und unbedingt euer Setup mit da reinschreiben. Also, welche Komponenten das sind. Und ich habe es vorhin schon gesehen. Da hat er dann auf Twitter was geschrieben. Und da hat er dann einen Link zu Instagram reingemacht. Keine Chance. Nur Fotos auf Twitter werden hier beachtet, ne? Alles andere, ihr könnt mir Nachrichten schicken, E-Mails auf Facebook. Was ihr wollt. Interessiert mich nicht die Bohne. Das Karo sind beide jetzt im Armhaus. Wieso das? Achso, du meinst Landwirt und Agonima, ne? Ja, das kann natürlich sein. Jetzt haben sie kein Geld mehr. Jetzt können sie sich vielleicht den Strom nicht mehr. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich denke mal, wer so viel donatet, der hat schon einiges an Kohle in der Hinterhand, denke ich mal. So, und der Kazutukua hat auch 100 Bits rausgehauen. Vielen herzlichen Dank dafür. Der Hype Train läuft und läuft und läuft. Ich gehe schnell mal an mein Setup ein. Ja, dann hau rein. Jetzt ist noch Zeit. Adler-Auge ist auch da. Ja, guck. Ich habe dich vorhin schon gesucht und ich dachte, na, wieder nur ein Mod, der alles alleine machen muss. Nein, aber Adler-Auge ist jetzt auch anwesend. Also Mod-Gefahr hoch 10 heute. Benehmen ist angesagt. Aber wir haben ja, wie gesagt, weiterhin. Wir haben ja unheimlich wenig Leute, die sich nicht benehmen können. Ich sehe ja die Mod-Aktion hier immer. Die kann ich mir angucken, was die Mods so alles veranstalten. Und das hält sich echt in Grinsen. Ich sehe so, letztes Mal wurde hier Porn, ganz zulässiger Begriff rausgenommen. Was haben wir noch? Also hinzugefügt. Okay, den Begriff kann ich jetzt nicht aussprechen, weil könnte eventuell Bann oder was bedeuten. Möchte ich nicht. Und jetzt hat der Katsutoka auch noch im Sub rausgehauen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung mit Twitch Prime. Und das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid. Dann habt ihr mal ein Sub pro Monat umsonst für euren Lieblings-Streamer. Ach ja, Monty, glaubst du, dass es mal eine Playstation 5 Pro geben wird? Hast du dir mein Video von gestern eventuell nicht angeguckt? Vielleicht solltest du das mal machen. Und Noah, wie ich ihn kenne, der haut das Video hier sofort raus. Als aller allererstes. Dann guck mal in das Video rein, denn da geht es genau um dieses Thema. Playstation 5 Pro und die Xbox Series X2, XX oder wie auch immer man es jetzt nennen soll. Und das wissen wir nicht genau. Nein, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ich kann doch nicht von euch verlangen, dass ihr unbedingt jedes Video guckt. Ich habe ja nur gesagt, ihr habt es euch nicht angeguckt. Oder du hast es dir nicht angeguckt. Und ForgottenFreaks hat er auch noch einen Sub rausgehauen. So viele Subs in den ersten Minuten. Mega, mega geil. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Ja, das bist du, Katsutoka. Das war jetzt nicht für mich. Noah hat gerade den Link rausgehauen. Und da kannst du mal draufklicken. Natürlich nach dem Stream. Während des Streams werden natürlich keine Videos geguckt. Wo kommen wir denn da hin? Der Sigalor. Hast du die Formel 1 verfolgt gesichtsloser? Nein. Formel 1 interessiert mich gar nicht. Absolut null. King Kuni Tech. King Kuni Tech. Geiler Name übrigens. Hat auch noch einen Sub rausgeballert ihr mit Twitch Prime. Vielen Dank. Servus Marius3900 ist auch wieder dabei. Das freut mich. Ja und bevor ihr jetzt hier unruhig werdet hier oder was. Wie immer in diesen Streams, wo wir uns eure Setups angucken. Wird erstmal natürlich ein bisschen rumgelabert. Ein bisschen Smalltalk. Und wo auch immer ihr Bock drauf habt. Können mich jetzt fragen, was ihr wollt. Rocky, der Echte ist auch wieder dabei. Und benennt sich heute hoffentlich auch wieder. Retro-Tronner-Löchen. Und X11. Messi. Schreibt nur einfach. Ne? Dann sag ich mal. Ne? Sehr wortgewandt. Silber hat vorhin schon auf Twitter geschrieben. Ich hab da via... Ich hab die via Twitter geschrieben. Die via Twitter? Aber wenn du mir das jetzt hier als Nachricht geschrieben hast, hast du Pech gehabt. Ne? Silber. Ne. Bring nix. Silber. Keine Chance. Ich hab vorhin extra gesagt, dass ich nehme keinen an. Und auch Silber, wenn du mich noch so lange unterstützt, bitte schick es ganz normal mit dem Hashtag Setup für Monty. Einfach ein Postmann. Setup für Monty die Bilder anhängen und dann die Komponenten mit reinschreiben. Das können die anderen auch. Ich denke, ein Silber kriegt das auf jeden Fall auch hin. Nachrichten werde ich nicht annehmen. Tut mir wahnsinnig leid. Moin Moffi, hast du beim Steam Sale zugeschlagen? Nö. Ich wusste gar nicht, dass es ein Steam Sale war oder ist. Silber, das geht mit Antwortfunktionen. Einfach die Antwortfunktion nutzen. Du kannst ja tausend Antworten an die selber schicken. Ne? Ist überhaupt kein Problem. Deswegen hab ich das auch in meinen Nachrichten teilweise sogar mit dazu geschrieben. Mir werden 77 Burgemein bei mir im Hof wird gegrillt. Erstmal Fenster zu machen. Das ist fies, ne? Wisst ihr, was fies ist? Meine Nachbarn gegenüber, ne? Also, wenn ich ins Badezimmer gehe, dann ist so ein Dachfenster und da kann ich direkt in deren Garten reingucken, ne? Und die haben immer tausend Leute zu besuchen, ne? Da ist immer Hölle los, ne? Immer Party gefühlt und die grillen jeden Abend. Die grillen irgendwie gefühlt jeden Abend. Es ist unglaublich. Eigentlich müssten die alle irgendwie 500 Kilo wiegen oder was, aber ne, die sehen dann ganz, 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 ähm, schlank aus, ne? Und jeden Abend, und ich krieg immer die Krise, aber wisst ihr, was ich gleich machen werde? Nach dem Stream, ich habe mir nämlich so ein bisschen Grillfleisch rausgelegt. Okay, ich mache jetzt draußen hier auf dem Balkon zwar keinen Grill an, sondern nur so einen Elektrogrill. Aber gleich mache ich mir noch ein bisschen Grillfleisch, ein paar Fritten dazu und ich freue mich jetzt schon tierisch drauf, ne? Aber deswegen werde ich den Stream natürlich nicht eher beenden, weil ich habe vorhin noch eine Kleinigkeit gegessen, damit ich den Stream auch überlebe. Was ist eigentlich Thema heute, SeaWorks? Heute gucken wir uns eure Setups an. Du kannst auch dein Setup reinschicken, Konsolen oder PC, ist völlig egal, ob es jetzt gut ist oder grottenschlecht. Wir gucken uns in der Regel beides an, also auch die sehr geilen und auch die sehr, sehr schlechten. Und das Ganze unter Twitter, unter dem Hashtag Setup für Monty mit Ü, aber bitte. Was hältst du von dem Aus in der Xbox? Finde ich gut. Ein Kühlschrank ist immer schick, ne? Finde ich, also du meinst jetzt die Xbox Series X, ne? Anni, ruf vor, hat ein Zap rausgehauen. So, hallo. Hab in den Tweet verpasst, wann gestreamt wird. Ja, ich habe da, ich habe dummerweise, ich weiß auch nicht warum, ich habe 16 Uhr das erste Mal eingetragen, dass ich heute um 16 Uhr schon streamen will. Ich hatte eigentlich sogar 17 Uhr im Kopf und ich war vorhin aber noch unterwegs oder wollte noch ein bisschen unterwegs sein, sagen wir mal so. Und da dachte ich, ne, 16 Uhr ist zu früh. Das kannst du vergessen. Und dann habe ich das Ganze noch kurzfristig auf 18 Uhr geändert. Ich muss jetzt mal so ein bisschen in die Zeiten reinkommen, weil jetzt sollen meine Streams ja auf jeden Fall etwas regelmäßiger kommen. Die letzten zwei, drei Wochen waren sehr relativ unregelmäßig. Da waren ja auch teilweise nur ein, zwei Streams die Woche. Und deswegen habe ich jetzt einen Streamingplan gemacht. Jetzt aktuell für die nächsten Tage steht noch nichts drin. Aber das nächste Mal streamen werde ich wohl am Mittwoch und dann wieder am Freitag und dann am Sonntag. Ja, das heißt, ihr habt dann Montag und Dienstag frei. Ich hoffe, das schafft ihr irgendwie so einigermaßen. Aber dafür kommt ja morgen. Nee, Moment. Mittwoch ist gar nicht richtig. Quatsch. Zurück. Mittwoch ist Blödsinn. Morgen muss ich ein YouTube-Video machen. Dienstag kommt der nächste Stream. Ja, super. Das freut mich ja riesig, dass du das erste Mal dabei bist. Mega geil. Nein. Der nächste Stream kommt am Dienstag und am Donnerstag und dann am Sonntag. So haben wir das gemacht. Genau. Nee, ich muss mal selber so ein bisschen nachdenken, welche Video-Woche so ansteht. Vivi Nefeltari. 18 Uhr ist ganz gut. Ja, 18 Uhr ist für euch ganz gut. Für mich halt blöde, weil ich dann so unheimlich spät Abend essen muss. Das will ich eigentlich nicht. Aber eigentlich ist 18 Uhr schon irgendwo die ideale Zeit. 16 Uhr sind viele sowieso noch unterwegs. Heute ist ja zumindest bei uns hier in Ostwestfalen ziemlich, ziemlich geiles Wetter. Und die Leute sind mit dem Fahrrad unterwegs und was weiß ich wo. Und Pulendrad, Der-Monti, Die-Monti, Das-Monti, Er-Monti, Sie-Monti, Es-Monti, Das-Monti-Netzwerk. Sehr geil. Nein, es heißt aber Das-Monti. Geht nicht anders. Habsibär, boah, du machst mich ganz durcheinander. Was, wieso, weshalb, warum, ich verstehe nicht. Wieso? Keine Ahnung. Und Chris Libär hat sofort eben mal 5 Euro raus. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Unser super Chris Libär, der immer und überall dabei ist. Vielen, 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 vielen Dank für Ihre unglaubliche 5 Euro. Habsibär Streamplan. Ja, ach so, deswegen, ja. Ne, wie gesagt, also Dienstag und Donnerstag kommen die nächsten Streams. Um 18 Uhr wieder, würde ich sagen. Ne, Streamplan werde ich aber auf jeden Fall nochmal aktualisieren, weil da steht ja jetzt nichts mehr drin. Da ist ja jetzt heute der letzte Eintrag, weil, äh, ich wollte es eigentlich jetzt noch machen. Aber irgendwie, oh. Da wurde es ein bisschen dunkler, da ist meine LED-Leiste hier umgekippt. Ähm, und nur war jetzt zu spät, weil ich wollte den Stream auch halbwegs pünktlich um 18 Uhr beginnen. Und deswegen mache ich das morgen eben fertig. Boah, jetzt habe ich da reingeguckt, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, die ist so hell, wenn man da so reingeguckt. Und jetzt neige ich dazu, da wieder reinzugucken, ne. Und dann sieht man nichts mehr. Ich kann den Chat kaum noch sehen. Äh, Fabi02 kommen morgen wieder, Ethics 3 Tonnen, weiß ich noch nicht. Ähm, am Wochenende gucke ich bekanntermaßen nie, äh, News an, weil ich mein Wochenende ja, äh, möglichst frei haben will. Ich habe ja immer gesagt, äh, als ich mit YouTube angefangen habe, nein, Wochenende ist, äh, äh, Wochenende ist privat, ist Freizeit, ne, außer jetzt natürlich der Stream, wobei das ja auch irgendwie schon so ein bisschen Freizeit ist, ne. Einen Stream am Sonntag machen wir, aber sonst, ich gucke am Wochenende keine News, kein gar nichts, mal so ein bisschen Twitter oder so, beantworte ich mal ein bisschen was, aber sonst gar nichts, ne. Von daher weiß ich gar nicht, was aktuell los ist. Benni, ich habe immer noch, äh, wegen der Lampe habe ich immer noch Probleme gerade. Benni XC, Monty, kannst du mal drum erklären, was der Vorteil von Kopfhörer mit Ohr, boah. Ja, Vivi Niffel, Tari, vielen Dank für den Zapp. Grob erklären, was der Vorteil von Kopfhörer mit hoher Ohmzahl in Kombination mit einer Soundkarte ist, das wusste ich mal. Also niedrige Ohmzahl, ähm, die haben, glaube ich, in der Regel mehr Leistung. Aber das wusste ich mal, das ist schon zehn Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Äh, Kopfhörer kann ich sowieso nicht sagen, sondern nur Lautsprecher. Ich weiß, dass, ähm, Lautsprecher, die mit 8 Ohm, mit 4 Ohm angesteuert werden, mehr Leistung haben, also, die können mehr ab, dann als mit 8 Ohm, so grob. Aber es kann jetzt sein, dass ich völligen Bluts in der Zelle, von daher, äh, erzähle ich einfach gar nichts weiter. Äh, sonst kommen hinterher noch irgendwelche Hassnachrichten hier. Monty, heute gar keine Ahnung, erzähle ich so einen Scheiß und ich will keinen Scheiß erzählen. Und deswegen muss ich dir eigentlich sagen, äh, kann ich nicht sagen. Und Hü, äh, Hühet, ne? Hühet, würde ich sagen, spricht man das aus. Hi, Monty, ich hoffe, es geht dir gut. Und natürlich geht es mir gut. Und Dr. Xbox ist auch da. Was der wohl für eine Konsole hat, da bin ich immer ganz neugierig. Guten Abend, Lieblings, Monty. Alles gut bei dir von Blankstar95? Ja, bei mir und ich hoffe, bei dir auch. Benni XTC, nicht schlimm. Ja, da bin ich ja schon mal zufrieden. Äh, Berthold Hecht, Lautstärkeunterschied. Ja, hab ich jetzt auch so gedacht, ne? Dass die niedrig-ohmigen ein bisschen lauter sind. Weil die, oben ist ja Widerstand. Und die haben dann niedrigen Widerstand. Das heißt, da geht mehr durch. Aber das muss ja auch einen Nachteil haben. Und den Nachteil wüsste ich jetzt gerade zum Beispiel nicht. Genau, TK779 schreibt es auch. Nur es muss ja eigentlich, äh, sonst würde man ja alle Lautsprecher und alle Kopfhörer mit wenig Ohm produzieren oder anbinden. Und es muss ja einen Nachteil haben. Von daher kann ich nicht sagen, ob die dann eher verzerren oder was. 222, die Seep hat gesuppt. Leute, ihr müsst euch mal Namen anschaffen, die ich hier aussprechen kann. Das ist immer so gemein. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Namen falsch ausspreche. Und das tue ich ja bei fast jedem Namen, glaube ich. Und der Lars Media, moin, moin, liebe Leute. Und Monty, moin, moin, Lars Media, willkommen. Und der Achterbahn-Fanatik ist auch mal wieder dabei. So muss das sein. Darfst Seep, du bist der Seep, du bist der Seep. Ja, sag das doch einfach, Seep. Seep ist, glaube ich, ja, Seep ist schon extrem, 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 extrem lange auf meinem YouTube-Kanal. Kasu Toga, nochmal 100 Bits raus, vielen Dank. Ne, aber Seep, ich entschuldige mich jetzt schon vorher, wenn ich deinen Namen zum Beispiel im nächsten Stream, wenn ich schon wieder nicht mehr weiß, wer du bist. Weil dein Name ist natürlich jetzt relativ schwierig zuzuordnen, ne? 22, die, sie, äh, Feier zwölf war da uns am rausgekommen. Feierabend von Monty's Stream. Der Tag kann doch nur gut werden. Feierabend am Sonntag? Eih, da musstest du arbeiten. Das ist aber, Sonntag arbeiten ist aber nicht schön. Iron Voll ist auch dabei. Guten Abend zusammen. Ne, aber Seep wird mir auf jeden Fall verzeihen, wenn ich mal irgendwie den Namen nicht mehr zuordnen konnte oder was. Du wirst mir das ja sicherlich sagen. Nein, Seep ist schon so lange dabei. Das ist der blanke Wahnsinn und kommentiert schon seit, ey, weiß ich nicht, wie lange ist Seep dabei? Bist du schon seit fast den ganzen fünf Jahren dabei oder seit vier Jahren? Auf jeden Fall schon Ewigkeiten. Kasu Toga hat mein Setup hochgeladen. Ja, vielleicht kommt es gleich dran, vielleicht auch nicht. Wir werden gleich mal sehen. Chris, lieber Bärenparty, okay. Irgendwas Monsterchen. Adlaugern, Irgendwas Monsterchen. Doof, viele Brüste hier. So, so viele Brüste hier. Ey, nicht sexistisch werden hier mein Stream. Hier, ne? Benehmen, vor allem. Das kommt auch noch vom Mut. Also, Adlauge. Äh, der Seep ja vier Jahre, denke ich, ne? Ja, also hätte ich jetzt auch so gedacht. Vier Jahre, ne? Finde ich mega, mega geil. Benny Ecstasy. Was denkt ihr, Chad? Lohnt sich der Umstieg von einer 10,60 auf einer 16,60? Super. Bis die neuen Grafikkarten kommen? Ne, wartet auf die neuen. Nein. Macht doch jetzt so für die paar Wochen da. Holt ihr auch keine neue Grafikkarte. Das ist doch völliger Blödsinn. Ähm, Habsiebär, Seebär hieß mein letztes Motorboot. Ja, okay. Motorboot, ne? Ähm, das hat, glaube ich, nicht jeder hier im Chat, würde ich mal so sagen. Also, ich habe auf jeden Fall keins. Und ich denke mal 99% des Chats auch nicht. Also, herzlichen Glückwunsch zu deinem Motorboot. Und, Alex beim Datteln, YouTube, danke für... Achso, äh, okay. Du bist auf jeden Fall auch dabei. Freut mich schon mal sehr. Noah lohnt sich null. Schreibt er auch. Hat er vollkommen recht. Einmal voll, brauchst du dieses Leistungsplus unbedingt? Das lohnt sich nicht. Eben. Eben, eben, eben. Ich glaube, wir sind da alle einer Meinung, ne? Also, Benni, ähm, lass es. Lass es. Warte einfach. Und, ähm, es lohnt sich auch nicht. Also, die 1660er-Karten, die sind einfach, äh, einfach nicht schnell genug, äh, dass sich jetzt so ein, so ein Upgrade darauf lohnt. Von der 1060. Okay, eine 1060, 3 GB, ja. Die ist natürlich krückenmäßig echt übel unterwegs. Aber, äh, ne, lass es. Warte echt auf die neuen Karten. Oder warte einfach darauf, dass die Preise von der 2060 super oder so sinken. Und dann hol dir so eine. Die hat doch gleich 8 GB Speicher mit an Bord. Und der Jabreaker hat auch, ich habe auch meins eingeschickt. Moin. Ja, dann gucken wir gleich mal. Vielleicht kommst du auch dran. Sintin, wie geil habt ihr den Stream die ganze Zeit gehört? Hä? Hab den Stream die ganze Zeit gehört. Was ist daran jetzt geil? Verstehe ich jetzt nicht. Natürlich ist es geil, wenn du meinen Stream hörst. Aber, äh, das machen doch alle, äh, Sintin. Das musst du mir jetzt noch irgendwie erklären, was du damit meinst. Äh, Xus. Xus 97, äh, wir im Pott brauchen auch kein Motorboot. Ne, ist schwierig. Obwohl, so ein bisschen auf der Ruhe oder so mit Motorboot. Ist doch auch erlaubt, ne. Also könnte ich mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen mit Motorboot rumgucken darf. Warum nicht? Und wir müssen ja mal ehrlich sein. Gerade wir, wir in Westfalen oder, ja, okay, ähm, Niedersachsen sowieso. Äh, Schleswig-Holstein und so. So, wir haben es ja alle echt nicht weit bis zum Meer, ne. Obwohl mit Motorboot im Meer, ja doch eigentlich schon, ne. Obwohl Nordsee ist ein bisschen, also wenn, dann würde ich, glaube ich, in der Ostsee, die ist ein bisschen ruhiger mit Motorboot fahren. Aber Möglichkeiten gibt es hier auf jeden Fall so einige, ne. Möglichkeiten haben wir. 15 Minuten, viel zu weit. Ne, 20 Minuten. 20 Minuten bin ich ja schon am Streamen. Ich habe knapp drei Kilometer zum Meer. Boah, Silber, das ist ja fies. Ja, Meer ist schon geil, ne. Also Meer ist ja schon irgendwie ziemlich geil. Muss ich sagen. Nur ich habe immer das Gefühl so, wenn ich jetzt am Meer wohnen würde, wenn ich jetzt umziehen würde, eben in der Ostsee oder was. Man weiß es, glaube ich, nicht mehr ganz so zu schätzen. Also besser mal so ein, zweimal, dreimal im Jahr so oder so hinfahren. Und dann, dann gehen ja immer meine Augen so auf, oh, geil, Meer, ne. Ich sitze dann ja schon im Auto. Wo ist das Meer? Wo ist das Meer? Wo, 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 wo? Ich warte ja immer schon drauf. Schon als kleiner Junge immer, ne. Das Erste, ich wollte nur, dass ihr irgendwann Wasser sehen. Dann, ja, dann war der Urlaub für mich. Ah, dann, dann, dann hat es sich schon gelohnt, ne. Und wenn ich da wohnen würde, ich weiß nicht, ob ich es zu schätzen wüsste die ganze Zeit. Die Elbe ist auch schön, das ist egal. Ja, da ist aber ein bisschen sehr viel Schiffverkehr, würde ich mal so sagen, ne. Ach, da war fanatiker Vorschlag, Umfrage, die besten Themen für alle nächsten Aufreger der Woche. Ja, nur, das ist bei der Umfrage ein bisschen schwierig, ne. Außer jetzt, äh, einer von den Mods oder so hat Ideen für, äh, die besten Themen und packt die dann da so rein. Nö, kann er ja machen. Also, Umfragen können die Mods allen im Prinzip machen, was sie wollen. Wenn er Lust hat, die zuzulassen, dann, dann macht einer fertig. Ich, äh, gucke mir das aber so, also, ich gucke mir den natürlich jetzt im Stream an. Aber ich, äh, mache mir da eigentlich groß keine Gedanken drüber. So, du da und, sei, ja, was sage ich denn jetzt eigentlich immer? Was sage ich denn jetzt immer? Seebär oder sage ich jetzt 22 Seep? Weil, äh, die Leute im Chat, die wissen natürlich nicht, wen ich jetzt meine. Du darfst das überall mit dem Motorboot fahren, nur auf dem Rhein gelten bestimmte Sonderregeln und für den Bodensee brauchst du neben dem normalen Schein auch ein extra Patent. Patent? Patent hat was mit Erfindungen und so zu tun, die geschützt werden. Was für ein Patent? Weiß nicht, was du meinst. Naja, aber okay, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung und so, von, von, von Bootsfahren und so, kenne ich mich gar nicht mehr aus. Segerlord, nächstes Spendenziel, ein Haus am Meer für Monti. Ja, können wir mal machen, aber, äh, da muss ich dann, äh, noch ein paar Nullen dranhängen, würde ich mal so sagen, oder? Die 1000 Euro reichen da, glaube ich, nicht so ganz für. Ne, mit der Jacht, das habe ich ja auch schon gemacht. Nur, äh, mit den Spendenzielen, äh, gut und schön, ich will es eigentlich mehr lustig machen. Okay, mit der Jacht war ja eigentlich auch lustig gemeint, nur ich habe das Gefühl, es kommen jetzt Unbekannte rein, die mich halt noch nicht kennen und die sehen da das Spendenziel, äh, für die Jacht für Monti und die denken dann, boah, was ist das für ein abgehobener Spaß, der geht ja gar nicht und hauen wieder ab, ne? Und dann besser so milde Gaben für ein besseres Leben der 10,70T, finde ich ganz gut, weil donaten dürft ihr natürlich, freue ich mich auch drüber, wenn ihr das Geld überhabt, nur, äh, ich will trotzdem irgendwas da drin stehen haben, nicht einfach so, so donaten für, für nix. Ne, man soll sich auch gut danach fühlen, ne? Und, ne, wenn man die 10,70T lieb hat, dann machen sich ja so 5 Euro auch mal schnell bemerkbar, ne? Dann geht es ihr auf jeden Fall besser, dann kriegt sie ein kuscheliges Bett, eine kuschelige Bettdecke und, ähm, ja, und wird vielleicht mal einmal weniger oder so vom Schreibtisch geschubst, wer weiß. Moinsas Monty, Alokada ist auch wieder dabei, das freut mich. Alokada ist auch immer, immer schon sehr fleißig und ist schon, ich glaube schon, auch schon seit Ewigkeiten dabei, aber nicht ganz so lange wie unser Seebär. Das glaube ich nicht. Jay Wolch ist auch dabei, moin Leute. Ja, gute Frage, der Elefantenjagdverein. Ah, ich finde den Namen doof, ganz ehrlich, der Elefantenjagdverein finde ich gar nicht gut. Äh, das ist zwar jetzt kein Name, den man hier unbedingt, äh, blocken müsste, aber ich mag, den Namen mag ich überhaupt nicht. Ich sende ihn, haut nochmal 10 Bits raus, vielen Dank. Ja, äh, Assassin's Creed Valhalla, ähm, wird sicherlich wieder ein ziemlich grafischer Klopper werden, trotzdem wird sich das Spiel sicherlich nicht von den Vorgängern groß, äh, ne, unterscheiden. Du läufst wieder von einer Mission zur anderen, von Underquest zur nächsten und, äh, ja, du hast eine Story dahinter, die mich persönlich sowieso nie interessiert. Ich bin ja kein Story-Mensch in Spielen und, ähm, naja, also, ähm, ich finde die Spiele mittlerweile in der Hinsicht langweilig, weil du, egal, in, ja, das, ja, gefühlt in 90 von 100 Spielen rennst du nur einem Quest, einer Quest hinter, der nächsten hinterher. Und das nervt mich, also die sollten sich mal so ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber ich bin ja Technik-Freak, Grafik-Freak und ich denke mal, Assassin's Creed Valhalla wird richtig, richtig geil werden. Guten Abend, Monty und Chat von PixLigaDierk, der ist auch wieder dabei. Der ist eigentlich immer dabei, ne? PixLigaDierk, der darf schon gar nicht mehr fehlen, der gehört schon zum Inventar und hat natürlich auch einen verdienten VIP-Button dahinter. Äh, sind die, nimm mal, achso, du hast noch was dabei geschrieben, nimm mal eine Bits1070.de. Nein, Bits sind ja für mich. Äh, die Donations, die sind für die 1070.de, Bits sind für mich. Assassin's Creed ist sehr hammer, Benjamin Gordo. Ja, ist schon geil, aber, äh, mich, mich fesselt das jetzt nicht so wahnsinnig lang. Ich glaube, Origins habe ich jetzt, was haben wir, wir haben es ja vor kurzem aufgehabt, ich glaube, 13 Stunden oder so gespielt, ne? Länger nicht und dann habe ich meist schon keine Lust mehr. Weil das Spiel ändert sich eh nicht und nach 13 Stunden hast du schon alles gesehen. Noah, daneben Bits für dich, 10 Bits hat er nochmal raus. Vielen Dank. Ne, und, äh, ja, nach Assassin's Creed 2 habe ich alle angespielt, keins durch, so langweilig. Eben. Vor allem, aber das erste Assassin's Creed, Chris Libert hat auch noch 100 Bits. Äh, das erste Assassin's Creed war aber richtig geil, weil das halt so neu war, ne? Ja, das war wirklich neu und das haben die auch mega gut gepusht, das ganze Spiel. Und da war ich auch neugierig drauf und das Spiel hat mir auch gut gefallen, aber durchgespielt habe ich es trotzdem nicht. Durchgespielt trotzdem nicht, Pixli Gerdier, klingt ja fast schon, als ob ich eine Chance hätte, Mott zu werden. Das habe ich nicht gesagt, wir haben ja im Moment genug Mott. Noah macht das ja nun mal sehr gut, Adlauge macht das sehr gut und die beiden sind eigentlich immer dabei. Und, ähm, wir haben zwei Mottes und was will man hier alles mit Mottes voll, voll donnern? Und Plantschku ist leider sehr, sehr selten dabei, äh, was ich sehr schade finde. Äh, sehr sympathischer, netter Kerl. Und zwei Mottes haben wir. Wir haben noch eine auf der Warteliste, äh, ich weiß im Moment gar nicht mehr, wer das war. Einer ist auf der Warteliste, wenn mal ein Mott wirklich so sagt, ne, ich hab keinen Bock mehr. Also, wenn ihr keinen Mott mehr sein wollt, wenn ihr keine Lust darauf habt, ne, immer sagen oder so, dann gebe ich den Mott einfach einen anderen. Ja, wir haben ja mittlerweile, glaube ich, so einige, die auf jeden Fall der Moderation fähig sind und die es auch auf jeden Fall verdient hätten, ne. Von daher, Ringkeeper, nee, Ringkeeper kommt ja gar nicht mehr vorbei. Keine Ahnung, er hat mir nie gesagt, warum, aber ich glaube, der ist nur am WoW zocken. Der ist absoluter WoW-süchtig und hat sich auch ein neues Auto gekauft vor ein paar Wochen und der fährt nur ein, der fährt nur ein Auto und zockt WoW, was anderes macht er, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der kriegt nicht mal meine Nachrichten mehr mit. Xus97, das Monti, ich bin auch schon ewig dabei. Etwa seit du 4000 Abos hast, nur kommentiere ich ja wenig. Ja, siehst du, Xus97, ähm, das dann, finde ich dann persönlich schade, ne. Ich kenne, dein Name kommt mir jetzt natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt vor und, ähm, finde ich immer doof, wenn Leute einem schon so lange zugucken, also durch Zugungen supportet ihr mich ja auch. Deswegen sage ich jetzt auch supporten, auch wenn ihr nicht spendet oder so, müsst ihr ja nun mal auch nicht. Katsuga, auch nochmal 100 Bits raus, danke. Ne, und, ähm, ich würde mich halt freuen, wenn ihr mal euch mehr zu Wort meldet oder so, damit man euch dann auch mal so ein bisschen kennenlernt und den Namen dann auch sofort zu schätzen weiß. Dann sieht man, dann sehe ich zum Beispiel Xus97, ja, Xus97 ist auch wieder dabei und dann freue ich mich auch richtig, ne. Aber trotzdem schön, dass du mich so lange schon supportest und dabei bist und so. Und, äh, hi, ähm, ist dein YouTube-Name denn genau der gleiche? Ne, weil meistens sind ja die Namen so ein bisschen unterschiedlich zwischen YouTube und Twitch. Fände ich immer ganz geil, wenn ihr natürlich auf beiden Plattformen die gleichen Namen habt, dann kann man euch auch zuordnen. Nicht so, ne, wie beim Seebär, da ist das relativ schwierig. Hallo Kater, ich kenne Leute mit 50 Zuschauern, die haben 10 Mods. Ja, aber wozu? Außer jetzt, äh, Noah und Adlerauge sagen, äh, Mutti, wir kommen nicht mehr klar, ne. Also, ihr beiden, wenn ihr, äh, sagt, ne, das wird nicht mir, sondern uns zu viel, dann, äh, stelle ich noch ein paar Mods ein, ähm, kostengünstig. So als, ähm, als, äh, Referendariat oder was weiß ich wie, ne. Da müsst ihr Bescheid sagen, aber in der Regel, die beiden machen das super und die beiden kommen noch klar. Äh, SL, SHD, 15, 12, bis wann darf man die Setups hochladen? Bis zum Streamende. Ne, rein theoretisch. Nur, ob das noch was bringt, ist noch eine andere Sache. Äh, Noah schreibt, nö, alles gut. Gut, seht ihr? Und, äh, viele wollen ja nur Mutts werden, so, ah, okay, ich bin jetzt Mut bei das Monti und, äh, nicht, nicht, weil sie jetzt moderieren wollen, ne. Und von daher, wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. So ist es gut, mir gefällt das, die Mutts, die machen das super. Und solange die nicht völlig überlastet sind, gibt es da im Moment keine Änderung. Ne, wir brauchen nicht mehr. Ne, die anderen, ich glaube mal, die anderen YouTuber, die, die, ne, einfach so jeder, der fragt, so, der, den man mal öfter gesehen hat, ja komm hier, du auch Mutts. Aber die kommen dann ja auch durcheinander, ne. Ne, ne, hier Noah, ich will das machen, sagt dann, äh, Adlauge und Adlauge, ne, äh, hier, ne. Und dann kriegen die sich alle noch und, ne, 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 ne. Das lassen wir mal. Das sind ihnen kostengünstig, genau. Ne, die Mutts machen das ja gratis, ne. Die Mutts machen das ja gratis. Die bezahle ich ja nicht dafür. Und dafür, dass sie das so gut machen, eigentlich haben die ja, äh, ein kleines, äh, leckerli verdient, würde ich mal so sagen. Vielleicht muss ich mir mal was ausdenken für die beiden. Die meisten können sich ja eben nehmen, das kommt noch dazu. Deswegen haben die ja nicht viel zu tun. Außer wenn wir mal einen reinen Konsolen-Stream machen. Dann gibt's, ähm, Mord und Totschlag, denk ich mal. Weil die Konsoleros, es tut mir wahnsinnig leid, äh, ich will, äh, also die, die sich benehmen, will ich ja jetzt nicht mit in die Kiste reinpacken. Oh, barriere, da uns hab rausgehauen, danke. Ne, weil Konsoleros, da herrscht, äh, wirklich so Anarchie, hab ich immer das Gefühl. Die können sich nicht benehmen. Unter meinen YouTube-Videos, ich hab da, ich, ey, ohne Witz, ich hab keine Lust mehr in die Kommentare unter den Konsolen-Videos zu gucken. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Weil da nur Krieg herrscht. Und dann guckst du ein PC-Video und die Welt ist wieder in Ordnung. Da ist alle, alle können sich benehmen, alle sind vernünftig. Und die Konsoleros alle, die schlagen sich da die Köpfe ein. Und natürlich, ich krieg ja auch mal ein Fett weg, ne. Ich krieg ja auch mal ein Fett weg, ne. Die berühmten Fanboy-Attacken oder so. Hey, du bist Xbox-Fanboy. Nein, du bist Playstation-Fanboy. Monty geht gar nicht. ISO 01, hey Monty und Chat, willkommen. Guten Tag. Pixeliger Dirk sind halt auch wie irgendwelche Kinder, aber, ne, ja, Kinder ist so ein dehnbarer Begriff halt, ne. Nur, nur trotzdem, ich, ähm, war in, nehmen wir mal an, als ich Kind war, als ich, äh, 10 war oder noch jünger oder was, da, da konnte ich mich zum Beispiel noch benehmen. Und das können Kinder auch. Ne, nur, ich weiß nicht, was sie für Probleme haben. Weiß ich nicht. Fabrator 94, hallo Monty, willkommen Fabrator. Konsolenkrieg, oje. Ja, genau, es ist schlimm. Also, die Kommentare unter den Konsolenvideos durchzugucken, macht keinen Bock. Ich sag das jetzt einfach genauso, wie es ist. Spenden für unsere Motswil-Motzerchen? Nee, nein, sowas nicht. Also jetzt so geldmäßig ist ein bisschen, weiß ich nicht, nein. Ähm, ich muss mir was anderes ausdenken, aber ich finde die beiden Mods, äh, beziehungsweise, ich, ich kann ja jetzt Planschko nicht ausschließen, aber Planschko ist halt selten da und das AMD leider auch, aber das AMD hat halt wichtige Dinge zu tun. Und, äh, für die Mods allgemein muss ich mir mal irgendwie was Leckerli ausdenken. Mal, mal gucken, mal gucken, mal gucken. AMD Fan 28, Monty, du bist auch Twitch-Fanboy. Ja, Twitch-Fanboy bin ich und, ja, Twitch-Fanboy bin ich ja offensichtlich, weil ich ja auf YouTube gar nicht streame. Aber jetzt darf ich es ja vielleicht auch gar nicht mehr, weil jetzt bin ich ja Partner. Ich bin Partner, ich bin Partner bei Twitch und ich weiß im Prinzip, weiß ich gar nicht, was es mir bringt. Ich hab mich so tierisch gefreut und am Ende saß ich da jetzt auch und was ist es anders? Nix. Alles ist wie immer. Ist das Gleiche wie immer. Noah, für sowas will ich nichts. Darum geht's ja gar nicht, ob du was willst oder nicht. Aber ich finde, ihr macht das halt alle gut und, äh, dann, ne, kann man das ja auch mal honorieren. Ich hab doch Spaß daran, deine Streams zu schauen. Ja, Noah ist ja auch, glaube ich, gefühlt einer meiner allergrößten Fans. Ein Grilltag, Monty, vor Ort, nett. Ja, ich glaube, die, äh, das wäre ein bisschen schwierig mit der Fahrerei. Wenn die jetzt alle hier in der Nähe wohnen würden, dann, äh, könnte man sich sowas tatsächlich mal überlegen. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und Extreme Funky hat mal eben 3,50 Euro für die 10,70 T rausgehauen. Spendengabe für die 10,70 von einem Studenten. So sehr liegt mir die 10,70 T am Herzen. Oh, sie freut sich. Guck mal, wie sie sich freut. Ist das nicht der blanke Wahnsinn? Hä? Du bist ganz aufgeregt, ne? 3,50 Euro nur für dich ist mega. Monty's Fanboy von Fanboy. Kopfstoß. Nee, das über, also Fanboy, Fanboy bin ich definitiv nicht. Autogramm für Noah. Ach, Autogramme. Wie will denn Autogramme von mir? Ich habe tatsächlich ein paar Autogrammanfragen bekommen. Und ich habe in meinem ganzen Leben tatsächlich einen Autogrammwunsch habe ich sogar erfüllt. Da hat mir ihren Fan, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, vielleicht ist er sogar hier. Hat mir sogar, als es noch eine Adresse für mich gab, bei meinem damaligen Netzwerk, da konnte man mir ja noch was schicken. Der hat mir was hingeschickt und so. Sogar mit frankierten Rückumschlag. Monty, ich hätte gerne mal ein Autogramm. Und hat ihren Zettel dabei gelegt, wo ich da Autogramm drauf machen konnte. Und der war hinterher mega glücklich. Naja, aber trotzdem, mein Gott, ich bin doch jetzt kein Star oder sonst was. Autogramme geben, das geht gar nicht. Weiß ich nicht. So fühle ich mich einfach nicht. Autogramme geben. Monty kommt zum Punkt. Eine halbe Stunde ist schon rum. Jailbreaker. 39 Minuten. Ja, wir können gleich wirklich anfangen. Eigentlich hat er recht. Eigentlich hat er recht. Monty's Fanboy von Xbox hat im letzten Video bei Nix zu sehen. Nein, bin ich nicht. Derke Doug Blackwolf. Ja, und der könnte ja mal so ein paar Sachen später. Ja, nicht heute, aber irgendwann mal in den Chat schreiben. Da können wir ja mal sammeln, was die Mods so für ein Leckerli kriegen sollten. Aber du bist unser Star, Silber. Ja, schon. Aber trotzdem. Jetzt mal im Ernst. Was will man mit einem Autogramm? Mann, bleib doch mal stehen hier. Immer wenn ich auf den Tisch haue, dann fällt mir die LED-Leistung. Ich darf jetzt nicht reingucken. Wenn ich reingucke, dann bin ich gleich wieder blind. Monty for President Panda B33R. Kann man die Xbox knacken? Die 360 glaube ich ja. Die 360 ja. Die Xbox One wüsste ich nicht. Ist die Xbox One überhaupt schon geknackt? Weiß ich gar nicht. Playstation 4 ja. Monty's Fanboy von Inside Edition. Genau so ist es. Ja. Ja. Ich sage jetzt mal wieder mein berühmtes So. Und immer wenn ich So sage, ist ja eigentlich vorbei mit Stream. Nach 40 Minuten wäre das glaube ich ein klein wenig zu früh, denke ich mal. Aber wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Und ja, ich brauche gar nicht auf Aufnahme drücken. Habe ich von Anfang an gemacht. Muss ich dann rausschneiden. Vielleicht werde ich das jetzt nämlich gleich auch auf meinem Das Monty Kanal mal veröffentlichen. Wobei das letzte Video kam ja nicht so gut an. Lass mir die Adonor-Event-Zab rausgauen. Und vielen Dank. Ich verstehe das gar nicht. Dass der Gaming Setup Stream, dass der auf meinem Das Monty Kanal irgendwie so viele Dislikes bekommen hat. Ganz komisch. Weil das halt ungewohnt war. Weil es zu lang war. Wir wissen es nicht. Bin gespannt. Bin gespannt. Und wir machen es genauso wie immer. Das heißt, während ich was raussuche, blende ich das Ganze natürlich aus. Weil ich will nicht, dass ihr jetzt seht, oh da ist meiner. Wieso ist das Monty nicht? Das will ich nicht. Ich möchte natürlich möglichst wenig enttäuschte Gesichter hier haben. Das heißt aber trotzdem nicht traurig sein, wenn er jetzt nicht drankommt. Moment, ich habe da gerade noch was gelesen. Adler Auge. Super Tipp. Adler Auge ist aber der Beste. Der gibt die besten Tipps des Universums. Dann hau nicht auf den Tisch. Ich kann das eh viel besser. Ihr kennt ja den berühmten Spruch. Hey Doktor, das tut mir so weh, wenn ich den Arm immer so hoch mache. Ja, dann machen sie den Arm doch nicht so hoch. Danke. Mega gut. So, mein Twitter-Account ist schon mal hier startbereit. Und wir geben ein Setup für... Für mit Ü. Wichtig, ne? Setup für Monty. Und ich habe vorhin ein ganz bisschen kurz schon mal reingelookt, aber wirklich noch nicht viel. Und jetzt mache ich erst mal so. Kann ich euch jetzt nicht sagen, was ich jetzt mache, aber ich habe das jetzt gerade mal so ausgesprochen. Weil es ist halt gemein, wenn ich immer auf Neueste gehe, weil dann sehe ich natürlich so zuerst die Neuesten und nicht die Ältesten. Von daher nehme ich jetzt auch eine andere Reihenfolge hier, dass mir das so mehr eher zufällig vorgeschlagen wird. Dann gucken wir mal. Ohne auf die Namen zu achten. Das ist zwar immer relativ schwierig, aber das klappt schon doch einigermaßen. Wen haben wir denn alles? Also ganz wichtig, Leute. Ich sehe es jetzt schon. Schickt mehr Bilder rein. Jetzt Tweets mit einem einzigen Bild. Das ist zu wenig. Die nehme ich nicht dran. Also ein Bild ist echt zu wenig. Das geht nicht. Ja und okay, was ich hier habe, das ist jetzt eh nicht so mega interessant. Also es müssen schon ein paar mehr Bilder sein. Das ist geil. Ich habe schon sofort habe ich eingefunden. Bäm. Das hat sofort jetzt bei mir eingeschlagen. Das müssen wir uns angucken. Das sieht sehr, 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 sehr geil aus. Wahnsinn. 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 Also das, ich finde es mega fett und die werdet ihr jetzt sofort sehen. Und jetzt müssen wir aber den Chat ausmachen. Es nützt nichts und seht ihr nämlich nichts. Nicht böse sein, wenn ihr den Chat jetzt nicht mehr seht. Der Sieger, der Erste des heutigen Tages ist unser David Töpfer. Und wir werden das erst einschalten, wenn sich der David Töpfer oder Topfer David, wie es hier steht, wenn der sich jetzt eben im Stream meldet. Und Sandor, nochmal 3,50 Euro hier rausgehauen für die 1070T, für ein Fallkissen, damit sich die 1070T nicht immer so sehr weh tut. Vielen Dank. 3,50 Euro mega. Vielen, vielen Dank. Kopfstoß, bist du das? Bist du das? Du bist der David Töpfer. Das finde ich ja gut, weil ich werde jetzt immer erst fragen, weil wir hatten ja schon mal in den ersten zwei Streams, hatten wir ja immer Probleme, dass die Leute nicht anwesend waren. Und Leute, die nicht anwesend sind, kommen nicht dran. Ganz einfach. Links nimmt er nicht. Nein, links nehme ich nicht und rechts auch nicht. Ich wüsste schon, was ich meine. Also Kopfstoß, du bist das. Du bist der David. Schreib es nochmal eben rein. Schreib nochmal kurz als Bestätigung. Nicht, dass es hier Missverständnisse gibt. Hau es nochmal eben raus. Aber wenn du das bist, dann schon cool. Übrigens, falls Slowchat drin ist oder so, bitte Slowchat unbedingt raus machen. Weil sonst können die Leute natürlich nicht schreiben, dass die das jetzt sind. Das wird dann relativ schwierig. Kopfstoß? Hallo? Hallo? Der Chit muss doch gar nicht rein. Wir sehen doch den Chit selber hier. So, da ist er. Hat Schwitschname auch mit fetter zugeschrieben. Achso, hast du da beigeschrieben. Ja, als allererstes. Okay, Entschuldigung. Selber schuld, Monty. Ja, aber beim nächsten achte ich drauf. Genau. Wenn ihr jetzt noch was reinschickt, schreibt euren Twitch-Namen am besten dabei, wenn der deferiert. So, jetzt gucken wir uns den aber an. Und David Hüpfer, ich finde das fett. Ich finde das sieht so, 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 so geil aus. Ne? Wahnsinn. Also ich finde es echt fett. So, ja dann natürlich. Also jetzt ist der Name Kopfstoß dabei geschrieben. Ich trottel, ich mega trottel. Ja, das war meiner. Dann hat er einen schönen Panasonic 48 Zoll CX404. Kenne ich jetzt nicht 4K. 3D-TV hat er sogar noch. Dann bist du auch noch einer der glücklichen 3D-TV-Besitzer. Eine PlayStation 2 Fett. Wo steht die denn? Die steht hier unten. Habe ich ja auch noch. Dann eine PlayStation 3 Fett. Defekt. Schade. Und Dirk1980 hat er uns ab rausgeballert. Vielen Dank. Und dann hat er noch eine PlayStation 3 Super Slim. Einmal, ne, achso zwei hat er. Entschuldigung. Er hat zwei PlayStation 3 Fett. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht gespiegelt hier. Eine Defekt und zweimal PlayStation 3 Super Slim. Wo sind die? Das ist keine. Hier unten oder so irgendwie. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist eine PlayStation 4. Weiß ich jetzt gerade nicht, wo die sind. Wenn ihr sie seht. So, dann hat er ein Game Boy Pocket, ein Game Boy Advance und ein Nintendo SD. DS gehe ich mal von aus. PlayStation 3 und vier Spiele folgen und zwei Collector Editionen sind Figuren. Sehr cool. Er hat es jetzt genauso gemacht, wie ich das gerne hätte. Er hat reichlich Fotos reingeschickt. Er hat hier alles reingeschickt. So, hier was dabei ist und so. So mag ich das. Du kriegst natürlich auch sofort ein Like von mir. Selbstverständlich. Zweiter Teil vom Konsolen-Setup. Mit den Spielen und CE samt Figuren. PS2-Spiele komme ich gerade nicht dran. Sind aber nur Gran Turismo 3 bis 4 und Nintendo Speed-Teile. Okay. Wir gucken uns jetzt aber erstmal die Fotos hiervon an. Und jetzt ganz im Ernst. Es ist ja gar nicht so aufwendig, was er da gemacht hat. Er hat nur hier natürlich seine ganze Wand. Tut mir leid, wenn ich jetzt falsch liege. Sind Mangas, ne? Oder ist das was anderes irgendwie? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen auf den Chat achten. Auf Kopfstoß. Kopfstoß, du kannst gerne noch schön weiter im Chat was dazu schreiben, wenn du irgendwas loswerden willst, ne? Und das wirkt halt so geil. Wegen der Tapete natürlich auch, ne? Hier hat er dann halt die schöne Glasvitrine. Ich mag ja so Glasvitrinen. Die ist ein bisschen moderner als meine 80er-Jahre-Glasvitrine. Jetzt hat er links über der PlayStation 2 ist die PS3 super slim. Äh, wo? Bin ich blind? Hier ist die PlayStation 2. Da ist links. Ich sehe hier nur so einen Karton. Und zwei Kartons hiervon. Sehe ich gerade nicht. Und die andere PlayStation 3 ist über den beiden PS3 fett eingepackt. Ach so, die hier ist das. Okay, die haben wir auf jeden Fall gefunden. Die, die hier ist das bestimmt, oder? Kann das dann, ne? Das ist eine Router oder so, denke ich mal. Ich weiß es jetzt. Ist jetzt aber auch nicht so mega, mega wichtig. Es sind da nie mehr Manga-Poster. Ja, guck, dann habe ich ja schon mal richtig gelegen. Ne, und hier die ganzen Figürchen. Ich bin jetzt zwar gar kein Fan von diesen Figuren. Ich bin auch kein Manga-Fan oder was, ne? Aber trotzdem finde ich das mega, mega, mega stimmig. Dann hat er hier den schönen PlayStation-Hintergrund. Mir gefällt das super gut. So, wir gucken uns das nächste Bild an. Hier, genau, hier hat er das Ganze aus der Nähe. Dann sehen wir es auf jeden Fall gleich. Hier hat er dann noch die PlayStation 3 Slim. Ja, du bist ja ein kleiner PlayStation 3-Sammler. Kann das sein? Hier hat er noch eine zusätzliche Festplatte für die PlayStation 4. Und was ist das? Ach so, das sind die hier, die der 3D-Brille für den Fernseher. Ja, brauchst du nicht mehr viel, denke ich mal. Oder hast du so einige 3D-Filme? Ist das möglich? PlayStation 3 steht, hat aber Aufkleber bekommen. Okay, sehen wir vielleicht ja gleich noch, denke ich mal. Dann gucken wir hier mal. Das ist, das ist also die PlayStation 3 hier. Ich dachte, das wäre eh ein Karton oder was gewesen. Das ist die PlayStation 3. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Habt ihr das im Chat erkannt? Wie viele PS3 hat er, krass. Nee, ihr habt es im Chat, glaube ich, auch nicht erkannt, ne? Da ist viel los. Richtig nerdig, Kiwi Mivi, ne? Ja, finde ich auch. Also ich finde es geil. Hat was. Und hier, ja, ich weiß auch nicht. Hier, Fritz-Router. Ich habe ja auch eine Fritz-Box. Aber diese Dinger sind so unglaublich hässlich. Die fügen sich nirgendwo vernünftig ein, ne? Ja, diese rote Farbe und alles. Warum haben die nicht orange? Würde sich zumindest bei mir gut einfügen. So, haben wir sie. Hier sieht man dann die PlayStation 3 hier oben auch nochmal. Ich habe es echt nicht erkannt. Mördercontroller hat er hier noch. Und reichlich Memory Cuts. Also die PlayStation 2 wird offensichtlich auch noch gut bestückt im Moment, ne? Ist das möglich? Kopfstoß, äh, ne? Achso, ihr hattet nichts mehr geschrieben. Doch, da. Ihr habt mehrere 3D-Filme, okay. So, hier sind noch die anderen Fotos. Ihr hattet noch ein paar Spiele. Lasse was, Part 2. Da sitzt er höchstwahrscheinlich im Moment dran. Das zockt ja im Moment irgendwie jeder, nur ich nicht. Und hier ein schöner Controller in Camouflage. Was ist das? Das ist doch hier nur, äh, ne? Hier eine neue Steuereinheit, oder was? Den habe ich auch, den Advance. Ich glaube sogar den gleichen. Ich glaube, ich habe den gleichen. Pokémon ist ja auch nicht meine Welt, muss ich dazu sagen. Hatte ja auch noch einige. Auf jeden Fall noch ein paar Ersatzteile dabei. Hier ist eine PlayStation 4-Sammlung. Ja, gerade über Assassin's Creed gesprochen, ne? Dass das für mich immer das Gleiche ist. Aber er ist offensichtlich, ähm, ja, fleißiger Assassin's Creed Zocker. Origins Odyssey. Und dann wird er, lass mich raten, Kopfstoß. Weil Hala wird wohl auch gekauft, wach? Kann das sein? Ist das möglich? Dark Souls, das kenne ich gar nicht. Der ist gern. Das Trending, Destiny, das ist, was ist das? Kann ich nicht erkennen? Digimon, Digimon, ne? Ja, Digimon, Evolve, Farqua ist klar, Farqua, Final Fantasy. Was ist das? Goodmatter, ne? Oder wie heißt das? Weiß ich nicht. Gran Turismo hat das ja schon dazu geschrieben. Gravity Rush, Killzone. Das habe ich übrigens auch Killzone. Mass Effect and Dragon Raider habe ich. Persona 5 Royale with Dead Redemption habe ich im Moment hier. Das habe ich mir vom Ringkeeper geliehen. Ich wollte es gar nicht haben. Also das Spiel ist natürlich mega geil, aber ich habe keine Lust dazu. Keine Zeit wäre jetzt Blödsinn, aber ich habe keine Lust dazu. Und er wollte es mir unbedingt, als ich mal bei ihm war. Er wollte es mir unbedingt, komm, nimm mit, nimm mit. Ich spiele es sowieso nicht mehr oder so, nimm mit. Jetzt liegt es hier rum oder so und ich spiele es nicht. Ja, Red Fiction, SnowRunner, Battlefront 2, mein Hassobjektspiel. Also das ist mein absolutes Hassspiel von EA wegen dieser ganzen, ähm, Mikro-Transaktionsgeschichte. Sword Art Online, Sword Art Online und, äh, Sword Art Online. Uncharted, ja, schöne Spielesammlung auf jeden Fall. Nicht riesig, aber, ja, auf jeden Fall geile Teile dabei. Dann T-C-I-04 hat einen Sub rausgehauen. Vielen Dank dafür. Achso, da geht es noch weiter. Da sind die Playstation 3 Spiele. Nochmal Assassin's Creed. Es geht so weiter. Kühlzone hier nochmal. 4, 4 ist übrigens mega geil. Besonders der erste Teil, Mass Effect. Motorstorm ist auch cool. Einer der ersten Playstation 3 Titel. Aber hat richtig Fun gemacht, Motorstorm. Mega cool. Und hier noch zwei Playstation 1 Spiele. Gran Turismo 2 und Tomb Raider 4. Habe ich nie gespielt, Tomb Raider 4. Habe ich nie gespielt. So, hier haben wir noch den Nintendo DS. Und hier nochmal eine Nahaufnahme von seinen Figuren. Aber man muss ja sagen, wie gesagt, das ist nicht mein Stil, ne. Ich mag Japan, habe ich ja schon mal erzählt, unheimlich gern. Aber ich kann so mit den japanischen Comics, Mangas und so, damit werde ich nicht ganz warm. Aber trotzdem, die Figuren sehen schon geil aus, ne. Das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus, die Dinger. Naja, also du hast es schön gemacht. Mir gefällt das mega gut. Komm, hier machen wir ja auch nochmal eben ein Herzchen dran. Und dann sind wir mit dem ersten auch schon mal durch. Also, auf jeden Fall, ähm, Kopfstoß. Sehr, sehr, sehr geiles Setup. Macht richtig was her. Schöne Konsolenhecke. Kannst mal reinschreiben. Hast du auch einen PC, Kopfstoß? Hast du auch einen PC? Ich denke eher, du hast kein PC, weil du bist so ein richtiger Hardcore-Konsolierer, denke ich. Aber ich bin auch Hardcore-Konsolierer und bin auch Hardcore-PCler. Also, das muss ich nicht um ihn beißen. Und wo ist eigentlich mein Tee? Die 1070T hatten den Tee versteckt. Es sieht sehr nerdig aus, Adlauge. Definitiv, definitiv. Hallo, McFly76 ist auch da. Willkommen. Guten Abend, KingMostWanted1 ist auch dabei. Das nennt man ein Playsy-Fanboy, definitiv. Na ja, Xboxen hat man jetzt nicht so viel gesehen. So, Silber hat es auch rausgehauen. Vielleicht hast du ja Glück und wir gucken uns deins gleich auch an. Vielleicht hat sich die Mühe gelohnt. Aber du wirst trotz allem, wie gesagt, nicht bevorzugt. Tomb Raider solltest wirklich ausprobieren, die neueren. Ja, ne, die neueren, ja. Aber Tomb Raider 4 hat er da ja stehen gehabt für die Playsy 1, ne. Also, das ist ja weit weg von die neueren, würde ich mal so sagen, ne. Habt ihr jetzt noch irgendwas Interessantes zu diesem Setup reingeschickt? Es gibt 3D-Fanser, die einen integrierten Prozessor haben, der das Bild immer in 3D umwandelt. Ja, die alten, ja. Ja, ja, klar. Die alten, ja. Nur mittlerweile gibt es ja keine mehr und 3D wird ja allgemein nicht unterstützt. Und diese Umwandlung ist ja weit von, weit davon entfernt perfekt zu sein, ne. Ich habe eine stehende Weiße, Fritzbox. Fritzbox sind immer nach oben. Fritzbox, Fritzbox, Fritzbox. Okay, damit sind wir durch. Vielen Dank auf jeden Fall für die schönen Bilder. Und wir gucken mal weiter, wen wir sonst noch so hier haben. Ja, komm, das Karussell drehen wir jetzt neu. Das heißt, ich suche natürlich auch neu, damit alle auch die gleichen Chancen bekommen. Monty schweigt. Wie ungewöhnlich. Monty sagt gar nichts. Da würde ich jetzt eigentlich gerne nehmen. Wie gesagt, denkt dran, ich gucke mir gerade ans Anlass, finde ich eigentlich nicht so gut. Das ist zwar, in einer Art ist das gut, aber es ist überhaupt nicht mein Stil. Ihr müsst auch damit leben, wenn ihr was reinschickt, dass ich es halt nicht geil finde, ne. Dass ein bisschen Kritik kommt oder so. Aber dann sage ich nur, weil es ist ja oft Geschmackssache. Ich nehme das jetzt aber trotzdem erstmal nicht dran. Das finde ich ganz nett. Und das hat geklappt. Ich habe gesagt, das finde ich ganz nett. Und dann habe ich den Namen gesehen. Und derjenige ist auch hier. Auf jeden Fall ist der hier, ne. Und wir nehmen ihn jetzt auf jeden Fall dran, ne. Also das hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass er hier wirklich regelmäßig dabei ist und unheimlich viel postet und schreibt oder so. Ich habe jetzt wirklich schön auf die Bilder geguckt und dann zack. Und zack, stand da. Zentin. Zentin ist dran, du bist jetzt dran. Wir gucken uns jetzt dein Setup an. Ist das nicht geil? Und Zentin brauche ich nicht warten. Der ist ja sowieso da. Der hat gerade erst geschrieben. Kritik ist immer gut. So, dann gucken wir uns mal Zentins Setup an. Los, freu dir, schreibt Pulenrad. Freu dir. Nice, da ist er schon. Setup für Monty. So, ihr habt auch alles wunderbar dabei geschrieben, so wie es sein soll. Hat ein paar Fotos reingepackt. Und der Dinosaurier ist natürlich schon ziemlich geil, ne. Der macht was her. Ich habe das jetzt genommen, weil das so, das ist jetzt nicht negativ gemeint, ne. Das klingt negativ, ist aber nicht negativ gemeint, weil es so schön steril ist. Ne, natürlich, ihr wisst ja, weiße Wände oder so, nicht Monty's Ding, definitiv nicht. Aber trotzdem fand ich das irgendwie schön steril, ne. Halt sehr modern und so. Und da gefiel mir das. Wir gucken aber erstmal an, was er überhaupt in seinem PC, in seinem schönen weißen Gehäuse hier drin hat. Also, ein Ryzen 9 3900X, eine EX 5700 Gaming X von MSI, ein B450 aus Elite, ein Terabyte NVMe Patriot Viper, ein Terabyte WD Blue, 32 GB oder Aegis 3000. Kohling, sehr selten. Kohling-Netzteile oder was, ne. Echt selten. Ich glaube, diese Dinger sind ganz geil, aber liest man echt nicht oft. 600 Watt, Case, Be Quiet, Pure Base 500. Das ist ein Pure Base 500, ehrlich? Ich habe mich zu selten mit den ganz Kleinen, mit dem 500er beschäftigt. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es ein Pure Base 500 ist, okay. Wurde ich jetzt ans Besseren belehrt. Lüfter, Thermal Take, Pure 12, Tastatur, Rocket Vulcan. Also, so Tastatur-Maus müsst ihr nicht dabei schreiben, ne. Wichtig ist so, was im PC so drin ist, was für ein Gehäuse. Das ist jetzt nicht so wichtig. Gehäuse, Trust, GXT, Sikander, Maus und Headset auch noch. Und was er jetzt schön gemacht hat, auf jeden Fall hier ein bisschen die Verkabelung. Könnt ihr auch machen, ne. Verkabelung, wenn ihr die geil verkabelt habt. Oder auch, wenn ihr sie so richtig scheiße verbockt habt mit der Verkabelung. Könnt ihr gerne reinschicken. Auf Kabel achte ich immer extrem. Hier ist es jetzt, hier konnte es nicht viel besser machen, ne. Ja, weil es kommen ja ein paar Kabel von unten, geht ja nicht anders. Man sieht es jetzt aus dieser Perspektive. Aber ansonsten, wenn man so dran sitzt, sieht man ja keine Kabel, ne. Einfach höchstwahrscheinlich mit Clips hier unten drunter gemacht. Sentin schreibt ja auch noch ein bisschen was. Finde das Pure Base 500 schöner als das DX? Ne, ist auch ein schönes Gehäuse, ne. Überhaupt keine Frage. Besonders in Weiß. In Weiß. Ich habe es, glaube ich, mal in Weiß angefordert und da hatten sie keins mehr. Ich wollte das mal in Weiß haben von Big White. Und ne, geht nicht mehr. Keine Chance. Und der Stuhl ist auch irgendwie interessant, ne. Da kommt mal ein kleiner Yoshi. Wie süß. Der Monitor ist aber sehr klein, ne. Was ist das, 22 Zöller oder ist das sogar noch kleiner? Sieht fast aus wie ein 22 Zöller, denke ich mal gerade, ne. Sehr kleiner Monitor, aber schönes Hintergrundbild. So, wir gucken mal weiter. Da ist ein schön aufgeräumter PC auch alles in Weiß. Krass. Hier, mit der Abdeckung hier, mit Big White, das sieht auch echt schnieke aus. Weißt du was, ich glaube, obwohl, weiße Lüfter, wäre das jetzt gut gewesen? Weiße Lüfter, so ein bisschen Kontrast, also egal, ob jetzt eine Farbe oder weiß oder so, es muss immer ein bisschen Kontrast rein, meiner Meinung nach. Also, wenn du schwarz hast, müssen ein paar weiße Elemente rein oder Farbigelemente. Genauso hier beim Weißen Häuser, schwarze. Ich habe gerade darüber nachgedacht, weiße Lüfter noch reinzumachen, aber wäre vielleicht gar nicht so geil gewesen, ne. Und jetzt guckt euch mal diesen Brecher an, ne. Diese Gaming-X-Karten von MSI, das sind solche monsterfetten Karten immer. Was ich noch machen würde, diese Kabel, ne. Die sehen, ich sage es ganz direkt raus, die sehen scheiße aus. Hey, ein paar Sleeves kosten nicht viel. Also jetzt Verlängerungssleeves, ne. Die kosten ein paar Euro 50 hier für den Stromanschluss und hierfür, hol dir, musst du natürlich nicht, ist nur mein Tipp. Es sieht so viel geiler aus, wenn du dir für, keine Ahnung, die kosten beide, lass mich lügen, 15 oder 20 Euro. Ist natürlich auch eine Menge Geld, je nachdem, ne. Aber für die Optik lohnt sich das Geld wirklich. Und dann sieht das hier wirklich schön sauber aus. Weil diese Kabel, du siehst es ja selber, ne. Die sind nicht schön gleichmäßig gehalten und die sehen so ein bisschen durcheinander aus. Ich habe die auch in meinem Test-PC so ein bisschen, aber ich mag das nicht so gerne. Sintin, schreibt doch bestimmt was geschrieben. 24 Zoll, 144 jetzt Full-HD. Oh, der sah aber viel kleiner aus. Also 24 Zoll ist ja vollkommen in Ordnung. Besonders Full-HD und dann auch 144 Hertz-Power drin. So muss das sein. Äh, Sintin, wenn du welche hast, gerne Link auf DC. Okay, aber ich habe jetzt keine. Ich glaube Case King. Case King ist da sehr, sehr gut ausgestattet mit diesen Kabeln. Oder du kannst dich ja mal mit Tom kurz schließen. Kannst ja mal bei Tom in Stream reingehen und dem mal fragen, ob er dir irgendwelche Sleeves empfehlen kann. Aber eigentlich, ich habe mir die immer bei Case King, glaube ich, geholt. Die haben eine riesen Auswahl davon. Ich weiß nicht, ob mein Factory auch welche drin hat. Einfach mal einfach Kabel, Sleeve oder Verlängerung. Gib mal Kabel, Verlängerung ein. Da findest du da, glaube ich, was. So, und hier mag ich ja immer total gerne, wenn man so die Verpackung aufhebt und die nochmal schön hinstellt. Habe ich früher auch immer gemacht. Und heute, äh, ja, heute habe ich einfach keinen Platz mehr dafür. Hier die Grafikkarte, auch sehr schöne Verpackung. Und wie gesagt, ich liebe das Ding einfach. Äh, Aorus Mainboard. Hier haben wir, sieht man jetzt leider nicht richtig, vom Netzteil der Ryzen 9. Die Verpackung ist sowieso wunderschön. Tastatur, alles. Finde ich sehr, sehr geil, sowas. Hallo. Also du gibst dir mehr Mühe als ich bei der Verkabelung hin im PC. Da bin ich ja so ein bisschen schludrig, würde ich mal so sagen, ne. Bei mir, solange hin, äh, irgendwie noch die Rückwand dran passt, ne. Selbst mit ein bisschen Druck oder was. Und man vorne keine Kabel sieht, ist mir alles scheißegal. Also wenn man hier teilweise bei meinem PC ist, ne. Ich habe jetzt zwei hier stehen, wenn man da die Rückwand aufmacht, das sieht nicht ansatzweise so gut aus. Vor allem, weil ich immer wieder ein bisschen dann rumfuchtel und alles. Und ich habe keine Lust, jedes Mal wieder die ganzen neuen Kabelbinder da dran zu ballern, ne. Das ist relativ schwierig. So. Aber sehr, ich finde es auf jeden Fall schön. Hier war nochmal ein Bild mit der unteren Verkabelung. Ach ne, du hast gar keine Clips hier unten drunter. Das könnte man eventuell doch noch besser machen. Obwohl, wie man hier sieht, da kommt von unten auf jeden Fall mindestens ein Kabel. Aber hier hat er ein Clip zumindest. Und der Gerg... Ne, Gerg... Ne, Gerg Ghostbuster, so heißt es. Also German Ghostbuster hat einen Zap rausgedonnert. Vielen Dank. Ne, hier hat er einen Clip. Es gibt so, ich weiß nicht, ob du in den Schreibtisch schrauben willst. Es gibt so ganz kleine Schraubclips. Die würde ich nehmen, die habe ich hier auch drunter, ne. Die gibt es auch als Doppelclips. Die kannst du hier einfach so runterballern. Und dann kannst du die ganzen Kabel da einmal reinklippen. Das ist total geil. Du siehst nichts mehr von den Kabeln. Ne, also das hier könnte man tatsächlich noch optimieren, würde ich sagen. Das geht besser. Oder den Clip hier einfach ein bisschen höher machen. Weiß gar nicht, warum das nicht gemacht ist. Warum hast du den nicht hier oben hingesetzt? Dann wären die Kabel doch alle da rausgekommen. Aber Sintin schreibt ja mal fleißig. Da kann man mal gucken. Sintin hat das genommen, was vom Case und Netzteil noch über war. Okay. Er meint jetzt natürlich die Verkabelung im PC. Gehe ich mal von aus, ne. Aber finde ich sehr geil, Sintin, was du hier reingeschickt hast, ne. Natürlich, wie bekannt, alles natürlich wieder mit weißer Tapete, weißen Schränken. Ne, aber es sieht halt so schön, irgendwie schön sterile aus. Und wer hat denn, wer hat denn den Dinosaurier gemacht? Schreib mal rein. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Sintin. Warst du es selber oder waren es vielleicht sogar deine Kinder oder so? Weil irgendwie ist es natürlich jetzt nicht künstlerisch hochklassig. Aber ich finde es irgendwie ganz, ganz lustig, ne. Verschönert so eine weiße Wand. Ungemein. Aber ungemein. Monty Saurus Rex Bullenrad. Genau so ist es. Also Monty, wo hast du diese Clips gekauft von AMD von 28? Weiß ich nicht. Ich habe die mir kaufen lassen. Ich habe mir nicht mein Schreibtisch hier zusammenbauen lassen von meinem Schwager. Der hat das alles gemacht. Der hatte die Clips, glaube ich, noch. Gibt es in jedem Baumarkt. Da bin ich von überzeugt. Sintin, ich selbst vor ein paar Jahren bin 16 bald. Ach, du bist noch so jung. Ach so, ja, vor ein paar Jahren, da warst du ja auch in dem Alter, ne. Nö. Also finde ich auf jeden Fall cool. Und so gerade als Kindheitserinnerung oder was würde ich das Ding auf jeden Fall da lassen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das, wenn du 16 bist, wohnst du ja bestimmt nur zu Hause, dass das jetzt so hier dein, dein Jugendzimmer ist. So, wir gucken weiter, würde ich mal so sagen. Das war heute noch so ein paar hier durchkriegen. Aber nicht hier keine Akkordarbeit, sondern trotzdem ganz in Ruhe. Ne, also wehe, ihr macht wieder Druck, weil das habt ihr schon öfter mal gemacht. Monty, mach mal weiter. Halt dich nicht mal so lange mit den ganzen Setups auf. Ich will auch drankommen. Ja, Pech. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Pech, wenn er nicht drankommt. Auch sehr schön. Boah, ihr habt alle weiße Wände. Ihr habt alle weiße Wände. Das gibt's doch gar nicht. Man macht doch mal so ein bisschen so Cremefarben oder ein bisschen farbig. Das ist viel gemütlicher. Ihr werdet mir danken, wenn er es hinterher macht. Deutschland ist weiße Wandland. Ist so. Okay. Er hat jetzt so einen geilen Gag reingebracht. Er muss drankommen. Es geht gar nicht anders. Er muss drankommen. Also wenn ihr unbedingt drankommen wollt. Ihr habt eine Möglichkeit, euch so ein bisschen vorzupuschen. Dann bringt ihr einen richtig coolen Gag mit rein. Ne? Also ihr werdet jetzt sehen, was ich meine, ne? Weil der, und ich weiß genau, dass er da ist. Heiko Säger ist da. Heiko, melde dich. Wir können doch direkt umschreiben. Denn ich gehe mal fest davon aus, dass das der Sägerlord ist. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, dass wir jetzt Zufall, wenn das jetzt nicht der Sägerlord wäre. Sägerlord melden. Jetzt. Los. Hau rein. Na? Wie lange müssen wir noch warten? Ist er nicht mehr da, oder was? Der war von Anfang an dabei. Heiko Säger oder Häger, wie er auf Twitter heißt. Kopfschluss Monty, meine Wand ist auch weiß. Daher die ganzen Poster und Postkarten an der Wand, um das Weiß nicht mehr zu sehen. Ja, am besten streichen. Streichen hilft manchmal. Ja, das ist der Sägerlord. Ja, da ist er ja. Da bin ich. Ja, wunderbar. Dann können wir auch direkt umschalten. Ja, Sägerlord hat sich jetzt quasi hochgeschlafen, ne? Der ist, äh, erstens sieht sein Setup natürlich geil aus, ne? Und zweitens, jetzt, jetzt dürft ihr lachen. Ich find's geil. Ich find's einfach geil, was er da gemacht hat. Sehr, 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 sehr cool. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Mühe du dir damit gegeben hast, aber, aber das ist schon, schon sehr lustig. Ich musste gerade wirklich, wirklich schmunzeln. Naja, ich hab ja, ihr wisst ja, alle, die mir regelmäßig zuschauen, ihr wisst ja, ich hab ja mal wirklich richtig Hardcore-Bodybuilding, aber ohne Mittelchen gemacht. Also, ich sah ja nicht ansatzweise so aus. Aber ich weiß nicht, ob der Sägerlord das aufgrund dieser Basis gemacht hat. Einfach Displays an die Wand hängen. Naja, also ihr könnt euch ja irgendwie was ausdenken oder was, ne? Dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, eher ranzukommen. Aber ich würd's jetzt gern zoomen. Geht das hier irgendwie auf, ne, auf Twitter kannst du nicht zoomen oder was? Du kannst auch nicht richtig Vollbild machen. Ja, du kannst höchstens so, doch, dann ist es ein bisschen größer, ne? Aber ist schon, ist schon sehr geil. Ist schon sehr geil. Ja, Mann, es ist kaum zu sehen, dass es nur Montage ist, ne? Denn höchstwahrscheinlich hat er ein Bild von meiner, von meiner früheren Bodybuilding-Zeit irgendwo gefunden und das als Hintergrundbild gemacht. Das ist es, denke ich mal. Sieht clean aus, ne? Sind die definitiv. Ja, genau, deswegen hab ich's gemacht. Ja, damit hast du's auf jeden Fall, äh, geschafft, ne? Hallo, Monty, hoffentlich kannst du es mit Humor nehmen. Natürlich. So in etwa sahst du ja schließlich mal aus. Nein, nicht ansatzweise. Ich hab 13 Jahre wirklich brutal trainiert, 5, 6 Mal die Woche alles gegeben, aber halt nichts eingenommen. Ne, und so siehst du nur aus, wenn du, äh, also... Glaubt's mir. So siehst du ohne Nachhilfen nicht aus. Keine, keine Chance. Natürlich unmöglich. Verspreche ich euch. Ich hab mich lange, viele Jahre damit beschäftigt, fast Jahrzehnte, und ich weiß, dass es, äh, so ohne Nachhilfen nicht geht. So, meine Gaming-Auße im Keller. Ryzen 7 3700X. X570-Auße Strix E-Gaming. Hat ja ein bisschen Geld gelassen. Das X570, schreib mal rein, was das gekostet hat. Würde mich mal interessieren. Das war bestimmt nicht ganz günstig. 16 GB Corsair Vengeance Pro. Ich trinke mal eben. Bandy 88. Ja, klar, ich rede ja von Mittellchen, ne? Manche Anabolika-Steroide und was. Es gibt noch viele andere. Es gibt ja nicht nur Anabolika-Steroide. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Da, RGB 3600, zwei Dummy-RGB, RTX 2070, super Pelle. Die finde ich geil, die Jetstream. Sehr günstig und trotzdem immer, die Jetstream sind immer super, super schön leise. So, und hier hat er es auch richtig gemacht. Schön, er hat es mit Antwortfunktion genutzt. Da kann er nämlich dann weiterschreiben. Da hat er noch was geschrieben. Knapp 330 Euro zum Release, ne? Das Ding war teuer. Ja, dann Speicher zweimal 1 TB M2 Cushel P1. Die war ja letztes Mal in meinem Stream so ein bisschen, ja, haben sich ja die Meinung über die Cushel P1 gespalten, weil die ja den relativ günstigen Speicher nutzt. Aber mir ist das relativ wurscht. 1 TB SSD Samsung 1860 Ivo. Da hat er schon mal 3 TB SSD-Speicher drin. Nicht schlecht. 3 TB HDD, Western Digital Blue, 4 TB, äh, mein Gott. Also, ne, TB mäßig geht bei dir aber schon die Post ab. Monitor, 34 Zoll, Whitescreen, Yama. Yama gibt's doch noch, wusste ich jetzt gar nicht. G-Master, GBW 144Hz, WQHD, Tastatur und so weiter, Tastatur und so gehe ich nicht drauf ein. Also, das ist, glaube ich, zu, mein Gott. Viele, viele, viele Bilder. Okay, dann müssen wir uns jetzt noch ein paar Minuten mit Segalod beschäftigen. Und genau, das Gehäuse hätte ich schon so fast erkannt. N6T H510 Elite in Weiß. Ein ähnliches Gehäuse von N6T habe ich auch mal getestet. Stuhl, Noble Chess Hero. Hoffe, du hast mein T800 bemerkt im PC. Mach weiter so. Den da, ne? Und da ist er auf jeden Fall. Das ist ein T800. T800 nennt man ja bei Terminator die, ähm, die Cyborg-Varianten. Dieser, äh, aus Flüssigmetall war ja der bekannte T1000. Und danach oder so habe ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr nett aus. Und wir gehen mal weiter. Hier sieht man so ein, finde ich, schön, also beleuchtet. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen auf den Fotos. Ist das jetzt weiß oder ist das blau? Ich würde jetzt auf weiß tippen, dass das weiße RGB-Beleuchtung ist, oder? Denke ich mal. Aber schön clean. Und er hat hier auch schön die Sleeve-Kabel und so benutzt. Also der hat sich wirklich Mühe gegeben. Das sieht man so schon. Und auch, ah, keine weiße Wand. Herrlich, herrlich, herrlich. Zwar ein weißes Regal, aber das ist ja nicht ganz so tragisch mit. Was sind das für Figuren? Geil. Die finde ich natürlich sehr cool. Was das hier unten ist, das sieht aus wie eine, wie eine abgedeckte Schreibmaschine. Weiß ich nicht, ob ich jetzt richtig den oder voll da nehme. Null Ahnung. Hat auf jeden Fall schön eingerichtet, das Regal. Und hier Tapete oder was das auch immer ist. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und lila. Also hat er lila gemacht. Okay. Das ist immer, auf Fotos ist es immer ganz schwer zu fotografieren. Und alles schön clean, sauber mit einem weißen, okay, hier hängen ein bisschen Kabel runter. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber das muss er für sich wissen. Mir gefällt das hier optisch super gut. So, das Foto ist jetzt natürlich eine mittlere Katastrophe. Also jetzt nicht vom Hintergrund, sondern von der Qualität her. Das rauscht schon stark. Wie ist es wahrscheinlich mit dem Handy gemacht? So, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Moment. Achso, einen Moment. Wie viele Fotos hast du denn geschickt? Das ist ja blanke Wahnsinn. Hier geht es nämlich jetzt weiter. Sehr gut. Mit Blitzfotografieren ist keine gute Idee. Du siehst es hier, wenn du so auf spiegelnde Oberflächen oder so fotografierst. Das ist immer, du hast ja immer diesen Hotspot hier oder was. Aber das Gute daran ist, man erkennt alles. Weil die Playstation 1 ist mir vorhin nicht aufgefallen. Und, was ist das hier? Was ist das denn da? Ein Oranger Charger? Weiß ich nicht. Alter, Charger oder ist das ein Challenger? Ich kriege gleich Schnappatmung. Sag mal eben, was das für einer ist. Das will ich unbedingt wissen. Und hier natürlich das Ghostbuster-Auto. Und das, weiß ich nicht. Ist das KIT oder was? Trans-M? Kann ich nicht sagen. Aber zu dem Orangen musst du was sagen. Unbedingt. Und die Playstation 1 sind natürlich sowieso. Das hast du bei mir schon gewonnen. Was ist das denn jetzt da unten links? In der Schreibmaschine ist das nicht. Musst du ausschreiben. Ich weiß nicht, was das da für ein Ding ist. Siegerleute, siehst du gleich. Achso, du hast die Autos noch irgendwo. Alles klar. Da muss ich jetzt weitermachen. Da ist er. Ein Charger ist das. Ein General Lead Charger. Haben wir letztes Mal im Stream noch darüber gesprochen. Sehr cool. Aber ist der rot oder ist der orange? Also ich würde sagen, der ist orange. Ja, und ich habe richtig geraten, das ist KIT. Ghostbusters. Und das ist natürlich zurück in die Zukunft. Also okay, Filmfan auf jeden Fall. Und die hat er quasi so als Filmrequisiten da drin. Und hier, ähm, 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 Michael Keaton Batman. Michael Keaton Batman mit großem Kopf. Ich weiß gar nicht, wie man das so nennt, diese Figuren mit dem übergroßen Kopf. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Filmfan. Das ist schon mal sehr sympathisch. Habe ich zusammengebaut. Oh, cool. Achso, das ist auch ein Bausatz. Sind das alles Bausätze, oder? Ich habe ja letztes Jahr, äh, überraschenderweise, das, äh, ne, vorletztes Jahr war das, glaube ich, das allererste Mal in meinem Leben, habe ich ein DeLorean, äh, in echt gesehen. Weil ich fahre ja erst seit, seit zwei Jahren fahre ich ja auf Autotreffen. Und vorher bin ich nicht auf Autotreffen gefahren. Hat mich das nicht so interessiert. Und auf der Straße siehst du die ja nicht. Und das erste Mal ein DeLorean so in echt gesehen. Mega, mega cool. Eigentlich, ne? So auf dem Challenger in orange. Sehen die, sieht das übrigens auch ganz geil aus mit General Lee. Und da ist er. Ist der cool? Wie geil ist der denn? Ich habe vorhin nur den Kopf gesehen. Der hängt sich da dran. Das ist ja cool. Noah, doch mal zwölf Bits raus. Ich mag keine Ungarn zahlen. Ja, aber so richtig gerade ist das auch nicht. Da musst du zehn oder zwanzig rausballern. Der ist sehr göttlich, der 800. Wo gibt es den denn zu kaufen? In Hamburg war mal ein Treffen zwanzig hintereinander. Ja, ich war in Bremen. Ich war in Bremen auf dem Treffen. Da hatte ich zwei gesehen. So, hier haben wir noch Asus ROG Wasserkühlung. Finde ich natürlich nicht so geil wie die von N6T. Außer man kann das vielleicht umstellen. Weil ich kenne die Wasserkühlung jetzt überhaupt nicht. Jetzt hätte ich gerne nochmal so ein... Okay, offensichtlich ist er auch The Big Bang Theory Fan. Hier haben wir so alle Sheldon, Lennart, Penny, Howard und der Raj. Moment, was war das jetzt dahinter? Was war das hier? Samsung, Samsung. Ja, hier eine Samsung-Box kann ich jetzt nicht genau sagen. Den Siege, Leute, Adelson, schick dir den Link. Ja, dann hau mal raus. So, jetzt hat Noah hier 20 Bits in mehr als 10 Bits. Super. Nee, also der hat es mir jetzt angetan. Der T800 hat hier ein mega, mega geiles Ding. Also die Idee war super cool. So, wir sind aber noch nicht fertig. Da war noch mehr drunter, ne? Ja, genau. Ach, habe ich vorhin vergessen zu liken. Schade. So, der kriegt ein Like. Und hier geht es weiter. Alter, der Monti, ne? Der hat auch fette Arme, wa? Und hier ein Nobel-Chess-Stuhl. Ich bin ja kein Nobel-Chess-Fan. Also die sind zwar, glaube ich, mega bequem. Wobei ich beim ersten Sitzen, als ich drin saß, fand ich die jetzt nicht so super bequem. Aber mir gefällt die Optik halt einfach nicht, ne? Gerade dieses gesteppte hier, dieses Karo. Boah, ich mag das auch in Autos nicht. Bei Autositzen, ne? Wenn die so gesteppt sind, ist überhaupt nicht meine Welt. Aber Nobel-Chess geht ab wie Sau, ne? Also hat DX Racer ja, glaube ich, längst vom Thron gestoßen. Früher war ja mal DX Racer die Marke überhaupt. Und mittlerweile ist ja Nobel-Chess. Wobei die Dinger natürlich schon teuer sind. Und hier im Fernseher, oder was ist das? Fernseher ist das, ne? Ja, und hier Big Bang... Lass mich raten, da läuft da Big Bang Theory. Schreib's rein. Da läuft gerade so Big Bang Theory. Und dann auch noch schön in Orange alles. Mega cool. Ja, okay, dann in der Kabellage. Die ist jetzt nicht grausam, aber ein bisschen arbeiten könnte man noch dran. Gestepptes Leder im Auto, äh, mega. Ja, ich weiß nicht, gesteppt, äh, heißt dieses Karo-Muster, ist das Steppen? Äh, weiß ich, wenn das so ist, dann, äh, okay, wer es gut findet, meins ist es überhaupt nicht. Ich mag so, ich mag sowieso allgemein so ganz einfache, glatte Formen, ohne viel Schnickschnack. Naja, also einfach so ganz glattes Leder und, äh, nix da, am liebsten natürlich Alcantara. Das finde ich immer schön. Der Sigelord, genau, The Big Bang Theory läuft da gerade. Zufall, oder? Ja, läuft höchstens wahrscheinlich 24-7 den ganzen Tag, ne? Aber, äh, Sigelord, jetzt mal im Ernst, ne? Die, so ab Staffel 8-9 wird's echt schlecht, oder? Also, ich liebe ja die ersten vier Staffeln über alles. Und ich muss sagen, obwohl ich, ähm, die Mädels ja teilweise, teilweise ganz nett finde, ähm, fand ich, äh, wurde die Staffel deutlich schlechter, als die ganzen Mädels dazukamen, dazukamen, ne? Also, und, äh, ja, dann, ich, so, Staffel 11 war wieder einigermaßen gut, Staffel 12 kannst du total in die Tonne hauen. Also, schade, dass sie das so verhunzt haben, so, zum Schluss. Da war, da war's nur noch, da ging's ja nur noch um, um irgendwelche Beziehungen, Hochzeiten und so. Nicht meins. Oh, das ist ein bisschen überbelichtet, das Ganze, ähm, kann man machen. Aber ich hätte jetzt gerne so eine Totale vom PC noch mal gehabt. Gerade unter hier das Highlight, das absolute Highlight. Ja, das war auf jeden Fall hier dein Siegesbild, würde ich mal so sagen, ne? Siegelaut zum Müde werden. Ja, ich mochte die Jungs auch lieber als Single. Er war lustiger, ne? Definitiv Siegelaut. Da sind wir uns auf jeden Fall einer Meinung. Sehr, 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 sehr cooles Setup. Gefällt mir super gut. Gut, nur, ich muss jetzt noch mal eben, du hast so viel reingeschickt, ne? Aber genau das, was ich gerne gehabt hätte, aber wir brauchst nicht reinschicken, nachträglich gucken wir uns das nicht, nicht an. Ich hätte jetzt gerne wirklich so eine seitliche Totale von dem PC gehabt, weil du hast wirklich so schön gemacht, das hier mit den, mit den Kabelsleeves auch hier oben. Ne? Und das ist ja im Prinzip mit Verlängerung gar nicht so viel Arbeit. Kostet halt nur ein paar Euro. Ne, schöner PC. Ne, finde ich super cool. Und den T-800, ich muss den auch haben. Ich muss den auch haben. Der ist so geil, ist der. Vielen Dank für das Setup, Siegelaut. Finde ich cool, finde ich cool, finde ich cool. Was war dies für eine AEO? Ja, hat er, hat er das dabei geschrieben? Ich glaube, oder? Du hast die, ausgerechnet die AEO jetzt nicht dabei geschrieben. Kann das sein? Ne, hat er nicht. Fehlt. Muss nochmal reinschreiben. Meister Yoda vergessen. Haben wir noch was vergessen? Wo ist der Meister Yoda? Sehe ich hier gar nicht. Hä, ich schalte nochmal um. Wo ist der Meister Yoda? Oder sind die noch mehr Bilder? Ne. Hä? Obwohl, ich glaube, ich habe vorhin auch einen Yoda irgendwo gesehen. Da hast du sogar recht. Aber wo ist der denn? Auf den letzten Post gehen. War ich doch. Ach, hier oder was? Hier ist aber kein Yoda. Hier ist auch kein Yoda. Also, ich habe vorhin Yoda gesehen einmal, aber irgendwie hat er sich selbstständig gemacht. Hä? Ja, ich habe den Yoda vorhin einmal kurz aus dem Blickwinkel gesehen, aber der ist weg. Der ist futsch. Ist keiner mehr da, der Yoda. Nicht finden, du mich wirst. Fuhlentrat. Sehr geil. Beste Antwort überhaupt. Beste Reaktion überhaupt jetzt auf die Suche. Nicht finden, du mich wirst. Super, super cool. Ich mache mal eben F5. F5 hilft ja immer, ne? Ist jetzt Jo weg. Ja, Segalord. Was hast du denn da jetzt gemacht? Yoda ist futsch. Ja, aber komm, wir können uns jetzt trotzdem nicht ewig damit aufhalten. Andere wollen auch noch drankommen hier, ne? Andere wollen auch noch drankommen. So heißt es ja immer bei WeWitMillionär, ne? Wenn die Leute Schiss haben, weiterzumachen. Ah, komm, andere wollen auch noch drankommen, ne? Ich haue jetzt ab. Was egal, trotzdem mega, mega cool. Vielen, vielen Dank für das schöne Setup und vor allem für das geile Hintergrundbild. Das war einfach der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Wir gucken weiter. Was haben wir denn hier so Schönes? So, den hatten wir ja schon. Was ist das denn? Das sieht ja urgemütlich aus. Ich glaube, den nehmen wir dran. Ich habe den Namen noch nicht gesehen. Der Name ist oben. Oben, ne, kann ich jetzt doch nicht einblenden, weil da unten noch ein Name steht. Aber den Namen sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Und ich sage, der kommt dran. Und ich weiß noch nicht, wer es ist. Und? Ich klicke mal drauf. Ne! Das ist jetzt Zufall. Das ist jetzt Zufall. Achso, der hat noch einen Post. Der hat zwei Posts. Okay, dann kommt der Sebeer auf jeden Fall jetzt dran. Das ist jetzt wirklich Glück, Sebeer. Das ist echt Glück. Deinen ersten Post hatte ich vorhin gesehen. Da hätte ich dich jetzt nicht direkt drangenommen. Aber dein zweiter Post, der hat es jetzt gebracht. Teil zwei. Nur du hast die jetzt leider nicht zusammengepackt, ne? Oder? Doch, du hast die doch zusammengepackt. Okay. Weil beim ersten hätte ich dich jetzt nicht drangenommen. Sebeer kommt dran. Ist das nicht wunderbar? Und der Sebeer ist natürlich da. Aber wo ist er? Wo ist er? Also die Freude bei Sebeer hält sich nur in Grenzen. Er hat noch nichts geschrieben. Wenn du nicht da bist, Sebeer, kommst du nicht dran. Ah, da ist er doch. Juhu. Da ist er doch. Der Sebeer ist übrigens der 22 The Div 7, ne? Und er ist jetzt auf jeden Fall dabei. Hier ist er. Das perfekte Bild von meinem Setup hat es nie gegeben. Okay, so viel dazu. Es sind immer unterschiedliche Phasen. Mein PC sollte grob eigentlich folgende Spezifikation haben. Sollte. Okay. Sollte groß geschrieben. Horizon 9 3100X seit Juni. Gigabyte X 470 Euro aus Gaming 7. WiFi. Sehr geil. RTX 2080 Euro aus Extreme am 29.05. gestorben. Wie? Mir ist noch nie eine Grafikkarte gestorben. Wieso passiert euch das? Aber hast du bestimmt ersetzt bekommen. Garantie oder irgendwie was? Oder ist sie jetzt tot? Irgendwie liegt in der Ecke oder wurde begraben? Das schreibt mal rein. Das würde mich mal interessieren. Also wie das geht. Seltsam. So, Teil 2 gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns jetzt erstmal die Bilder an, weil der PC ist natürlich schon sehr, sehr ansehnlich. Wunderschöne Custom Wasserkühlung ist da drin. Das, was der Monty immer noch nicht hat. Puh. Das Ding war teuer, denke ich mal. Das Ding hat, glaube ich, richtig, richtig Geld gekostet. Sebe, hast du das selber gebaut? Bärchen, wo bist du? Ne, Bärchen ist da, Sentin. Bärchen ist hier 22, the div zip. Hier, bei mir ist lila eine Schrift. Hat angefangen zu rauchen, hat das Geld zurück. Okay. Aber echt, mir ist noch nie eine Grafikkarte abgeraut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. PC ist sehr geil, ne? Das muss man schon so sagen. PC ist sehr geil. Nur Leute, ich weiß nicht, Sebe hat es vielleicht noch getan. Nur, jetzt vermisse ich es im Moment noch. Bitte einmal euren PC so von der Seite. Auf einem Bild. Nicht schräg oder so, sondern gerade von der Seite. Damit man einmal komplett euren PC sieht. Das muss nicht schön aussehen unbedingt, aber ich will einmal komplett das Innenleben gerne sehen. Und ja natürlich, aber die N6T, die, na okay, die ist natürlich falsch rum. Das N6T-Logo muss schon waagerecht sein, zum Boden. Jetzt dann sieht das geil aus. Trotzdem, das Ding ist optisch einfach eine Wucht. Ich möchte die N6T einfach optisch nicht mehr missen. Das ist so geil, das Ding hier, ne? So, das ist jetzt aber sein Zweit-PC logischerweise. Da steht bestimmt hier noch irgendwie was bei. Ja, hier ist ein Erst-PC und ein Zweit-PC. Das sind, an dem Moment, das war vorher, ne? Oder? Muss man dabei schreiben? Ich blicke gerade nicht durch. Ja, habe ich so zusammengebaut, aber ich weigere mich, einen Preis auszurechnen. Den musst du auch nicht. Also Preise müsst ihr nicht dabei schreiben. Ist falsch rum, weil sonst nicht alle 32 GB RAM reinpassen. Na, das ist doof, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Hallo Monty, hello Shit, der Nabulus ist auch wieder da. Das freut mich. Also, ich denke mal, das ist ein Zweit-PC, aber wir müssen erstmal lesen hier. Äh, Custom Vacu, okay, äh, keine weiteren Infos. Jetzt ist eine X-75 und meine alte Kraken X-62 drin und ich warte auf die RTX 3000er. Soll heißen, du hast die Custom Vacu rausgebaut und stattdessen die N6T reingepackt. Verstehe ich das jetzt richtig? Das mit der Kraken ist jetzt, weil ich die Vacu ausbauen musste, um die Graka rauszuholen. Ah, okay, da ist schon die Antwort. Da ist schon die Antwort. Sehr schön. Okay, er hat jetzt übergangsweise die X570, die X280 ist abgeraucht und er wartet jetzt einfach auf die 3000er. So, jetzt haben wir es und deswegen hat er die Custom Vacu rausgebaut. Und die, ja, ähm, welche ist das denn? Welche N6T? Wenn das nur groß ist, dann kannst du mir die reinschicken. Ich suche ja nur ein größeres Modell, ne? Okay, hier haben wir aber noch mehr Fotos, weil hier ist jetzt mit Fotos Feierabend. Schönes Gehäuse! Da ist Duck Bay 700! Sehr schönes Ding! Das seht ihr hier im Hintergrund, die auch stehen. Eines meiner Lieblingsgehäuse, würde ich fast sagen, ne? Aber das hast du auch mit den Sleeves, ne? Das sieht schon fett aus. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, die Sleeves sehen fett aus, aber es passt farblich halt nicht, ne? Ich würde jetzt, RGB, würde ich jetzt tatsächlich dann rot machen. Ja, ich wollte gerade sagen, oder schwarz, aber schwarz ist kacke, ne? Also ich würde jetzt echt dann rot machen, weil das besser mit den Sleeves passt. Ne, aber so trotzdem, jetzt mal getrennt, ne? Jetzt nehmen wir mal die Sleeves raus, dann sieht das mega, mega fett aus. Und, ähm, nehmen wir mal hier die Wasserkühlung und die ganze RGB-Kirmes raus, dann sehen die Sleeves auch trotzdem cool aus, ne? Ja, sehr schön. Bin schon fast ein bisschen neidisch. Ich hätte sowas auch gerne, aber ich bin halt zu faul. Wisst ihr ja alle, ne? Hier müssen wir eben noch hier ein Herzchen vergeben. So, der Monitor hat auch noch dabei geschrieben. 34 Zoll, 1440p, 100 Hertz. Der war teuer, denke ich mal. Äh, Sigalord schickt ihr gerade. Sigalord nicht, nicht zu viel, ne? Sonst wird das hinterher zu spammerig, falls es das Wort überhaupt gibt. Weiß ich jetzt gar nicht. So, der Sebeer schreibt noch. Hab ich ab und zu, aber irgendwann geht die Rot auf den Sack. Ne, dann mach Orange. Ist immer noch besser, aber kann man ja wechseln, ne? Das ist, äh, wie er Lust und Laune hat. Samsung 28 Zoll und Acer 27 Zoll. Peripherie kann ich nur in den Chat schreiben, wenn du willst. Ne, Peripherie braucht keiner. Das ist unwichtig. Und das, das hat mich im Prinzip drauf gebracht, Brat Sebeer das zu nehmen. Weil ich fand das hier geil. Natürlich schon wieder weiße Wände, wie üblich, aber ich brauche ja nicht mehr drüber schimpfen. Ihr ändert es ja sowieso nicht. Meinetwegen müsst ihr auch nicht. Nur weil Monty weiße Wände Kacke findet, ne? Deswegen müsst ihr jetzt nicht eure Wände streichen, ne? Also, bitte, äh, ne, ich bin nicht, äh, ich hab euch nichts zu sagen. Das ist nur meine Meinung. Und ich stehe ja in Deutschland gefühlt alleine mit der Meinung da. Mein Vater ist ja umgezogen, der hat alles weiß. Der hat zwar weiße Tapeten, aber alles weiß. Meine Schwester und Schwager haben ein Haus gekauft letztes Jahr. Auch alles weiß, ne? Ja, ist halt deutsch. Ist halt deutsch. Aber das hier sieht einfach geil aus. Ich mag ja, also in einer Art sind Schrägen ja Kacke, ne? Im Sommer ist es hier drin bestimmt relativ warm, Sebeer, ne? Gibt's zu. Es ist schon relativ warm da drin, ne? Aber Schrägen sind so urgemütlich. Es ist einfach mega gemütlich. Und ich mag Schrägen total gerne, ne? Also ich würde hier zwar nicht wohnen wollen, aber so ein Zockerzimmer zumindest für den Winter oder für kühle Tage oder so. Da ist das schon geil. Schon noch schön Teppich dabei. Hier muss einfach Teppich rein in so ein Zimmer. Und vor allen Dingen so ordentlich, ne? Es ist so mega ordentlich. Da scheint es ja sehr beengt zu sein. Aber trotzdem die pure Ordnung. So ein Kabel siehst du hier nur hier so ein bisschen und da so ein kleines bisschen. Okay, hier oben, das würde ich ein bisschen schöner machen, glaube ich. Ja, das Headset da, die Headset-Kabel, die sehen kacke aus, ne? Aber mein Gott, hat man ja, das benutzt man ja auch regelmäßig. Aber guck mal, Sebeer, was das für ein Ordnungsfanatiker ist, ne? Der ist genauso schlimm wie ich. Der hat hier rechts hat er die ganzen Icons und einmal links hingeballert, damit man auch schön in der Mitte das Bild zieht von Aorus, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mag ja so diese vollgeballerten Desktops nicht. Wo der ganze Desktop mit Icons vollgeballert ist, mag ich ja gar nicht. Am liebsten gar keine Icons drauf. Schrecklich. Hat er aber was geschrieben. Achso, hier ist eine Fentex D140. Solche Infos, ja, zur Wasserkühlung wäre jetzt auf jeden Fall noch nett gewesen. 45 Grad Highscore. Alter, 45 Grad in der Bude. Heftig. Das kannst du gar nicht so gut dämmen, dass da, wenn es hier mal im Sommer draußen 35 Grad sind, dann sind es hier drin auch 35 Grad. Ob du Fenster aufmachst oder zumachst, da kannst du, glaube ich, gar nichts dran ändern. Ich bin ja mein Freund davon, im Sommer bei Hitze unbedingt die Fenster zu machen. Komplett zu. Nicht auf Kippe. Wirklich dicht. Dann bleibt es auch kühl in der Bude. Aber da ist nichts zu machen. Da ist überhaupt nichts zu machen. Aber echt urgemütlich, Sebeer. Finde ich geil. Henrik, heißt er. Henrik. Ohne D. Nicht Hendrik, sondern Henrik. Was hat er in der Liege? Äh, Dunkirk. Ja, Dunkirk war ja nicht so meins. War ich ein bisschen enttäuscht von. Hier hat er noch eine Ramriege liegen. Nicht schlecht. Und was ist hier noch eine, ähm, ähm. Hier, äh, 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 äh. Sag mal, ich hab wieder einen Fertrüber vom Kopf. So, hier, äh, 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 wie heißt es denn? Jetzt sag mal. Komm nicht drauf. Soundbar, meine Fresse, Monty. Was ist denn mit dir los? Äh, das war heute mein, äh, das war heute der erste eigentlich, ne? Der erste Senilitätsanfall von mir. Geht eigentlich. Im letzten Stream war es schlimmer. Sehr, sehr geil. So, auch Noblechessstuhl. Der gefällt mir schon ein bisschen besser als der von vorhin. Weil der hat diese geraden Linien, ne? Äh, äh, jetzt kein, kein Karro, äh, gedönste Stickereien hier, glaube ich. Und er hat so ein bisschen Kontrast mit drin. Mit weiß und schwarz. Das sieht auf jeden Fall viel, viel schicker aus. Und Monster-Monitor, muss man mal so sagen. Äh, ist das nicht das Gleiche? Also, ich finde, das ist das Gleiche, oder? Hast zweimal geschickt, glaube ich, das Bild. Aber macht ja nichts, ne? Kann man sich auch immer wieder angucken. Jetzt das Ganze noch orange gestrichen oder so. Und ich sage, mwah, geil. Viel geiler kann man es gar nicht machen. Wir Monsterchen, weiße Wände sind am besten geeignet, um RGB-Beleuchtung richtig zur Geltung kommen zu lassen. Trotzdem sind weiße Wände kacke. Egal, ob RGB oder nicht. Ich mag weiße Wände einfach überhaupt nicht. Und davon bin ich nicht abzubringen. Da kann auch die, die nette Dame des Chats so viel schreiben, wie sie will. Und ihren Charme sprießen lassen. Keine Chance. Ich werde mich davon nicht abbringen lassen. So, geliked habe ich das Ganze. Das war es auch an Bildern. Und war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wir gucken weiter. Nice. Auch hier mal mit einer ROG Sparta. No-Go-About. Dachgeschosswohnungen im Sommer. Nachts Fenster aufreißen. Tagsüber rollen runter und Fenster zu. Und dann maximal 24 Grad. Also ich wohne ja im ersten Stock. Über mir ist ja dann ein Dachgeschosswohnung mit komplett Schrägen. Und ich mache das ja auch so. Nachts. Im ersten Stock kann man es ja machen. Also, Paterra würde ich das nicht machen, weil da ist die Einbruchgefahr natürlich zu groß. Aber nachts mache ich hier alles auf. Im Sommer. Mein Gott. Der Tee. Im Sommer, wenn es richtig heiß draußen ist. Nachts mache ich, dann werde ich die ganze Nacht alles hier komplett sperrangelweit auf. Wer es weiß, ja. Aber hier kommt keiner rein. Unmöglich hier reinzukommen. Da brauchst du schon irgendwie einen Kran, wo du dich mit rübersetzen lässt oder was. Also hier kommt auf keinen Fall jemand rein von außen. Von daher kann ich das machen. Und ja. Tagsüber. Also wenn es jetzt zwei, drei Wochen wirklich heiß ist. Dann machst du nichts dran. Dann sind sie hinterher auch 30 Grad in der Bude. Auch mehr. Ne, da ist nichts dran zu machen. Aber trotzdem. Tagsüber werden die Schotten hier dicht gemacht. Rollladen runter. Vorhänge zu, soweit ich welche habe. Und die Fenster auf jeden Fall zu. Dann ist es natürlich duster in der Bude. Aber es ist kühl. Und ich habe es lieber duster und kühl. Und der Prongs. Siebt es ja dann zap rausgeballert. Ich danke dir. Ne. So viel dazu. Aber wir gucken uns ja weiter Setups an, Leute. Ist ja noch nicht vorbei. So. Wen haben wir denn jetzt so schönes? Oh, ich sehe. Ne, Moment. Ich glaube, es war ein Trugschluss. Ne. Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, ich sehe farbige Wände. War nichts. Schade. Wäre schön gewesen. Leute, alle mit einem Foto fliegen direkt raus. Nehme ich nicht. Oder nehme ich doch. Ich finde es geil. Aber das machen wir ganz schnell. Machen wir ganz schnell. Weil ich es geil finde. Weil ich es wirklich cool finde. Schön gemacht. Aber es ist nur ein Foto. Ist kacke. Er hat dabei geschrieben. Folgen noch ein paar Bilder. Du weißt bestimmt auch jetzt schon, wer gemeint ist. Nehme ich dir Brian Helwig namens oder auch genannt TreeWorker. Wer bist du? Melde dich bitte. Brian Helwig. TreeWorker auf Twitter. Dich möchten wir uns kurz angucken. Oder hast du jetzt dabei geschrieben. Noch ein paar Bilder. Aber es sind keine paar Bilder da. Es ist nur ein Bild da. Das ist ein bisschen wenig. Moin, bin da. TreeWorker69. Schön. Freut mich. Neh, nur ein Bild ist ein bisschen schwach. Muss ich mal so sagen. Aber weil ich dein Foto wirklich, wirklich geil finde. Nehmen wir es natürlich dann trotzdem dran. Ist aber etwas zu wenig. Ist noch ein Post. Neh, du siehst hier drunter. Ist noch ein Post. Da ist aber nichts. Noch ein paar Bilder. Bam. Leer. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Das Ding hier kriegt natürlich auch sofort ein Like von mir. Jeder hat schon mal was dabei geschrieben. Lian Li. Ey, das Gehäuse. Das ist im Moment so unglaublich in. Jetzt mal im Ernst. Alle, die dieses Gehäuse kaufen wollen, gekauft haben. Ist noch ein extra Post. Ah, das ist schlecht, Brian. Noch ein extra Post ist kacke. Da muss ich ja gleich wieder rumsuchen und alles. Das ist nicht schön, wenn du das im Zweiten... Immer als Antwort. Leute, immer als Antwort. Nicht... Bitte macht keinen zweiten Post. Das funktioniert nicht. Das ist echt nicht gut. Ne, ich suche gleich zwar nochmal, ob ich den jetzt auf die Schnelle auch finden werde. Aber bitte immer nur einen einzigen Post machen und dann antworten. Dann habe ich auch alles hier schon in einen. Neh, aber schreibt mal bitte rein. Wenn ihr hier so ein Lian Li Gehäuse habt, kaufen wollt oder was, wie seid ihr auf dieses Gehäuse gekommen? Mich würde mal interessieren, wieso dieses Gehäuse im Moment so steil geht. Wurde das irgendwo getestet? Macht Lian Li im Moment Werbung wie Sau? Weil Lian Li macht ja gar nicht viel Werbung. Wie kommt es, dass im Moment jeder dieses Gehäuse kauft? Was ja wirklich sehr schön ist. Das muss man ja sagen. Dann Z390 Euro, Master i7, 8700K, 32 GB Trident Z, 3200, Nvidia 2080 Ti sogar. Alter! Naja, hat mal ein bisschen was springen lassen für eine Grafikkarte. Wasserkühlkomponenten, Aquacomputer, neunmal neuesten Blocker, ELOPS. Ja, von den ELOPS halte ich ja leider nicht so viel. Ich habe damit ja schlechte Erfahrungen gemacht. So, der Treeworker 69, ja, sorry, war ein Versehen. Ich habe das Gehäuse schon seit drei Jahren. Ist die erste Version. Okay, aber im Moment das Gehäuse sieht und hört man einfach nur. Und ich finde das echt schön gemacht hier. Du hast ja zum einen natürlich eine schwarze Wand, ne? Kommt natürlich sofort gut bei Monty. Und weil du hast das hier alles schön, ja, mit den Regalen und hier die Packungen drauf und alles. Das sieht einfach stimmig aus. Das gefällt mir einfach. Ist das ein NAS? Das ist ein NAS, ne? Sieht eigentlich aus wie ein Retro-Monitor im ersten Moment. Aber das dürfte doch ein Server oder ein NAS sein, denke ich mal. Ne? Und ja, okay, Curved-Monitor, ihr kennt meine Meinung dazu. Das muss ja jeder selber wissen. Aber der PC sieht auch sehr geil aus, ne? Der PC sieht schon cool aus. Es ist schon... Das Gehäuse ist lecker. Muss ich sagen. Ich habe ja schon ein paar Streams gesagt. Das Gehäuse muss ich mir echt mal kommen lassen. Treeworker, nein, das ist ja ein älteres Corsair-Gehäuse. Das ist jetzt ein Corsair-Gehäuse. Das ist jetzt nicht das Lian Li, oder was? Das ist mir kacke geil. Das Gehäuse ist mega geil. Also, wieso schreibst du denn hier Lian Li, wenn das jetzt ein Corsair... Achso. Ah, Moment. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Du meinst das hier noch, ne? Ich dachte schon, weil das ist doch das Lian Li. Ne, ne, okay. Das ist ein Corsair-Gehäuse. Aber irgendwie so ein kleines Mini-Gehäuse da, ne? Ich dachte, du hast dann in der Nasse oder was reingeballert. Das weiße. Okay, ich dachte schon. Jetzt bin ich gerade völlig verwirrt gewesen. Weil das Lian Li habe ich auch zumindest so eh nicht auch in Erinnerung. Ne, sieht echt schnieke aus. Und auch hier schön... Da ist es... Ne, sind das nur Lüfter oder ist das ein Radiator? Ne, das ist halt Radiator. Ne, da ist ein Radiator drin. Die Lüfter. Oben hat der, glaube ich, auch noch ein Radi drin sitzen. Vorne hat er, glaube ich, keine Lüfter. Das sehen wir vielleicht auf den anderen Fotos gleich. So, ich hoffe jetzt inständig, dass ich die Fotos jetzt auch schnell finde, die er da reingeballert hat. Das muss ich natürlich wieder ohne euch machen. Gucken wir mal. So, haben wir natürlich ganz schnell gefunden. So, hätte ich auch ohne Umschalten machen können. Ich bin einfach auf seinen Account gegangen und da waren die nämlich schon. Nur ein paar Bilder. So, jetzt hier gibt es auf jeden Fall die volle Hütte an Hardware Power. Meine Fresse. Das sieht schon voll aus, ne? Das sieht schon sehr voll aus. Wenn es läuft, sieht es auf jeden Fall geil aus. Moment, er hat ja auch hier ein paar... Hier, das sieht mega aus. Aber wenn es nicht läuft, wenn es aus ist, boah, ist wirklich vollgeballert, das Gehäuse. Neun Lüfter. Und du hast mit den E-Loops keine Probleme, dass sie so ein bisschen brummen oder so. Türwerke 69, hinten ein Radiator, oben ein Radiator. Also unten ist kein Radiator. Ja, jetzt sehe ich es auch. Hier sieht man es auch. Unten ist kein Radiator. Unten baut man in der... Also, ich habe schon einige PCs gesehen, wo unten Radiatoren drin waren. Aber dann musst du dir auf jeden Fall zumindest ein bisschen hochstellen. Oder irgendwie was, ne? Aber in der Regel macht unten ein Radiator jetzt nicht so mega Sinn. Ne, aber mit den neuen E-Loops... Ich hätte mir die persönlich nie geholt, weil bei mir fingen die mal an zu brummen. Und ich hatte mehrere E-Loops und die fingen alle an zu brummen. Die nervten tierisch, die Dinger. Ja, allein Lüfter hast du dir richtig was kosten lassen, ne? Allein die Lüfterarmada hier, die kostet richtig... Nö, die unteren Lüfter rauchen... Rauschen ein bisschen, okay? Die anderen höre ich nicht. Das muss ja auch so sein. Das ist schon ein fetter PC. Okay, der gefällt mir schon super gut. Und die RTX hier auch noch schön unter Wasser gesetzt, die 2080T. Ja, wenn du einen Preis für uns hast oder so, weil es das ganze Geld uns mal zusammen gekostet hat, kannst du ruhig raushauen. Aber bitte einen realistischen Preis. Also bitte wirklich einen echten Preis und nicht irgendwas hohes hier raushauen. Ach, Moment. Ich glaube, mit dem Lian-Li-Gehäuse haben wir es ja schon. Sehe ich jedes... Jedes Mal fällt mir das ein, wenn ich das Gehäuse offen sehe. Hier, Lian-Li, der Bauer. Aber ich glaube, da wurde irgendwie ein bisschen Werbung rausgehauen oder was. Kann das sein? Ich denke mal, das war das. So, dann machen wir mal weiter. Das ist schon nett. Das ist schon geil. Aber... Hier sieht man es nicht so. Aber hier sieht man es. Ne, Moment. Das ist anders. Hier sind die Kabel hinterher. Und hier sind die Kabel über der Tube. Das hier sieht natürlich kacke aus. Das ist nicht schön. Das ist schön. Das ist nicht schön. Die Lüfter habe ich gebraucht gekauft. Kostet circa 2.800 Euro. Okay, das ist schon eine Stange Geld, ne? Aber Lüfter gebraucht... Hau mal raus. Was hat ein so ein Lüfter gebraucht denn gekostet? Sind das 120er oder 140er? 140er sind das, glaube ich, ne? Weil Lüfter gebraucht kaufen, auf die wäre ich zum Beispiel im Leben nicht gekommen. Da wäre ich nie drauf gekommen. So ist mega geil. Das ist fett. Ah, lecker, lecker, lecker. Vor allen Dingen... Vor allen Dingen die milchigen Haartubes, ne? Hat was, ne? Sieht man selten. Die milchigen Haartubes finde ich schon sehr cool. Und das passt auch ziemlich gut zu den Trident Seas, ne? Weil die ja auch so diesen milchigen Effekt haben. Und dann die Haartubes passen dabei. Das kommt gut. Also ich weiß nicht... Also ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich schicker finde als so glasklar. Aber das ist auf jeden Fall anders und irgendwie schon geil. Türworker 120er, 10 Euro circa. Ja, Spaß auf jeden Fall. Ja, knapp die Hälfte, ne? Aber du weißt ja, Lüfter gibt es mittlerweile auch als 140er. Aber die passen doch in das Gehäuse rein. 140er, oder? Gehe ich mal von aus. Weil ich habe auch eine 120er da. Und die kostet, glaube ich, so 18 oder über 20 Euro, glaube ich, das Stück. Also die sind schon relativ teuer. Das geht schon. Ne, sehr, 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 sehr schöner PC auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gerne noch so ein bisschen mehr Umgebung gesehen. Aber ich denke mal, das war es so mit der Umgebung, ne? Ich denke mal, viel mehr... Viel mehr ist da nicht gewesen. Hier haben wir das andere. Oder war da noch was drunter? Das sind andere Fotos, ne? Ne, das sind andere Fotos sogar. Ah, hier kommen ja noch mehr. Ne, das ist schon älter. Dürfen wir uns ja angucken. Auch wenn das jetzt nichts damit zu tun hat, glaube ich. Kein Setup für Monty bei. Aber trotzdem, ich mache es jetzt mal auf. Weil hier sieht man das nochmal so ein bisschen anders. Diesen Kerl hat man vorhin nicht richtig gesehen. Eine andere Beleuchtung ist das. Ich hoffe, hier sieht man jetzt nichts Privates oder so. Aber dann hättest du es ja nicht öffentlich auf Twitter gepostet, denke ich mal. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Also ich finde das hier auch alles sehr schick. Schön aufgeräumt. Okay, von diesen Mäusen halte ich gar nichts. Ich finde die Mäuse so hässlich. So unglaublich hässlich. Das ist das Einzige, was ich zu interessieren. Womit guckt der da? Ravioli! Jawohl, der Quickie ist auch auf jeden Fall am Start hier bei ihm. Finde ich sehr cool. Hast du aber natürlich jetzt bei mir keine Punkte gemacht, ne? Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Aber die Maus geht gar nicht. Ich finde die so unterirdisch hässlich. Nicht schön. Machen wir auch nochmal hier. Lacken wir auch nochmal das Ganze. Hier nochmal ein paar Nahaufnahmen. Alles ein bisschen älter. Ich glaube, das hast du schon mal irgendwie reingeschickt oder so. Oder ich weiß es nicht. Sehr schön. Okay, nee, das ist auch nicht schön, ne? Aber mit den gekreuzten Kabeln. Aber es ging nicht anders, ne? Konntest du die Kabel nicht hier unten durchziehen? Ging das nicht? Der Treeworker von dem Zimmer habe ich keine weiteren Bilder. Die Maus läuft schon sieben Jahre, ne? Ja, die Mäuse sind schon älter. Aber ich fand die damals schon abgrundtief hässlich. Ah, okay. Das ist nicht schön mit dem Kabel. Ich weiß nicht, ob man das auf den Bildern vorhin schon gesehen hat. Dann habe ich es vielleicht übersehen. Das ist... Ja, hier, ne? Das würde mir jetzt nicht gefallen. Aber ich denke mal, du weißt, dass das nicht schön ist. Und du hast sicherlich keine anderen Möglichkeiten, das anders zu machen. Kann ich mir vorstellen. Vedetta Reach, schau da. Guten Abend, Monty. Oder, nee, guten Abend, schreibt da. Guten Abend. Schön, 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 schön. Und Rocking Gork hat ein Sub rausgehauen. Ich danke dir. Die hatten wir auch noch nicht. Ne, das war jetzt aber Setup für Monty. Achso, für damals war das noch. Achso, das war jetzt alles noch für damals. Und der Anhang hier auch noch, der gehört ja auch noch dazu. Also war das sogar offiziell für Setup für Monty. Dann gucken wir hier auch noch mal eben rein. Dann haben wir auch alles durch. Choir Graphics Next. Yeah. Hast du den selbst gebaut? Habe ich gar nicht gefragt, ne? Hast du den selbst gebaut? Äh, Rocking Gork, was hat der denn geschrieben? Oder? Äh, hä? Der hat doch gerade... Ja, er hat gerade gesuppt und, äh... Schreiben alle... Sander schreibt Danke. Okay, hat jetzt nichts damit zu tun. Ist auch egal. Ja, das war's. Mit dem Brian Helwig oder dem Treeworker. Vielen Dank auf jeden Fall für die schönen, schönen Bilder. Das hat jetzt auch mal wieder richtig Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, ist alles gebaut und gebogen. Alles selber gemacht. Respekt. Respekt. Das könnte ich persönlich nämlich nicht. Noch nicht vielleicht. Vielleicht ändert sich das ja mal. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, ich muss mir schon wieder Tee nachschütten. Aber heute habe ich mir eine komplette Kanne hier fertig gemacht. Also so schnell ist das noch nicht weg. So, und jetzt haben wir wieder ein bisschen ASMR. Hört ihr ein bisschen, ne? Aber laut hört ihr das glaube ich nicht, denke ich mal. ASMR, genau. Guten Abend, Krey. Lia ist auch wieder dabei. Trau dich, Monty. Macht Spaß. Ja, glaube ich auch. Ne, glaube ich, dass es Spaß macht. Aber ich traue mich nicht. Ne, ich traue mich nicht. Wir gucken weiter. So, jetzt gehe ich mal ganz, ganz, ganz weit runter. Erst mal gucken, wie viele heute überhaupt insgesamt... Ah, das sieht nett aus. Das sieht echt nett aus. Okay, nett ist eigentlich so der kleine Bruder von Scheiße, ne? Aber, ne, sieht wirklich gut aus. Auch wenn ihr das nicht gesehen habt. Auch nicht schlecht. Erst mal überhaupt gucken, wie viel ist denn überhaupt so reingekommen heute? So, das war das letzte vom 21. Juni. Und hier ist so das erste. Okay. Dann gucken wir mal, wenn wir dann so ein schönes hier raussuchen können. Hatten wir den nicht schon? Kommen wir so bekannt vor? Weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut... Wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich bin jetzt nicht schlüssig. Der war doch noch nicht dran, oder? Ne, der war noch nicht dran. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber, äh... Nein, wer doppelt schickt, der gehört eigentlich, äh, ne? Der gehört eigentlich, äh, zu 1070Ti gepackt und regelmäßig von meinem Schreibtisch runtergeschubst. Das kommt mir bekannt vor, aber den hatten wir noch nicht. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme es jetzt dran, weil, ähm... Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Deswegen nehmen wir es mal ran. Und es ist der Maurice Kirschner. Ja, Maurice K73, melde dich mal eben. Adlauge isst gerade Cookies. Ja, dann, äh, guten Appetit, würde ich mal so sagen, ne? Lecker, lecker, lecker. Cookies gehen immer. Und ich werde gleich ein bisschen was grillen. Maurice ist da, Moin! Aber du bist, äh, nicht der Maurice von YouTube, oder? Maurice, äh, boah, wie heißt der mit Nachnamen nochmal? Ein ganz fleißiger Kommentator bei mir. Denke ich aber mal nicht, weil ich glaube, dann hättest du dich schon entsprechend gemeldet. Schattenwolf ist auch dabei. Moin, willkommen! So, wir gucken jetzt mal rein bei Maurice. Und, äh, nee, Maurice, du hast das noch nicht geschickt gehabt, ne? Wir hatten aber mal so ein ähnliches Setup. Das war jetzt nicht so ganz weit davon entfernt. Und ich fand das gerade so lustig mit dem Kakao hier stehen. Muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Ähm, eigentlich finde ich die Lösung ja ganz geil mit dem PC da oben, ne? Weil das mal was anderes ist. Was ich überhaupt nicht geil finde, ist natürlich die Richtung, in der er steht. Weil du hast jetzt genau in die falsche Richtung die Kabellage hier stehen. Also, nur das Doofe ist, natürlich, es liegt am Gehäuse, weil das Gehäuse auf der anderen Seite natürlich kein Glas hat. Aber dann hätte ich mir jetzt, wenn, ich weiß ja nicht, wie es finanziell aussieht. Na, Monti, servus, 77T, Kirito, hallo. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit gehabt hättest, ein anderes Gehäuse zu kaufen, dann hättest du jetzt zum Beispiel ein BeQuiet, ähm, äh, 900er, äh, Dark, ähm, Dark Base 900 kaufen können. Ist natürlich teuer, gebe ich zu. Weil das konntest du komplett umswitchen. Da hättest du komplett die Glasseite dann auf die andere Seite packen können. Und das wäre natürlich deutlich geiler gewesen. Ich denke mal, äh, es wird einfach am Gehäuse gelegen haben. Du hattest eine geile Idee, finde ich cool. Aber das ist natürlich suboptimal mit den Kabeln da, ne? Nicht ganz so schön. Sonst aber natürlich geil. Ich mag ja übrigens dieses Holz, diese Holzplatten. Finde ich sehr, 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 sehr schön. So Eichenholz, dunkles Holz und so immer ist, ist absolut mein Fall. Auch wenn das mittlerweile gar nicht mehr so modern ist. Und du bist ja offensichtlich ein kleiner Streamer, der Maurice Kirschner. Du kannst ja auch, wenn du Bock hast, kannst du ruhig deinen, äh, Twitch-Kanal oder was hier, äh, einmal posten. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Aber bitte nur die posten, die jetzt zum Beispiel auch drankommen oder was, ne? Nicht, dass jetzt hier jeder seinen Twitch- oder YouTube-Kanal raushaut. Das macht jetzt nur ausschließlich der Maurice, wenn er Bock drauf hat. Dann darf er das gerne machen. Äh, Treeworker, naja, ob rechts oder links, die Kabel bleiben frei. Ja, ja, richtig, aber du siehst ja, hier ist eine Wand, hier ist Fenster. Da guckst du ja nicht so oft hin. Wenn du hier ins Zimmer kommst, egal von wo, du guckst ja zuerst immer auf diese Seite. Und deswegen, äh, werden die Kabel auf jeden Fall auf der anderen Seite ein bisschen besser. Wir gucken aber erstmal, er hat ja aber, glaube ich, auch, hat er überhaupt was dabei geschrieben zu seinen Komponenten? Weil da finde ich jetzt gerade nix. Da, hier ist noch mehr. Ach so, da, Equipment. Hat er extra noch ein Bild reingemacht. Ja, so, so ist er auch schön, ne? Das ist natürlich, oh, da hat er sich ja sehr viel Mühe mitgegeben. Maurice, hallo, das ist mein Twitch-Kanal. Viertes Bild. Wo ist denn dein Twitch-Kanal? Ach so, ja, okay. Egal, kannst du gleich reinposten oder so. Ich hab's jetzt gerade nicht gesehen. Wir haben wieder mal ein Intel 8700K. Hatten wir vorhin schon, oder was? Doch, war auch ein 8700K, glaube ich. 4,9 GHz, das geht schon, ne? Für ein 8700K geht das schon. Silenzium PC, Navis RGB 360, CPU-Kühler. Kenn ich gar nicht. Sagt mir überhaupt nichts. GTX 1080T, Phoenix Golden Sample. Oh, die war teuer, glaube ich. Die hat richtig Geld gekostet. Corsa Vengeance RGB 32GB, 3600. Fractal Design Defined. Daher kam mir das Gehäuse bekannt vor. Ich wusste gerade, dass ich das Gehäuse irgendwo erkenne. Aber ich kam gerade nicht drauf. Hey, Noah, wieso wird denn Maurice Twitch-Kanal hier? Mach den mal frei hier. Wurde von Noah gesperrt, gelöscht hier. Maurice K. darf seinen Twitch-Kanal auf jeden Fall posten. Untimeout hier, ne? Geht ja gar nicht. Das hat der Noah sicherlich nicht mit Absicht gemacht. Ne, ich habe ja gerade gesagt, der soll ja seinen Twitch-Kanal posten, wenn er will. Der darf das. So, weiter geht's. Intel SSD 660p, 2 Terabyte. Okay, das geht schon. Be quiet, thread, power, 10, 600 Watt. Sehr schönes Netzteil. Dann Rode NT1-A. Das absolute Kult YouTube-Twitch-Mikrofon. Ist jetzt mittlerweile zwar nicht mehr ganz so Kult. Mittlerweile haben ja andere Marken das Ganze entgegengenommen. Ähm, aber dein, ja, Maurice, aber leider ist dein Kanal jetzt getimed, beziehungsweise gelöscht worden. Äh, von daher, ich, äh, warte mal eben. Ich hau das jetzt mal eben raus. Damit's jetzt auch mal wirklich klappt. www.twitch, ich kann's nämlich leider nicht kopieren, .tv, Maurice, ne, schreibt sich ja genauso, ne? Maurice K, ne? So, jetzt haben wir's, glaube ich. Das ist sein Twitch-Kanal. Könnt ihr mal draufgucken, wenn ihr Bock habt. Dann wisst ihr auch, mit wem wir hier es gerade zu tun haben. Ähm, Biodynamic, DT-770 pro Noah, 100 Bills, Strafgebühr, ach man, du musst doch keine Strafe zahlen. Jeder macht mal Fehler. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann Soundkarte, Olympus, okay, kenn ich, damit kenn ich mich gar nicht aus. Monitor, einmal Acer, Predator, zweimal Philips, 275 E, Zubehör, okay, das interessiert uns nicht. Cam Setup, Logitech Streamcam, ähm, und, äh, zweimal, ich weiß gar nicht, wie man's ausspricht, Nivea, Nua, oder weiß ich gar nicht, USB-Video-Licht, hab ich mir immer noch nicht geholt. Ich bin zu faul, mal ein bisschen zu suchen, zu gucken, ich brauche oben ein Videolicht, weil ich immer noch die blöden Softboxen hier stehen habe. Die nerven so ein bisschen. Bäm, so, dann gehen wir mal jetzt zurück. Und hier ist das ein schöner PC. Naja, ob der so schön ist, eigentlich mit den RGB, das sieht geil aus, aber nach rechts hier darf ich nicht gucken, dann wird mir ganz, 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 ganz anders. Die Kabel, ja, die Verkabelung ist eine mittlere Katastrophe. Selbst wenn hier hinten alles offen ist, das kann man schon schöner machen, Maurice, ne? Das geht schöner. Definitiv. Der Rest sieht natürlich geil aus. Äh, was ist das jetzt für eine Wasserkühlung gewesen? Da, Silenzium. Deswegen, die kannte ich ja auch nicht. Sieht gar nicht mal so hässlich aus, ne? Die ist ganz, finde ich gar nicht so schlecht optisch. Okay, die Schläuche sind jetzt nicht mega schön. Das kann man besser machen. Naja, aber sonst hier, du, auf jeden Fall, den Block finde ich ganz nett. Maurice, ich weiß, muss ich mich mal dransetzen. Da musst du dich unbedingt dransetzen. Ne, also das wird es bei mir nicht geben. So ein Kabel-Chaos da, das ist schon, das ist schon, schon hart. Aber sonst, ne, sonst schön. Gerade jetzt mit den Speicherregeln, die sehen mega, mega geil aus. Das waren jetzt nochmal welche, die Corsair Vengeance. Die hatte ich ja selber noch nie im Einsatz. Die sehen echt geil aus, ne? Mit diesen, diesen abgesteppten oder wie auch immer man das sagt, ähm, einzelnen, ähm, Dioden da, das, das hat was. Finde ich sehr geil. Ne, so, also hier alles schön, ne? Nur, nur das hier, das muss weg. Das, das muss unbedingt weg. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, jetzt, jetzt, das Licht fällt jetzt ganz ungünstig. Jetzt sieht das sogar noch schlimmer aus. Und wenn es gar nicht besser geht, dann würde ich mir da ihr eine Blende vormachen. Unbedingt ihr eine schwarze Blende für basteln oder was und die dann da vorballern. Dann ist das auf jeden Fall viel schicker. So. Und das hier, ne, eigentlich ja auf jeden Fall schick. Jetzt gerade so für Stream oder so. Ich glaube, die Lampen sind gar nicht so schlecht. Das tut schon ganz gut. Ähm, und natürlich, hey, gelbe Wände oder beige Wände, das kann man jetzt nicht sogar noch sehen, welche Farbe das ist. Aber juhu, dafür kriegst du auf jeden Fall ein paar Pluspunkte von mir. Sehr geil. Nein, musst du, also hier Maurice, ne? Nur weil ich das sage, das finde ich nicht schön. Musst du, musst du es übrigens nicht tun. Aber ich finde es persönlich nicht so schön. So, dann hat er hier noch einen, ähm, Post. Als Subwoofer nutze ich zweimal den Miwok Hype. Die kenne ich alle nicht. Und die Regalautsprecher JBL Control One. Die sagt mir schon mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass Twitch bei dir so gut läuft. Aber ich bin sehr glücklich darüber. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, hier nochmal Kabel Hardcore, ne? Aber hier ist es ja nicht ganz so schlimm, weil das ja unterm Tisch ist. Kann man natürlich auch noch ein bisschen schöner machen. Aber im Prinzip sieht es ja trotzdem von oben, und das ist ja mal das Wichtigste, von oben sieht es ja nun mal sehr ordentlich aus, ne? Hier ist es schick. Hat er natürlich vielleicht auch extra so ein bisschen passend fotografiert, damit man die Kabel hier nicht so schön sieht, ne? Das ist natürlich möglich. Ja, nur trotzdem, ich, ähm, es ist, eigentlich ist es ganz schön. Ich würde hier vielleicht noch, keine Ahnung, noch ein bisschen Bilder oder irgendwie eine Regale machen, wo man noch so ein paar Packungen hinstellt. Und noch ein bisschen Hardware. Hier auch noch, damit man dann auch hier diese, diese Schraublöcher nicht sieht. Und den PC, äh, der muss eigentlich andersrum. Ansonsten finde ich das schon ganz geil. Deswegen, so, ich bin zwiegespalten bei dem, ne? Ich bin sehr zwiegespalten. So, dann nehmen wir mal den nächsten dran. Habe ich denn jetzt auch überhaupt alles geliked hier von ihm? Das habe ich geliked, das habe ich geliked. Jawollo, jawollo, jawollo. Na, ich brauche jetzt mal einen Schluck Tee. Tee ist immer wichtig. Bei mir ist so ein Tisch ja auch noch nicht final Ordnung. Okay, Treeworker macht auch noch ein bisschen was. Maurice K., vielen Dank für die konstruktive Kritik. Ja, ne? Würde ich sagen, ist konstruktiv. Nur beim Gehäuse kann er ja nichts dafür im Prinzip, ne? Weil das Gehäuse ist halt so, da kann man die Glasplatte oder beziehungsweise die Ausrichtung des Mainboards nicht ändern. Und dann hast du das halt, ne? Und bei Gehäusen, wo man das kann, die kosten halt richtig, richtig viel Geld. Welchen Tee? Immer noch Pfefferminz, Tee, Metal, Fire. Rockyrock müsste mal die andere Hälfte vom Schreibtisch aufräumen. Einfach mal Kabel auf den Tisch, ganz genau. Moin, Monty, Fleischex, willkommen. Ja, neues Gehäuse. Ja, äh, Sentin, kostet Geld, ne? Hat nicht jeder mal eben, hier 200, 180, 200 Euro kostet zum Beispiel das Dark Base 900. Ähm, ja, das hat nicht jeder mal eben über. Das ist halt eine ganze Stange Geld. Kabelchaos. Achso, hast du zugelassen, Noah. Okay, dann ist alles gut. Vielen Dank an die Leute, die gefollowt haben. Ja, ne? Haben wir euch hier noch ein paar Follower verpasst? Ist doch alles sehr gut gelaufen für dich. Wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Eigentlich wäre es geil, ne? Wenn man so einen Zufallsgenerator hier jetzt hätte, ne? Wäre auch ganz interessant. Einen Zufallsgenerator. Wisst ihr, was ich heute mache? Ich meine, es ist wirklich ein Zufallsgenerator. Ich gucke jetzt einfach mal weg. Ich habe hier zwar jetzt auch Twitter offen, aber da sehe ich jetzt nur meine Hauptseite. Ich gucke jetzt einfach mal weg und gucke jetzt mal, was rankommt. Ich sehe es jetzt wirklich nicht. Eben die Maus positionieren. So, und jetzt mache ich mal ein paar Mal rauf und ein paar Mal runter. Einfach damit jeder auch mal wirklich eine Chance kriegt, ohne dass ich da voreingenommen bin. Und der, der jetzt gleich als erstes drin ist, wenn er natürlich nicht schon war, den nehmen wir jetzt einfach stumpf dran. So, und ich sage jetzt Stopp. Passt. Passt. Passt sehr gut. So, und ihr seht es, ich mache jetzt nichts mehr. Ihr hört es auch, ne? Mein Mausrad hört er ja immer. Ich drücke jetzt einfach mal nur Klick. So, gewonnen hat. Und es lohnt sich aber auch. Sieht auch schick aus. Der SLS HD 1512, den habe ich vorhin schon gesehen, denn der heißt ja ganz genau so. Melden, bitte melden. Ich finde das ganz gut mit dem Zufallsgenerator, mit meinem selbst kreierten jetzt, ne? Oder? Kann man machen. Äh, Sequilla, kannst du dir bauen? Hab, äh, hab einiges Streamer. Okay. So, da ist er, SLS HD bin da. Wunderbar. Dann schalte ich mal direkt um in deinen Post hier. Du bist der erste glückliche Gewinner meines selbst erstellten Zufallsgenerators. Mega, mega schön. So, was haben wir jetzt? Specs Laptop mit i5-9600H. Leider nur 8 GB RAM, bald aber 12 GB RAM. Genau, kann man, Laptops kann man ja viele zumindest ganz gut aufrüsten. Nur 8 GB sind natürlich mittlerweile ein bisschen wenig. GTX 1060T Mobile. Da hast du auf jeden Fall mehr Dampf als ich denn. Ich habe nur eine 1050T in meinem Hauptlaptop. Ne, ich habe auch nur einen Laptop. Tastatur, okay, ist jetzt nicht so interessant. Fernseher ist ja einer von LG, UAD, 60 Hertz, 1,80 Zoll. 31 Zoll? Hast du dich hier da vertippt, oder? 31 Zoll? Gibt es das? Das würde mich ja jetzt mal brennend interessieren. Dann schreib mal rein, ob du dich da vertippt hast oder ob es den wirklich so gibt. So, und hier, ne, sieht natürlich auf jeden Fall schön aus. Mit ein bisschen RGB-Bling-Bling. Und natürlich auch, weil die weiten Monitore hier an sind. Sind 62 Zentimeter. Ja, 62 Zentimeter sind nicht 31 Zoll. 1 Zoll sind 2,5 Zentimeter knapp. Also passt es nicht so ganz. Hab 31,5 Zoll. 2,54, ne, ganz genau. So, aber ich finde, das ist ja nicht viel, ne. Das muss man ja sagen, das ist jetzt natürlich nicht viel. Er hat einen Laptop hier, er hat jetzt keinen großen Desktop-PC oder was. Aber er nutzt die Möglichkeiten auf jeden Fall, ne. Am großen Monitor hat er ihn noch angeschlossen. Er hat extra neue Tastatur und Maus dazugeholt. Und hier so eine kleine, richtig schöne, gemütliche Gaming-Ecke. Das gefällt mir. Hier unten noch ein bisschen LED-Beleuchtung. Hauen wir natürlich hier sofort noch unser Herzchen raus. Natürlich. Selbstverständlich. Aber Hintergrund ist höchstwahrscheinlich die... Das ist die Milchstraße, ne. Das ist ein Bild von der Milchstraße, denke ich. Jetzt natürlich ein bisschen stark überbelichtet. Aber können wir von ausgehen. Er schreibt jetzt gerade nichts. Dann gehen wir mal weiter. Ein bisschen aus der anderen Richtung. Denke ich mal, mit dem Handy gemacht. Deswegen, die Qualität ist jetzt nicht so mega. Hier bekommen wir jetzt auch nicht wahnsinnig viele andere Eindrücke. Hab einfach irgendwas genommen. Okay. So viel dazu. Dann schreibt er auch noch, bald kommt noch ein Eck-Schreibtisch dazu. Das habe ich vorhin gar nicht mehr gelesen. Ne, und dann hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Ne, das ging jetzt relativ schnell oder... Ne, das sieht jetzt alles relativ ähnlich aus. Doch hier haben wir jetzt ein... Ne, auch nicht. Was hat er denn hier hinten? Achso, das hat er alles weggemacht, damit wir es nicht sehen. Das sind wohl private Bilder oder irgendwie was. Sollte man auf jeden Fall auch dann machen. Ne, aber finde ich schon eine kleine Gaming-Ecke. Auf jeden Fall sehr gemütlich, das Ganze, ne. Und natürlich, wenn der irgendwann mal Noah... Oh, du willst den Bitz raus, ich hole mal kurz Milch von der Milchstraße. Boah, der war aber flach, Noah. Der war richtig flach, war der. Der war sowas von flach. Ne, Milchstraße, das ist ja die Galaxie, in der wir leben. Eine Galaxie ist ja ein riesengroßer Verbund von Sternen, von Milliarden von Sternen, ne. Und eine Milchstraße, unsere Milchstraße, in der wir sind, können wir ja eigentlich nicht sehen. Weil wir ja mittendrin sind. Und wenn wir irgendwo drin sind, wenn ich wohne jetzt hier in einem Haus, ne. Und das Haus sehe ich ja in diesem Moment nicht von außen. Jetzt so ein bisschen, ne. So ein bisschen Leerkunde jetzt gerade. Und das hier ist jetzt nur so ein Streif von einem Spiralarm der Milchstraße, den man so sieht. Sieht man aber leider kaum in Deutschland, weil zum einen auf der Südhalbkugel sieht man den viel besser. Weil da steht ja die Milchstraße immer deutlich höher. Und hier ist das immer relativ weit unten. Macht nur so einen hier über den Horizont, so einen kleinen Bogen. Und wir haben hier viel zu viel Lichtstoffverschmutzung. Deswegen erkennen wir das kaum. Das erkennst du fast nur auf lange belichteten Fotografien vernünftig. Flacher ist Trumpf, der Segalort. In einem Haus. Einen, weil ich jetzt einen gesagt habe, Adlerauge. Bist du ein kleiner Klugscheißer? Hä, Adlerauge? Planschko ist dabei. Willkommen. Noch ein Motte anwesend. Monty schreibt da. Das freut mich ja, dass du auch noch reingekommen bist. Astronomie, Monty. Ja, ich bin ein absoluter Astronomie-Fan. Ich wollte, ihr könnt, also nicht lachen jetzt. Ich war ganz, ganz kurz davor, mal Astrophysiker zu werden. Ich war wirklich, ich war schon bei der Uni schon vorgestellt, alles und so. Und wollte Physik studieren mit so knapp, knapp über 30. War alles schon fast eingestellt. Und irgendwie habe ich dann den letzten Dreh nicht gekriegt. Weil dann hätte ich ja komplett aus dem Job rausgemustert. Und gut für euch, denn dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann würde ich jetzt sicherlich kein YouTube machen. Dann hätte ich jetzt Harald Lesch einfach abgelöst. Wäre auch nicht schlecht, ne? Ne, das wollte ich wirklich. Das ist genau mein Thema. Sehr sicher, Leute. Trau euch, dass du Yoda und Han Solo in der Wand nicht gesehen hast. Was? Wo? Hä? Jetzt beim letzten hier gerade, oder was? Teil meiner, sie macht sich's auch da, Singalord. Warst du jetzt beim letzten, oder? Oder wann meintest du hier Han Solo und ich sehe nix? Singalord verwirrt mich gerade total. Harald Lesch, bester Mann, definitiv. Harald Lesch ist cool. Der macht das wirklich super. Ich sehe hier keinen. Sehe ich nicht. Der hat hier alles weggemacht auf dem Bild. Bei mir. Ich habe doch extra gefragt, beim letzten hier gerade. Du, du, tut mir leid, Singalord. Du interessierst schon lange nicht mehr. Du bist raus. Du bist raus. So, ich, da das gerade gut geklappt hat, mache ich jetzt nochmal den, den, äh, Zufallsgenerator Acker-Monti. Äh, nicht Acker, sondern Aller-Monti. Und, guck jetzt weg. Und mal gehen jetzt wieder so ein paar Mal rauf und runter mit dem Mausrädchen. Machen wir vielleicht ein bisschen weiter runter auch mal. Und wieder ein bisschen hoch. Und runter. Ein bisschen hoch. Und runter. Jetzt stoppe ich. Hatten wir auch noch nicht. Hatten wir auch noch nicht. Kann man auf jeden Fall auch nehmen. Er hat alles dabei geschrieben. Mehrere Fotos mit Konfigur, also mit Komponenten und so weiter. Das passt sehr, sehr gut. Und der Gewinner ist der Finn. 1, 0, 1, 9, 8, 6, 0, 2. Auch einfach nur Finn genannt. Wo bist du, Finn? Melden. Singalord, sorry, Monty. Ach so, so schnell wird man vergessen. Ja, tut mir leid. Wenn ich ein Tag nicht streamen, dann kennt ihr mich ja auch schon nicht mehr. Nein, ist ja nicht wahr. Aber eine Woche höchstwahrscheinlich. Eine Woche höchstwahrscheinlich. Finn, bitte melden, sonst kommst du nicht dran. Quiz, liebe Segelord. Wie bist du? Sind die ihn vermisst? Bitte melde dich. Oh, Finn meldet sich nicht. Das sieht schon mal schlecht aus. Ich hoffe, die Mods haben den Chat auch schön auf schnell stehen. Und kein Slowchat drin. Segelord, ich verabschiede mich. Bis demnächst. Nicht. Nein. So ist brav. Immer schön dabei bleiben. Du willst ja auch hier schön deine Eins hier präsentieren. Finn. Oder auch auf Twitter. Finn, 1, 0, 1, 9, 8, 6, 0, 2. Wo bist du? Hau raus, sonst kommst du nicht dran. Sonst läuft das Glücksrad gleich nochmal. Der Segelord. Hi, na. Pixeliger Dirk. Die bessere Frage ist, warum hat der VIP? Der muss doch erst donaten. Hat der Segelord vielleicht? Vielleicht hat der Segelord ja donatet. Simon, ich bin Jin. Was? Ich bin Jin. Zeit, mein Setup? Finn, wo bist du? Wir geben dir jetzt noch eine Minute Zeit. Und wenn du dann nicht da bist, dann hast du Pech gehabt. Finn, 1, 0, 1, 9, 8, 6, 0, 2. Das wäre sehr schade. Ah, Mann, Leute. Ihr sollt nichts reinschicken, wenn ihr nicht den Stream über dann dabei bleibt. Das bringt nichts. Okay, vielleicht ist er gerade aufs Klo gegangen, wollte ich sagen. Oder was essen. Vielleicht ist er junger und Mami hat ihn gerade gerufen. Kann ja auch sein. Also, Mottis Glücksrad, Mikrostar Mix. Natürlich, mein Glücksrad. Finn, wo bist du? Blizzard, Blizzard, Finn, endlich. Wieder anzuschieren. Wird auch Zeit. Ich bin zwar nicht Finn, aber Blizzard. Hahaha. Sehr geil. Vielen Dank für die 100 Bits. Ich kann ihn liegen nicht schreiben. Antonis, möchtest du vielleicht alle Posts durchscrollen und deinen Favoriten zeigen? Nö, wir haben ja noch eine Stunde Zeit. Also, das Glücksrad mache ich jetzt so zwei, drei Mal. Das mache ich nicht die ganze Zeit. Keine Sorge. Aber ich finde, das Glücksrad jetzt, der Zufallsgenerator, wie ich ihn mache, ist im Prinzip fair, sodass jeder auch wirklich eine Chance hat, ranzukommen, ohne dass ich jetzt einen Blick drauf werfe. Finde ich von daher ganz gut. So, Finn. Finn ist wohl nicht mehr anwesend. Zumindest nicht in der Liste. Dann hat Finn Pech gehabt. Dann machen wir weiter. Dann, ja. Finn, wenn du hinter den Stream nochmal gucken solltest, dann wirst du höchstwahrscheinlich traurig sein. Aber dabei bleiben ist eine gute Idee. Und so ein bisschen warte ich auch immer. Vielleicht heißt der auch anders. Kann ja sein. Schade, Finn. Armes Finn. So, F5. Auf ein Neues. Auf ein Neues. Jetzt mal ganz, ganz, ganz weit runter gehen. Ganz, 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 ganz weit runter. Und dann gehen wir wieder ein bisschen hoch. Ich gucke besser an der Decke, damit ihr nicht denkt, ich gucke in den Spiegel oder sonst was rein. Ich verarsche euch nicht. Ich sehe wirklich nichts. Rauf und runter und yeah. Jetzt stoppe ich. Hatten wir auch noch nicht. Ist mir vorhin aber schon ins Auge gefallen. Ich glaube, ich glaube, der wäre eh noch dran gekommen. Glaube ich. Hat sich Finn schon gemeldet? Finn kommt jetzt sowieso nicht mehr dran. Monty bekommt wieder nichts mit. Was ist, was ist los, was ist los? Simon ist Finn? Jetzt ehrlich oder was? Willst du mich verarschen? Habt ihr es nur gesagt, dass er Setups zeigt? Was ist jetzt los? Ist Finn jetzt da gewesen oder nicht? Es hat niemand geschrieben. Hier, ich bin Finn. Hat niemand geschrieben. Hat überhaupt keiner geschrieben. Vielleicht ist ja ein Spiegel rum. Nein, es ist nicht. Nein. Aber Mann, Simon, jetzt bringst du ja aber auch alle durcheinander. Schreib sowas nicht. Leute, ehrlich. Ich verstehe viel Spaß, Humor, alles gut. Aber das bringt nichts. Schreibt nicht aus Spaß oder so. Hier bin ich oder sonst was. Lasst das. Das mag ich überhaupt gar nicht. Das ist gar nicht meins. Damit nervt ihr mich echt total. Nur ein komplettes Chaos. Genau, das kommt dann nämlich. Und das will ich möglichst vermeiden. Jetzt ist auf jeden Fall dran. Der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. IES0. Ne, Moment. IESO01. IESO01. Also IESO01 schreibt sich das, ne? Und der Matze hat 10 Euro rausgeballert. Ein Zehner, um die Enthauptung 1770 zu finanzieren. Enthauptung? Nein, für ein besseres Leben, nicht für ein schlechteres. Oder meinst du, das ist ein besseres? So, wo ist denn der IESO? Wo ist er denn? Wo ist er denn? IESO. Jetzt wird es salzig. Bin da. IESO01. Jawohl. So muss das laufen. Ich frage und er meldet sich sofort. Er ist auf jeden Fall da. Du wärst sowieso dran gekommen. Auch ohne den Zufallsgenerator. Weil dich hatte ich vorhin nämlich schon auf dem Schirm. Bin da. So, dann schalte ich mal direkt um. IESO ist da. Als erstes. Ihr seht schon so ein bisschen. Er hat auf jeden Fall grüne Wände. Ich mag es zwar jetzt. Ich bin jetzt zwar kein großer Grün-Fan, aber alles ist besser als weiß. So, I9-7900X. Oh, okay. Der hat auf jeden Fall ein sehr fettes System. X299-System. Flüssigmetall hat er noch draufgehauen. Um den noch so ein bisschen hoch zu jagen auf 4,8 GHz. Weil die, äh, die, äh, äh, achso. Ein Viewer-No-Hosting-Walking-Gorg. Vielen Dank. Ähm, weil, ja, die kann man, X-Prozessoren kann man ja nicht so hoch takten. Und da ist Flüssigmetall immer hilfreich. Oh, X299-Ultra-Gaming. Das war teuer, denke ich mal. G-Scale, Twilight-Zine, Neo 32GB, 3.6. Hast du denn dann auch, ja, werden wir ja gleich sehen, ne? Quad-Channel wird er auch haben. Ich sehe es jetzt schon. So, äh, Sotec RTX 2080T. Fett. Asus GTX 1070. Hä? Hast du zwei Rechner oder was? Oder wofür hast du die 1070 noch drin? Kannst du gerne mal reinschreiben, was die 1070 dann noch soll. Eine 1070T würde ich natürlich verstehen. Die muss jeder drin haben. Aber jetzt noch zusätzlich zu 2080T. Keine Ahnung. Samsung 970 Pro sogar. NVMe 1TB. Crucial MX500. 2TB. 3TB SSD-Speicher hat auch nicht jeder. Schreibt da noch was. ISO sind zwei Grakas wegen sechs Monitoren. Ach so, deswegen. Ja, das Problem ist ja, die meisten Grakas können nur vier oder, ja, ne, vier Monitore meistens nur, ne? Da braucht man dann leider noch eine zusätzlich. Und da haben wir es schon wieder. Unser absolut kultiges Gehäuse. Das Lian Li O11 Dynamic XL. Da ist es wieder. Nesda C-Sonic 1000 Watt. Okay, für zwei Grafikkarten. Trotzdem viel, ne? Selbst für so ein System 1000 Watt ist schon, boah, das knallt schon, ne? Das knallt natürlich schon. Fünf gefällt mir hast du sogar schon. Wunderbar. Ja, ein paar mehr Fotos hätten es sein dürfen, ne? Klar, drei Fotos sind jetzt nicht die Welt. Aber man sieht ja eigentlich alles, ne? Vor allem hat er einmal den PC komplett gemacht. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in groß an. Alter, fett, ne? Wie groß ist denn der Monitor? Wie viel Zoll sind das? Ist das, das sind ja 32, oder? Ist das 40 Zoll sogar? Du bist ja ein kleiner Flugsimulationsfan, wie ich gerade sehe. Sehr schön. Da könntest du dich mit meinem Schwager zusammentun. Der ist auch Flugsimulationsfan. Der ist allerdings eine ganze Ecke dicker. Der hat sich so einen ganzen Sitz dafür gebaut, ne? Der ist metaller und der hat sich extra so einen Sitz dafür gebaut und mit Cockpit, mit einem drum und dran. Der ist völlig, völlig gestört in der Richtung. Und der zockt dann damit auch immer Flugsimulation. Hat sich auch lange meine HTC Vive mal ausgeliehen dafür. Aber hat dann lieber so mehrere Monitore nebeneinander stehen. Das ist schon geil, was du hier hast. Es passen genau mit den Monitoren hier für die Instrumente. Das ist schon sehr, sehr geil. Das Dohme ist hier jetzt natürlich auch wieder den PC so stehen, dass man hier wieder die ganzen Kabel hat. Aber er hat die Kabel natürlich mega, mega, mega sauber verlegt. Ist ein Fernseher, keine Ahnung wie groß. Also er hat die Kabel wirklich super, super sauber verlegt. Also wie gesagt, es geht natürlich auch, wenn man den PC so stehen hat, einigermaßen schön, sagen wir es mal so. Das ist ganz nett. Und ich denke mal, so wie es hier aussieht, geht es hier im Zimmer auch noch weiter. Das heißt, den PC wird man ja von der anderen Seite auch noch von vorne sehen. So. Und hier hat er dann noch die anderen Monitore. Eigentlich würde man jetzt denken, er hat nur einen zweiten PC. Aber nein, das ist alles von einem PC halt gesteuert. Und ich denke mal, ob man jetzt den PC hier dauernd sieht oder ob man da hinten sich bewegt und den da dauernd sieht, das ist dann wieder, glaube ich, wie gesprungen. Okay, das Grün, die grüne Wand ist natürlich schon, wie gesagt, besser als Weiß. Aber Grün ist schon, ist nicht so ganz mein Fall. So, Amerikaner haben das, glaube ich, oft. Amerikaner haben sehr oft, glaube ich, diese Farbe. Wand ist blau. Siehst du? Ja, und das ist halt immer so eine Fotografie-Sache. Oder ist das Türkis? Das sieht so ein bisschen grün-Türkis so aus. Aber wenn es blau ist, dann geht es noch. So blau kann ich auf jeden Fall mitleben. Aber ich ziehe ja beide auch nicht an, glaube ich zumindest, oder? Nee, habe ich eigentlich nicht vor. Und hier mal aus der Nähe das Ganze. Schreib mal eben, welche Flugsimulation das ist. Ich glaube, es ist zu wissen, aber ich komme auch gar nicht auf den Namen. Das würde mich mal interessieren. SLSHD 1512. Ich gehe jetzt mal los. Bis zum nächsten Mal. Dann mache ich es auf jeden Fall gut. Schönen Abend dir noch. Okay, ist echt blau, ne? Bei mir sieht das jetzt sehr türkis-grün aus. Ich habe jetzt meine Monitore aber auch nicht kalibriert. Ich habe extra Kalibrier-Instrumente da, aber auf meinem 4K sieht das genauso aus. Den habe ich mal kalibriert, aber der muss bestimmt wieder nachjustiert werden. Sieht bei mir trotzdem so aus. Weiß ich nicht. X-Plane, oder? Was schreibt er denn? Ist Prepare 3D. Kenne ich gar nicht. Okay. Noch nie was von gehört? Prepare 3D. Ich kenne ja die. So X-Plane kenne ich zwar, ne? Aber kenne ich gar nicht. Mit dem Joystick habe ich früher Rennspiele gespielt. Ja, Rennspiele oder Joysticks allgemein sind ja sehr, sehr selten, ne? Blaufelder eventuell? Nein, natürlich nicht. So ein bisschen kenne ich mich mit der Thematik auch aus, mit der Farbgeschichte und so. Aber bei mir sieht es tatsächlich so türkismäßig aus. So, weiter geht's. So, und wunderbar. Der sieht auch sehr schick aus. Ihr wisst genau, was ich jetzt als... Was werde ich... Schreibt es rein, was werde ich als erstes kritisieren. Komm, schreibt es in den Chat. Was kritisiere ich jetzt hier dran? Schreibt es rein. Komm. Fragen DC1979 werden nicht beantwortet jetzt. Dein Mauscursor? Nein, natürlich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt so viele unterschiedliche Antworten kommen. Die Lüfterfarbe, natürlich Android Max. Die Lüfterfarbe. Ah, diese supergeilen Noctua-Lüfter, die ja wirklich geil sind. Vor allen Dingen, das sind relativ kleine, ne? Sind das 120er oder sind das sogar... Ne, das sind 120er, ne? Aber die sind so esslich, dieses Cappuccino-Braun, das geht gar nicht. Das versaut irgendwie die Optik des PCs, ne? Mittlerweile gibt's die auch in schwarz. Ne, die Schläuche nicht. Ja, mein Gott, Hard-Tubes ist ja auch natürlich preislich eine ganz andere Liga. Deswegen so Soft-Tubes oder so würde ich nie was gegen sagen. Schon allein deswegen, weil ich ja selber keine Custom-Wasserkühlung jemals gebaut habe. Cappuccino-Braun, genau so ist es. Cappuccino. Ne, das mag ich gar nicht. Numani 97, ich hab den Zap rausgehauen. Ich bin nicht sicher, dass, wenn man den PC darauf abstimmt, dass die auch gut aussehen. Ja, aber dann ist der ganze PC Cappuccino-Braun. Also ich hab ja zum Beispiel, ohne Witz jetzt, ne? So hier, in dieser Farbe, Tapete, Wände, find ich geil. Ja, das find ich gut, wenn da wieder Kontrast drin ist, ne? Also hier in dieser hellbeigen Farbe. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber ich weiß nicht, bei Lüftern, die Farbe, ich komm da nicht drauf klar. Ich komm da nicht drauf klar. Aber sonst, schick. Sonst macht das Ding auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Eindruck. Hast du die selbst gebaut, die Wasserkühlung? Das wird mich natürlich wie immer interessieren. Und die hat hier natürlich Quad-Channel-Speicher drin. Was jetzt nicht so ganz passt, ist jetzt, sieht vielleicht aber auch nur so aus, dass die gelb leuchten, sieht bei mir zumindest so aus. Und das hier leuchtet. Leuchten die überhaupt? Ne, das leuchtet alles gar nicht. Die sind einfach nur transparent. Das ist aber, glaube ich, weiß oder blau, denke ich mal. Die leuchten gelb. So farblich. Aber das ist ja mal Geschmacksart. Das kann er ja machen, wie er Lust und Laune hat, ne? Ist nicht meins. Dafür hat er aber hier schöne gelb-schwarze Sleeves. Das passt dann dazu. Ich würde jetzt, wie gesagt, das hier auch noch schön gelb leuchten lassen. Und das hier auch, ne? Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Und eigentlich, wenn es die gäbe, noch gelbe Lüfter von Noctua dazu, ne? Das wäre natürlich nur so das Optimum, würde ich sagen. Hey, ihr habt ja noch irgendwie was geschrieben gerade. Ich sehe ihn nicht, ne? Er schreibt nichts da oben. Leise war mir wichtiger. Ja, ist auch so, ne? Leise ist natürlich auch mega wichtig. Ich bin ja auch ein riesen Silent-Fan. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile, wie gesagt, von Noctua die schwarzen. Aber ich denke mal, du hast den PC ja schon ein bisschen länger. Das ist ja ein i9-7900X. Der ist ja schon zwei, drei Jahre alt, ne? Aber sonst, natürlich auf jeden Fall, gerade von den Komponenten her, sehr, sehr, sehr fettes Teil. Da gibt es nicht allzu viel zu meckern. Und das hier, ne? Da sieht natürlich schon schick aus. Da hat er sich echt Gedanken drum gemacht. Vor allem diese ganze Ecke hier, ne? Immer hier. Hier wird gezockt. Und hier macht er halt so, keine Ahnung, was wir arbeiten da mit dem PC. Das ist schon sehr durchdacht, das Ganze. Und vor allen Dingen sehr ordentlich. Keine Kabel oder Kabel schon, aber kein Kabelgedöns hier, auch im PC nicht groß zu sehen. Oder habe ich da kabelmäßig irgendwas, irgendwas zu beschweren? Nö, eigentlich nicht. Ja, wobei das hier, ne? Okay, den Sleeve würde ich jetzt... Ja, wo, wenn er drunter hergeht, ist es auch nicht viel schöner, ne? Dann, dann, ähm, die Tube liegt dann so ein bisschen schief im PC. Das findet auch nicht so optimal. Ja, bis auf die Noctua-Dinger, schöner PC. Wir gucken weiter, wir gucken weiter. Und jetzt gucke ich mal wieder selber, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal wieder selber. Schrippi, Chatter, Monty, IO oder Luftkühlung und warum? Nein, heute bitte keine technischen Fragen. Wir gucken uns heute nur die Setups an. Ihr könnt ja vielleicht so ein bisschen, okay, ihr könnt technische Fragen stellen, aber ich beantworte die nicht, ne? Hätte ich euch gerade geschrieben, Chatter und das Monty. Okay, also von mir erwartet bitte keinerlei Antworten. Solange der Chatter nicht mehr zugespant wird, könnt ihr das so ein bisschen machen. Pixliger Dirk, das macht die Dinger kultig. Jetzt, Caro, redet ihr von den Lüftern eventuell? Kann das sein? Ist das möglich? Zwar kultig, aber irgendwie passen die braunen irgendwie nie farblich in ihren Eingehäuser rein. Genauso ist es. Ich bin auf jeden Fall Pixliger Dierks Meinung. Wir gucken weiter, wir gucken weiter. Ich muss immer noch von Segalort hier, immer der Hintergrund mit dem Bild, mit meinem Kopf drauf. Ich kann mich kaputt lachen. Ah, muss eigentlich drankommen, ne? Das sieht schon, das sieht schon geil aus, das sieht schon geil aus. Okay, jetzt sehe ich ein paar Probleme, ein paar Kritikpunkte wird es geben. Ich nehme den mal dran, ich nehme den mal dran, das ist cool. Und der Sieger, der jetzige Sieger ist der Stefan, der Stefan Sachser, darf sich jetzt melden. Da kommst du nämlich jetzt auch dran, dann werden wir jetzt sein Setup zeigen. Das ist egal, Leute, ich habe sogar mehrere Fotos gemacht, Monty. Ja, vielen Dank, wie viel Mühe er euch immer so alle gibt. Ja, Sieger, Leute, Quackys Lieblingslüfter, ich weiß, aber der Quacky ist auch die Optik des Innenlebens nicht so wichtig. Mir ja, also für mich muss das schon schön aussehen. Der Stöpsel248, bin hier, Stefan Sachser. Ja, guck, so schnell muss das immer gehen. So mag ich das, dann können wir ja direkt umschalten ins andere Studio hier. Zack, so schnell geht das wie bei mir. Mach jetzt schon zum vierten Mal mit, ja, dann hast du es ja jetzt geschafft. Ne, da steht es auch, Twitch-Name Stöpsel, vielleicht sollte ich immer öfter vorher lesen. Er hat drei 4K-Monitore von LG. Eine PS4 Pro, eine Xbox One, eine Switch, eine PlayStation VR. Der ist gut ausgestattet, der Mann. Asus ROG G20 PC. Okay, du hast einen fertig PC, dann gehe ich mal von aus. E7 6700, GTX 1070. Für die damalige Zeit war das auf jeden Fall vollkommen okay. 16 GB RAM, Clipsch, Surround, Soundsystem mit Sony Receiver über 200 mK. Ja, über 200 mK. Ne, Quatsch, kann nicht sein. 200 mK. Das ist ja völlig krank. Massenange, also massen, massen, massangefertigte Möbel. DXRacer Formula gekauft wegen Monti Video. Ne, kann nicht sein. Nein, ich habe ja gar kein DXRacer Formula, oder? Ne, meine hat so ganz komische Bezeichnungen. Oh, irgendwie was. Apple TV 4, Rocky, halte ich zurück. Maus, interessiert nicht. Tastatur Logitech. Kuscheltiere, die werden wir gleich auch noch sehen. Aber das sieht doch schon mal stimmig aus, ne? Okay, die Kabel, die Kabel, das muss nicht sein. Freund, du hast doch hier noch extra die Schubladenbox. Du kannst die Kabel jedoch alle einmal, okay, du musst dir eventuell ein paar Kabelverlängerungen kaufen, ja. Die Kabel einmal hier mit Clips unterm Schreibtisch her und dann hinter der Schubladenbox runterkommen. Dann siehst du nichts davon. Gar nichts. Du hast dir so viel Mühe gegeben jetzt mit den drei Monitoren, mit dem Setup, mit dem RGB und so. Und die Kabel versauen das Bild so ein kleines bisschen, finde ich. Die versauen das nicht komplett, aber so ein kleines bisschen versauen die schon. Aber das hier sieht cool aus. Ganz ehrlich, das sieht geil aus, ne? Aber überraschenderweise finde ich das jetzt im normalen hellen Sonnenlicht, Tageslicht geiler. Hat was, ne? Jetzt auch, weil man ein bisschen mehr sieht, die weißen Möbel, die weißen Wände natürlich, ne? Alles weiß, kennen wir ja. Und viele Kuscheltiere, auf jeden Fall viele Kuscheltiere. Ich habe gar keine Kuscheltiere mehr, ne? Ne, ich bin nicht mal aus dem Alter raus, ganz ehrlich. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jetzt ein, von mir aus ein 100-Jähriger, wenn der noch Kuscheltiere im Bett hat. Aber irgendwie war ich nie, selbst als Kind, nicht so ein großer Kuscheltierfan. Ich hatte zwar als Kind auch immer so einen Bären, den hat mir meine Oma geschenkt, meine Schwester hat den gleichen Bären. Und, ne, aber das war es auch, ne? Den hatte ich zwar auch immer mit im Bett, aber ich war nie ein Kuscheltierfan. Ich hatte immer nur den Bären, sonst hatte ich es nicht. Ich finde es dunkel besser, schreibt Simon. Jo, ist ja Geschmackssache. Friedhof der Kuscheltiere, ne? Aber das hier oben finde ich richtig schön. Das macht wirklich was her. Da oben noch so eine, so eine Spieleisenbahn. Ich weiß nicht, was das für eine ist, kenne ich mich nicht mit aus. Ja, wie gesagt, die Kabel, haben wir schon drüber geredet, müssen wir ja nicht zigmal drüber reden. Und der Stuhl sieht doch eigentlich genauso aus wie meiner, oder? Ich guck mal eben. Ne, der sieht nicht. Auf jeden Fall, die Füße sind anders. Aber sonst sieht der fast genauso aus wie meiner von der Optik her. Ich glaube aber auch, die Polsterung ist ein bisschen anders als bei mir. Ich will ja, ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen. Sonst stolper ich nachher über die ganzen Kabel hier. Das geht gar nicht. So, jetzt habe ich, äh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wer war denn der Stefan jetzt nochmal? Wie hieß der denn hier nochmal? Stöpsel, ach ne, steht doch da. Mein Gott, Monty! Ja, jetzt werde ich wirklich senieren, ne? Das war jetzt, glaube ich, wirklich das Alter. Das war, glaube ich, wirklich das Alter. Bäm! Stöpsel, 248. Hat der denn jetzt nochmal geschrieben? Da hat er, die Kabel sind hinter den Schrank versteckt. Ja, aber hier siehst du doch noch alles Mögliche an Kabeln. Ne? Also, das kann man, musst du nicht, ne? Wie gesagt, ihr müsst nicht auf Monty hören. Ist ja nur meine Meinung. Ich würde hier noch Clips dran machen und die komplett hinter den Schrank ziehen. Also wirklich auch den letzten Rest hier noch. Das ist möglich. Und die Steckdosen, die könnte man auch hier unten unter den Schreibtisch kleben. Oder, ja, könnte man rein theoretisch hier auch schrauben. Da muss man nur so ein paar Winkel oder irgendwie was noch zukaufen. So, Noah haut einfach mal das Monty-Emoji raus. Warum auch immer. Und der Lego Aerox Hammer. Ne, und, was ja immer mehr untergeht, sind hier so Verstärker. Da gibt's ja mittlerweile gar nicht so viel. Und das hier ist... Ah, jetzt macht's Klick bei mir. Der PC. Der Asus-PC. Da kann ich mich noch dran erinnern an das Ding. War ja eigentlich sehr, 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 sehr schick. Ich glaube, PC-Games-Hardware oder irgendeinen hatten die denn auch mal vorgestellt. Oder, also, da hat Asus, glaube ich, gut Werbung für gemacht für das Ding, meine ich, ne? Ich meine, da hat Asus schon viel Werbung für gemacht. Dann die Playstation 4 natürlich, so. Und die weiße. Ne, ist das so die Xbox, ne? Natürlich ist das die Xbox. Die sieht gerade so komisch aus. Hä, warum sieht die denn so komisch aus? Ich hab's gerade erst... Ich hatte gerade erst, ohne Witz, das wäre eine Wii oder was gewesen. Nein, auf jeden Fall die Xbox. Hier noch ein paar Spiele dabei. Hier noch ganz wichtige Ordner, die wir höchstwahrscheinlich auch nicht sehen dürfen. Und auch gar nicht wollen. Dann gehen wir mal weiter. Hier sehen wir die Ordner auf jeden Fall noch besser. Ich hoffe, da kann man jetzt nichts erkennen, was wichtig ist. Ein Bumerang. Ich hoffe, damit kannst du auch umgehen. Ne, werfen und der muss auch wiederkommen. Jetzt Caro, das ist eine Playstation 5. Ja, das wäre jetzt was. Jetzt stellt euch wirklich mal vor, oder was? So ein ungefaktes Foto, wo jetzt plötzlich wirklich eine Playstation 5 da rumsteht. Das wäre mal eine mega Knaller, ne? Und vor allem, dann würde mein Twitter-Kanal und mein Twitch-Kanal hier, glaube ich, durch die Decke gehen. Ne, mein Twitter-Kanal eigentlich nicht. Weil mein Twitter-Kanal hat damit ja nur indirekt was zu tun, ne? Aber ich glaube, dieser Twitch-Stream würde dann durch die Decke gehen. Das wäre schon interessant. Da noch ein paar seelenlose Batterien hier. Ja, hier hat er noch irgendwie Festplatte, glaube ich, daran angeschlossen. Und schick. Und dann gucken wir mal weiter. Und nochmal alles in der Totalen. Da oben ist das Lego. Weiß ich, ich kenne mich damit nicht aus. Das ist höchstwahrscheinlich Lego, ne? Stöpsel, das ist eine Xbox One S. 2TB Special Edition. 2TB. Heftig. Ja, das reicht, ne? Und die neuen haben nur 1TB. Beziehungsweise die Playstation 5 oder nur 850 oder 825. Japp, ist Lego. Ne, aber hier, so das mit den drei Monitoren. Echt, ich mag das. Das finde ich schon sehr, 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 sehr geil. Und auch gerade LG macht das ja so geil. Ich habe ja auch einen LG-Monitor hier. Ne, unten haben die zwar den fetten Rand, aber hier an den Seiten ist der Rand richtig schön schmal. Und da kann man wirklich so ein schönes Drei-Monitor-Setup mitmachen mit den LG-Monitoren. Es gibt auch andere Marken, die das machen, aber LG mittlerweile macht das, glaube ich, so, ja, bei den etwas besseren Modellen standardmäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, das hat, ne, wir sind noch nicht fertig. Ich wollte gerade schon zum nächsten rüber. Ein Kuscheltier-Fan. Ohne gleichen. Aber sehr heftig. Und ich gehe doch mal davon ausstöpsel, dass du doch ein Junge bist oder ein Mann oder ein Mädchen oder eine Frau. Wenn du willst, darfst du gerne dein Alter und dein Geschlecht dazuschreiben. Wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn nur bei den Kuscheltieren, weil das ist ja meist so eine Mädchen-Frauensache, ne. Ja, Junge, 20 Jahre, ungewöhnlich für einen erwachsenen Jungen, aber ich finde es trotzdem nicht schlimm. Oder ich finde es irgendwie ganz cool sogar. Weil das ist irgendwie ganz geil, ne. Ich finde es ganz geil. Und der Teppich ist schön. So ein blauer Teppich, gar nicht so schlecht, aber hier sieht man auch wieder so Kabel. Aber bin ich ganz ehrlich, das sieht bei mir im Schlafzimmer zum Beispiel auch so aus. Da habe ich die Kabel auch so außerhalb der Leisten liegen. Ist nicht schön, aber ich bin zu faul, das vernünftig zu machen. Und die schönen Lautsprecher noch dabei. Wie viele Kuscheltiere hat der denn? Das weiß ich nicht. Okay, das ist jetzt nicht so mega interessant. Ah, hier, das sieht schon schick aus, ne. Ist schon schön. Der Asus-PC ist wirklich schön. Nur, ähm, schreib mal rein. Ist das Ding nicht ziemlich laut? Ich habe ca. 200 Kuscheltiere. Alter Falter. 200 Kuscheltiere. Ich weiß es nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Nur, ähm, ich denke mal, du hast ja eventuell auch irgendwann mal so einen Damenbesuch oder eine Freundin oder was. Ähm, weil ich kann mir das echt schwierig vorstellen. Wenn ich jetzt, ne. Ich habe ja hier auch Retro-Gedöns, ne. Und alles. Wenn hier eine Frau reinkommt, die ich das erste Mal date oder irgendwie was, ne. Die, äh, die gucken auch ganz schnell wieder weg. Die denken sich auch sofort ihren Teil. Das heißt, ich gehöre ja auch, auch im Prinzip dazu. Bei Kuscheltieren ist das ja das Gleiche. Hier, ich kann mir das vorstellen, dass Frauen jetzt nicht unbedingt, ähm, positiv darauf reagieren. Wenn die jetzt so in das Zimmer kommen und sehen da, äh, eben mal ein paar hundert Kuscheltiere. Stell ich mir so schwierig vor. Ja, das Teil ist sehr laut, wird es jetzt Ende des Jahres. Achso, hier, der Asus-PC ist sehr laut. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass der relativ laut ist. Weil, ne, das ist ja wie bei der Playstation 5 quasi. Die aber höchstwahrscheinlich nicht so laut ist. Aber wo ich ja mich immer frage, wo kommen die Lüfter hin, ne. Und hier, das Ding kannst du gar nicht leise kühlen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ich finde es süß, Willmonsterchen. Das habe ich mir fast gedacht, dass du das süß findest. Und lass mich lügen, ins Karo findet es auch süß. Das finden alle Frauen süß. Aber, das meine ich auch gar nicht. Wenn ich jetzt hier, äh, wie gesagt, ich kenne das ja. Ich bin ja gebranntes Kind wegen meinem Retro-Gedüns. Frauen sind bei mir kein Thema. Hab Absperger Autismus wie Schillen-Cooper. Oh, okay. Ist jetzt schwierig, weil ich, ähm, kenne mich jetzt mit der Krankheit nicht genau. Wobei, ich sehe das jetzt auch nicht als Krankheit direkt an, ne. Autismus, weil, äh, Autismus hat ja nun mal auch viele positive Seiten, würde ich mal so sagen. Aber deswegen, äh, ist es ja trotzdem möglich, zumindest, äh, meines Wissens nach, äh, dass man einen Partner findet oder so, denke ich mal, ne. Aber, ich, äh, ich habe ja nun mal das gleiche Problem quasi. Äh, und ich habe ja halt das Retro-Gedüns. Und ich weiß ja, wie Frauen darauf reagieren. Und das ist meist nicht positiv. Und genauso, und du bist ja sicherlich nicht der einzige Junge oder Mann. Du bist ja ein Mann, der, äh, Kuscheltier-Fan ist. Und, äh, ich stelle mir das interessant vor, wenn man da mal irgendeine Frau da hat oder was, wie die darauf reagieren. Müsste ich mal versuchen. Ich muss mal bei dir vorbeikommen. Ich muss mir mal 100 von den 200 Kuscheltieren aus, äh, leihen. Und, äh, mir die dann mal hier hinsetzen. Und dann mal gucken, dass ich mal irgendwann mal vielleicht wieder, wieder Damenbesuch bekomme. Ist schon ein bisschen was her hier. Hallo Monty, guckst du gleich, äh, mit uns den Ubisoft-Stream? Äh, ich weiß vom Ubisoft-Stream nix. Nein, und mach ich nicht. Ich mach um 9 Uhr Feierabend. Definitiv. Also, ich weiß auch nicht, wann er kommt oder so. Hätte ich es gewusst, hätte ich es vielleicht mit euch gemacht, aber ist jetzt zu spät. Ich stehe auf Retro-Zeugs-Itz-Karo. Das war mir schon fast klar. Die Frau sollte dich so akzeptieren, wie du bist fertig. Ist auch so, ne? Deswegen packe ich die Vitrine auch nicht zu oder irgendwie was. Aber es, äh, kommt, es kommt schon negativ rüber. Das ist so. Aber, ne, gerade wenn hier jemand reinkommt, der mal eine YouTube-Ecke sieht, dann denken die Leute sowieso, was ist das für ein Typ? Was tut der? Was macht der? Weil ich komme ja nicht immer sofort damit raus und sage, ich mache YouTube. So, ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Ne, mega, ehrlich. Finde ich geil. Ich finde das super, super, super geil. Vor allem, weil er das so richtig schön, ne, der hat ja nicht einfach irgendwo da hingeklatscht oder was. Der hat sich ja für jedes Tier hatte, der hat sich auch was dabei gedacht, dass er das da hinpackt, ne? Und jetzt gerade mit dem Bär hier in dem Schaukelstuhl, ich finde es geil. Ich finde es cool. Würde ich mit dem Schlafzimmer höchstwahrscheinlich auch machen. Das ist geil. Oder hier oben. Das fand ich auch sofort im ersten Moment, fand ich das ziemlich cool. Gefällt mir. Gefällt mir super gut. Stöpsel, geile Bude, geiles PC-Setup hier. Über die Kabel müssen wir halt nochmal reden, ne? Aber, und geil, der Kuscheltier-Sammlung auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, Stöpsel. Sehr cool. PS, der PC wird bald ersetzt durch den Eigenbau. Das habe ich mir fast gedacht, weil du ja gerade sagtest, dass der Asus-PC wegkommt, beziehungsweise ein Zweit-PC wird oder sonst was, ne? Sehr schön. So, dann gucken wir mal, wen wir jetzt so als nächstes haben. Beziehungsweise habe ich jetzt eigentlich hier alles von dir auch geliked? Ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. So, ich gucke weiter. Erstmal wieder ein 5. Die neuen sollen ja auch eine Chance kriegen. Und der Jivori hat sich ja da 100 Bits rausgeballert. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Die Bären sind die Altersversorger-Tree-Worker. Ja, vielleicht, ne? Stöpsel, danke für das tolle Feedback. Gerne doch. Und ja, schönen Gruß auf jeden Fall an die ganzen Kuscheltiere, ne? Ich glaube, ich hätte immer Angst, ey. Ich bin ja eigentlich, ich habe im Dunkeln zum Beispiel keine Ahnung. Ich habe eigentlich von nicht viel Angst, muss ich dazu sagen. Ich bin ziemlich hart im Nehmen. Aber ich glaube, wenn ich so viele Kuscheltiere hätte so und es wäre dunkel oder was, ich hätte immer irgendwie, wo nicht, dass die sich nachher bewegen, dass da eins von lebt oder was. Ich glaube, das wäre mir zu viel. Das wäre mir zu viel, dass die hinterher lebendig werden oder was. Manche Kuscheltiere haben sich gefreut. Meine Kuscheltiere, ne, meine. Also, ich dachte, jetzt kommen manche nicht. Uh, der wäre ja traurig gewesen. So, Dead Dragon haben wir hier. Dead Dragon darf sich jetzt gerne melden. Er ist nämlich der Nächste hier. Und der hat erst vor Unglaublichen, das ist noch ganz frisch, ne? Das hat er erst vor einer Viertelstunde hier reingeballert. Na, da ist er auch schon. Er hat die ganze Zeit wahrscheinlich nichts geschrieben. Und zack, ist er da. Der Dead Dragon hat nämlich auch wieder Wasserkühlung. Das sieht zwar alles so ein bisschen chaosmäßig aus im ersten Moment. So, ich schalte jetzt auch mal um. Meine Kuscheltiere, Grüßen zurück, von Chrisley Bear auch. Chrisley Bear ist auch ein Kuscheltier-Verrückter, höchstwahrscheinlich. Da haben wir den Dead Dragon. Er hat ein Quad-Core, hat er sogar noch. Intel Xeon E3-1230 V3. Ja, der kommt so langsam an seine Grenzen, würde ich mal so sagen. Gigabyte-Aus, GeForce, GTX 1080 Ti. Puh. Ja, der geht noch, ne? Der Xeon geht noch. Der war ja damals Kult. Der hat sich, glaube ich, echt sehr, 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 sehr gut verkauft. Weil der wirklich super günstig war. Der war ja auf jeden Fall günstiger als die Intel-Mainstream-Dinger. So. Aber egal. Wie gesagt, ich glaube, als nächstes würde ich die CPU aufrüsten. Und der hat die, oh, der hat die Extreme Edition sogar, FG, Water Force, die ist teuer. Die hat richtig Aufpreis gekostet. Die war richtig, richtig teuer. So. Gigabyte, G1, Sniper M5, Samsung, SSD 840 Evo, 250 Gigabyte, zweimal Crucial, MX 500, ein Terabyte, zweimal Sega Desktop, normal, also SSHD, zwei Terabyte, ich dachte schon. Be quiet, Sweat Power, E9, 600 Watt, Asus ROG, Swift, Swift, mhm, PG279Q, Asus VE, ich weiß teilweise gar nicht, was ist es, was ist das hier? Keine Ahnung. Asus VE 228, keine Ahnung. So, hier geht es weiter. Alphacool, Nexus, Cool, Answer, ich kenne das alle nicht. Also Alphacool kenne ich ja, aber das hier sagt mir gar nichts. Fantex, damit kenne ich mich natürlich nicht aus. N2, Primo, Logitech, interessiert uns jetzt nicht, Razor Kraken, Tournament, hat er hier noch was? Was ist das? Also das ist eine Wand oder irgendwie was? Das werden wir gleich höchstwahrscheinlich noch sehen, ne? Was das ist. So, jetzt machen wir das Ganze mal in Gross. In Riesen-Gross. Das Gehäuse, weil's, hat er das dabei geschrieben, das Gehäuse? Ne, das Gehäuse. Also das ist bestimmt das hier, ne? Ist das das Gehäuse, kann das sein? The Dragon, hat er noch was geschrieben hier? Facts in Patiko, kann ich mein Setup noch einsinnen? Kannst du. Ob's rankommt, weiß ich nicht. Einsinnen kannst du noch. The Dragon, Gehäuse, Piantix. Weil das Gehäuse hier, ah mein Gott, da steht's doch. Mann, Monty, also wirklich. Aber wer lesen kann, der ist echt im Vorteil hier. Alles sehr klein, Mini-ITX auf jeden Fall. Vor allem, das sieht man ja mega, mega selten, ne? So, so ein Mini-Mainboard und dann das Ganze noch wassergekühlt. Oder ist das, ist das normales ATX und sieht nur so aus, aus der Perspektive. Ich bin gerade am gucken. Schreib mal rein. Ah, das sind meine Monitore, okay. Okay, aber jetzt gibt's ja Mini-ATX-Boards, die du nutzen kannst für den Xeon. Mini-ATX, hab ich tatsächlich richtig geguckt, ne? Mein Gott, ich bin zwar alt, aber meine Augen funktionieren noch super, obwohl ich immer so nah dran gehen muss. Die funktionieren noch super. Hat auf jeden Fall hier eine schöne Custom-Wasserkühlung. Okay, mit grün jetzt ist jetzt überhaupt, ja, gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja noch mehr Bilder. So, jetzt ist das Ganze aus der Nähe. Was sind das für Lüfter, der hat jetzt auch nicht dabei geschrieben. Wie gesagt, ich bin jetzt zwiespältig. Ich finde das jetzt optisch nicht so mega geil, ne? Weil hier ist natürlich zu viel Luft. Die Kabellage hängt hier natürlich noch so ein bisschen rum, das finde ich nicht so schön. Die Farbe gefällt mir nicht, würde ich natürlich logischerweise orange machen. Wir gucken erstmal weiter. Hier haben wir hier Ketchup-Senf-Kabel, die würde ich auch ändern. Das ist nicht ganz so schön. Aber das Problem ist natürlich jetzt auch das Gehäuse, glaube ich, ne? Was kann man hier groß machen? Das Gehäuse ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Schuld an der Kabel-Problematik, sage ich es mal so. Blizzix-Board sehe ich da doch, ne? Hat er auch nicht dabei geschrieben, glaube ich, den Speicher. Ne, hat er auch vergessen. Die Grafikkarte ist natürlich schon ein Burner, ne? Das geht natürlich... Boah, ey, schon drei Tassen Tee sind hier weg. Sieht aus wie bei Hempels und unserem Sofa. Ja, nicht so mega ordentlich, ne? Also da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Vor allen Dingen, wenn man schon eine Wasserkühlung da drin hat, ne? So mit Tubes und so weiter. Dann würde ich halt den Rest auch noch ein bisschen schöner machen. Denke ich mal. Oder was sagst du dazu? Dead Dragon. Dead Dragon. Das ist jetzt sehr unschön fotografiert. Das hätte ich jetzt... Ja, hier sieht es noch ganz gut aus, ne? Hier hat er jetzt mit Blitzlicht, glaube ich, fotografiert. Dann siehst du... Das sieht sofort so dreckig aus. Okay, ein bisschen Schmutz haben wir hier, ne? Aber so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Obwohl, ja, hier hat er noch ein bisschen Staub, ne? Hier könnte man nochmal drüber putzen, denke ich mal. Nicht schön fotografiert, das Ganze. So, aber wir sind dann noch gar nicht fertig. So, das hier sieht jetzt, glaube ich, einen Tacken geiler aus. Hätte man auch... Ja, ohne... Du hast immer einen Blitz an, ne? Wird noch verschönert, wenn CPU und Mainboard reinkommt. Wenn CPU und Mainboard reinkommt. CPU und Mainboard sind da drin. Also sehe ich zumindest. Das Ganze, ne? Hier sind aber Fingerabdrücke, die Hände ist weg. Wir müssen unbedingt ohne Blitz fotografieren. Also Blitz ist immer schlecht. Also ich weiß nicht, womit du jetzt fotografiert hast. Mit dem Handy oder mit einer Kamera. Falls du die Möglichkeit hast, den Blitz auszustellen und die Blende irgendwie einzustellen. Und die ISO... Mach besser die ISO hoch. Dann rauscht es zwar eventuell ein bisschen. Aber mach den Blitz aus. Blitz ist immer kacke. Blitz ist ein richtiger, guter Fotograf. Fotografiert ganz, ganz, ganz selten mit Blitz. Ist so. Und ich bin kein Fotografen-Spitzi. Uh, Daniel Zitpogen. Bisschen spät. Aber er ist auf jeden Fall noch da. Solche Fotos gehen gar nicht. Die sind nur noch Staub, freut. Sie macht sich, ne? Ja, ist schon. Aber das Gehäuse ist jetzt hier aus dieser Perspektive gar nicht so schlecht, ne? Nur vom Innenaufbau ist das Gehäuse, glaube ich, ein bisschen unglücklich gewählt. Hier ist das gut. Nur die Kabel stören hier trotzdem, ne? Ja, das sieht zum Beispiel ganz nett aus, muss ich sagen. Ne, mit dieser Seiten-RGB-Leiste oder was? Das geht schon. Und ich hoffe, jetzt kommt gleich auch noch was vom Schreibtisch. Ja, das wollte ich sehen. Das sieht auf jeden Fall tacken nett aus. Was zockt er da gerade? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oder ist das ein Hintergrundbild oder so? Aber auf jeden Fall guckt er hier gerade Monty-Stream. Ist das jetzt von heute gewesen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Wann hat er es denn eingeschickt? Ne, das ist der Stream von heute gewesen. Das hat er vorhin erst gemacht, ne? Das hat er vorhin erst gemacht. Und einen knallgrünen Kopfhörer. Mega. Die Farbe zum Beispiel finde ich schon wieder sehr geil. Warframe zockt er da. Habe ich auch mal kurz gezockt, aber jetzt nicht so lange, dass ich das jetzt sofort wieder erkennen würde. Schon zu lange her. Geile Maus. Logitech hat er sogar dabei geschrieben. Logitech G502. Ich habe die Logitech G500. Ich bin noch nicht ganz so modern ausgestattet hier. Freud, sie macht sich. Es hat schon seine Gründe Staub, warum du keine Fotos von mir hast. Freud, sie macht sich. Nein, gerade dann, vor allem wenn du weißt, ne? Also wenn du dir bewusst bist, dass dein Setup wirklich, ich sage jetzt einfach mal so kacke aussieht und du kein Problem damit hast, dann sende das rein, will ich sehen. Also kack Setups will ich gerne sehen. Das hier ist ja nicht kacke. Das ist ein bisschen schmutzig. So der PC könnte innen sicherlich noch einen Tag schöner gemacht werden. Aber das ist ja in Ordnung. Das hier ist ja auf jeden Fall in Ordnung. Zwar kleiner Schreibtisch, ein bisschen beengt das Ganze. Aber da gibt es ja eigentlich nichts zu schimpfen, außer, ist das jetzt eine weiße Wand oder eine gelbe Wand? Oder eine beige Wand vielleicht, ne? Aber hier hat er zumindest an der Wand noch so ein bisschen Kontrast, ne? Dann lasse ich das auf jeden Fall nochmal durchgehen. Dead Dragon, vielen, vielen Dank für das Setup. Wir gucken uns das nächste an. Wir haben ja noch, ja, 20 Minuten Zeit, ne? Aber heute mache ich pünktlich Feierabend, auf jeden Fall. Also kein Zusatz wegen irgendwie 100 Euro Donations oder sonst was. Keine Chance. Nein, 100 Euro Donations ist okay, aber es gibt trotzdem keine Minuten, ähm, 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 keine fünf oder zehn Minuten längeren Stream. Mir fehlte gerade wieder ein Wort. Extreme Funky. Also wenn meins nicht vom Covermanagement das Schlimmste ist von allen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, Extreme Funky. Dann musst du reinschicken. Aber vielleicht hast du es ja sogar gemacht. Muss es nur hin, Monty? Okay, da hat er es schon geschrieben. Aber ich suche das jetzt nicht speziell, ne? Also brauchst du jetzt keine Hoffnung machen. So, wir drücken mal wieder E5. So, was ist denn da noch so alles reingekommen? Ne, der Dead Dragon war eigentlich der vorletzte sogar. Also jetzt zum Schluss kamen jetzt auch nicht mehr viele Setups rein. Ist ja auch nicht schlimm. Was ist das denn hier? Ne, Leute, wenn ihr Setups schickt, dann, äh, wie gesagt, bitte auch ein bisschen ein paar Totalen, ne, von eurem ganzen Setup, dass man auch mal alles auf einmal sieht, nicht nur so Großaufnahmen oder Nahaufnahmen oder was, die nehme ich sowieso nicht dran. Derjenige, den ich meine, der weiß sicherlich schon, wen ich meine. Das ist geil. Ist auch schön. Ist auch schön. Weiße, wenn, äh, überall weiße Wände, weiße Wände, äh, noch mehr. Das ist schön. Boah. Hm. Wen guckt der Monty jetzt gerade wo an? Ich nehme das mal mit rein. Wisst ihr warum? Weil ich eure Meinung mal dazu hören will. Deswegen nehme ich jetzt mal, jetzt geht es los, hier in den Prunks oder auf Twitter heißt ja auch Schniefelus rein. Du darfst dich jetzt aber melden. Du bist jetzt nämlich dran. Und wenn du dich nicht meldest, bist du nicht dran. Ich bin voll, bis zum nächsten Stream mit System abchecken, streichen, alle ihre weißen Wände farbig. Das hoffe ich doch mal. Setz me, Prunks, 17 ist das hier auf jeden Fall. Die heißt da Prunks und die heißt da auch Prunks, ne? Also er ist bei beiden, man schreibt sich zwar ganz anders, aber er ist auf jeden Fall Prunks. Er hat ja noch mehr Fotos sogar. Oh, er hat reichlich Fotos. Das können wir uns auf jeden Fall angucken. Oh, der hat 3950X im System. Das finde ich sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich schalte jetzt um. Da ist er, da ist er, da ist er. Er hat drin im System, bevor wir uns Fotos angucken. Einen 3950X, genauso wie ich. Plan geschliffen. Oh, der hat sich richtig Mühe gegeben. Und das Zielbracket von der Bauer. Sowas Nobeles habe ich natürlich nicht. MSI Prestige X570 Creation. Kenne ich gar nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Nicht mal vom Namen her kenne ich das Mainboard. Corsair Vengeance, 16 GB, 3800 MHz, 1, 1, 1. Das hier ist wichtig, ne? Für alle, die sich mit Ryzen ein bisschen auskennen. Radiant 7 Flüssigmetall. Okay, Radiant 7 hatten wir noch gar nicht, ne? In meinen Setup-Streams, oder? Kann ich mich nicht daran erinnern. Custom Loop, Only, IKWB, Noctua, Frickle Design, Define Air 6, Logitech G, Soundbleister und so weiter. Monitor, MSI 27 Zoll. Boah, MSI-Monitore hört man immer öfter, ne? Und hier, komm, das nehmen wir mal sofort als erstes dran. Kann man besser machen, kann man aber auch viel, viel schlechter machen, ne? Auf jeden Fall ist das besser als viele andere Lösungen, die wir heute gesehen haben. Weil genau das ist ja das, was ich will. Hier einmal so unter den Schreibtisch ballern. Auch die Steckdosenleisten kann man machen. Die Kabel hier könnte man jetzt natürlich noch so ein bisschen, ne? Mit Kabelbindern ein bisschen schöner machen. Aber trotzdem einmal hier alles rüberziehen. Und dann hier so hinter dem PC oder sonst wo. Was da so für ein Schrank oder was ist da mal runterziehen. Ist jetzt zwar, wenn man jetzt das auf dem Foto sieht, nicht mega schön. Aber wie gesagt, eigentlich in Ordnung. So, bäm. Und hier haben wir schon mal seinen PC. So, und deswegen habe ich ihn genommen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Schreibt es mal rein. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle ein bisschen kritikfähig. Weil mir tut es manchmal leid, wenn ich so ein bisschen schimpfen muss. Aber wer was reinschickt, muss kritikfähig sein. Weil ich sage hier nicht immer, oh, ist das schön, ist das toll. Sondern wenn es mir nicht gefällt, sage ich das auch. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich kann es echt nicht sagen. Es macht natürlich was her. Aber das ist so brutal bunt. Schreibt es mal rein. Schöne Tischplatte. Nein, ich will, wie es mir in den PC findet. Schön bunt, Caro. Okay. Ist mit zu viel Farbe. Freude 87, ist mit mir auch Disco, Nachtclub, zu viel. Villa Kunterbund, gefällt mir. Ja, ist echt unterschiedlich, ne? Zu viel Farbe geht. Unendliche Farbe, Kirmes, ist ein bisschen Ecstasy-Style. Genau, Timeline hat es, der hat es richtig gemacht. Ecstasy-Style ist das, ne? Als ob du so ein bisschen auf dem Trip bist. Wobei ich im Leben noch nicht auf dem Trip war. Ich habe noch nie Drogen genommen. Glaubt ihr mir nicht, ist aber so. Ist mir zu bunt, Reberbahn. Ich sage nur, bunt, ich hasse Soft-Tubes. Ja, natürlich sind H-Tubes geiler. Natürlich sind H-Tubes geiler, aber H-Tubes sind natürlich auch teurer. Eine Menge mehr Aufwand und so, ne? GTA 5 Triple-Lokal. Ihr seid verrückt, was ihr so schreibt. Zu bunt. Okay, die meisten sagen auch zu bunt, ne? Ist auch meiner Meinung eigentlich. Also, das ist mir zu viel. Also, einheitliche Farbe, ne? Wie gesagt, das ist ja jetzt, hat ja nichts mit dem eigentlichen PC zu tun. Sondern auch mehr mit den Einstellungen. Aber mir ist das echt, ja, glaube ich, auch zu bunt. Das ist zu viel irgendwie. So, aber hier oben sieht alles auf jeden Fall viel, 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 viel schöner aus. Hey, wer hätte es gedacht? Weiße Wände ohne Ende. Und das war jetzt ein Reim und der war nicht gewollt. Das ist wirklich eher Poesie-Monties wieder dabei. Weiße Wände ohne Ende. Das kann nur ich. Das kann nur ich. Sehr schönes Bild übrigens von Overwatch. Das ist sehr stimmig. Das passt da super rein. Natürlich auch zur PC-Front. Also, Overwatch, ne? So, vom Style her hat er schon was. Obwohl ich es noch nie gespielt habe. Chrom-Tubes sind die besten. Chrom geht gar nicht. Chrom ist ganz fürchterlich. Egal, ob am Auto, im PC oder sonst wo. Hauptsache die FPS-Stimmen. Und also auf jeden Fall ein sehr ordentlicher Mensch, der Prunks. Ne? Hier auch wieder diese geilen Figuren. Finde ich gut. Und hier jetzt, ne? Sieht der PC auf jeden Fall ein bisschen besser aus, als auf dem Foto von vorhin. Trotzdem ist das schon... Aber wie gesagt, das sind ja zwei Klicks. Oder einmal ins Bios gehen. Oder wie auch das immer eingestellt hat. Macht man ja ganz schnell alles grün oder blau oder rot hier im PC. Dann sieht das auf jeden Fall deutlich stimmiger aus. Oder du hast RGB alles hier angestellt, angestellt, dass er dauernd die Farbe wechselt. Und das war jetzt ein unglücklicher Moment, wo du vielleicht das Foto gemacht hast. Aber hier hinten auch. Hier hat er noch mal Dosen. Leere Dosen. Vielleicht sind die auch voll. Wäre vielleicht noch besser gesammelt. Ich hasse jetzt zwar Energy Drinks wie die Pest, aber es macht trotzdem was her. So ein schwarzer Schrank mit den Dosen da drin. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Hat er in der Bronx jetzt eigentlich noch was geschrieben? Das ist viel wichtiger. Bronx. Ist meine erste Custom Loop. Ja, ich habe noch nicht mal eine gebaut. Ich muss auf eine mit Softubes schon neidisch sein. Ja, natürlich. Hardtubes sind geiler. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde, ich glaube, mit Softubes könnte man erst mal anfangen, um erst mal zu lernen, ne? Und dann später auf Hardtubes umsteigen oder so. Und die Dinger sind natürlich hier schon ziemlich cool, ne? Die Figürchen. Hat was, hat was, hat was. Ja, es wird Zeit, den Stream zu enden. Jetzt wäre ich schon müde. Jetzt muss ich hier schon lauthals kehren hier. Unglaublich. Ne. Was ist das denn hier unten? Ja, willst du mich denn ver... Du hast ja jetzt nicht zwei Radiant... Ne, drei Radiant 7 hast du. Das heißt... Oder sind das nur die Kühler? Oder sind das die kompletten Karten? Das musst du jetzt umentschreiben. Wie viele Radiant 7 Karten hast du denn? Oder sind das Attrappen? Was ist das? Ich hab zwei. Und du hast doch noch einen im PC. Wer hat denn zwei Radiant 7? Hä? Wieso macht man das? Ne, das ist... Weil das hier ist eine Radiant 7? Achso, ja, okay, logisch. Ja, okay, jetzt hat's auch bei mir Klick gemacht, ne? Das ist natürlich nur, ähm, der Kühler. Das ist logischerweise nur der Kühler. Ja, die andere liegt hier rum. Und das ist... Einmal ist der Kühler und einmal ist das die Karte. Aber schon krass, wieso hat man zwei Radiant 7? Äh, im Crossfire gehen die? Radiant 7 weiß ich gar nicht. Gehen die im Crossfire? IT-Rate hat auch, äh, DE hat auch zwei, okay. Die hat das Türstopper, so kann man's machen. Jetzt, Caro, warum eine kaufen, wenn es für einen doppelten Preis zwei gibt? Genau so ist es. Genau so ist es. Bei mir liegt auch eine Vega 64 rum. Ja, aber zwei Radiant 7, das ist schon ungewöhnlich, ne? Bei Crossfire, genau, Crossfire geht nämlich gar nicht. Dann ist der Sinn dahinter nicht unbedingt, ja, äh, gegeben. Ja, so, laut Cracky geht Crossfire, okay. Farb-Raptor, alles klar. Und wieder, ja, Mann, das ist so geil, das ist so schön. Er hat einmal, aber das sind nicht beides die gleichen, ne? Das ist eine, äh, ja, eine AMD höchstwahrscheinlich. Und das ist eine von Sapphire, glaube ich zumindest. Sieht jetzt zumindest so aus. Ey, aber die Packung von dem Mainboard ist geil, ne? Die sieht schön aus. Die mal, ne, die würde ich mir auch gerne einstellen. Und die, die hat, so eine hatte ich ja auch schon mal von, von MSI. Die Verpackung finde ich auch mal sehr schön. Ich hatte ja mal eine 89 Ti von MSI. Und MSI, für alle, die MSI nicht sagen. Wie alt bist du, Bronx? 17, Kreis? Wieso, wieso, wieso soll er jetzt ausgerechnet 17 sein? Bronx, also kannst du gerne, wenn du willst, dein Alter da reinschreiben. Und die hat auch noch einen Ryzen 5 oder auch noch mal eben so hier in petto hier, so, falls mein Rechner kaputt geht. Ne, ernste Frage. Monty ist 18. Der Bronx ist 20, schon wieder ein 20-Jähriger. Wo ist der Ryzen 5 denn verbaut, würde mich mal interessieren. Oder ist das jetzt nur eine Verpackung? Würde mich hier sehr, sehr interessieren. So, das war's mit den Fotos, ne. Aber mir gefällt das, besonders hier so. Wenn ich Ordnung sehe, ich stehe einfach auf Ordnung, dann, das triggert mich ja schon positiv, ne. Das finde ich schon cool. Und hier der Overwatch-Ding. Ey, ohne Witz, ohne dass ich Overwatch zucke, das Ding hätte ich auch gerne. Das ist geil, ne. Weiß ich nicht, ist das jetzt eine Lampe oder einfach nur ein leuchtendes Zeichen, wie auch immer man das jetzt nennt. Also, ähm, den Ryzen 5 hat er vor meinem 3950X drin, hat jetzt aber meinen Bruder. Okay, dann viele Grüße an den Bruder und viel Spaß auf jeden Fall mit dem 3950X. Bäm! Vielen Dank für den kunterbunten PC, der, äh, die Meinung so ein bisschen spaltet hier im Chat, würde ich mal so sagen, ne. Also, ja, äh, hier, ich geh nochmal zurück. Hier sieht er ganz gut aus. Auf dem einen Foto fand ich den jetzt nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Ich hab nur ne Vega 56 Strix Blue Canary. Wieso nur? Die ist doch noch voll, voll in Ordnung. Kann man doch machen. Eben, ihr wisst mal live, warum nur. Die ist doch noch in Ordnung. Ich würde die, also, ich würde jetzt keine mehr kaufen. Äh, es gibt ja auch gar keine mehr zu kaufen. Aber trotzdem, äh, ist die Karte doch in Ordnung. Vega ist doch geil. Vega ist kultig, ne. Muss man sagen. Vega ist absolut kultig. So, dann gucken wir, also, ein, ne, ein kriegen wir noch hin, ne. Einen machen wir noch, dann, dann muss ich mir noch kurz die traurigen Smilies von euch angucken, weil ich Feierabend mache. Und, dann mach ich hier auch Feierabend. Aber einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch. Falk Sympathico, deine Kabel gehen gar nicht. Komm, jetzt kannst du, komm, Falk Sympathico, einfach nur so. Weil du so einen netten Kerl bist und weil du immer dabei bist und so lustig bist. Äh, einmal ganz, ganz kurz für fünf Sekunden, jetzt blende ich Falk Sympathicos Kabel Lagi an. Bam, da ist sie. Meine Fresse. Und ich mache auch noch ein Herzchen dran, bin ich verrückt. Was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Das wird bei mir niemals, niemals, nie so aussehen. Nicht mal einen direkten Anschließen. Das wird sofort verschwinden. So, das war's schon mit Falk Sympathico. Mehr, mehr, mehr Screen Time kriegst du nicht. Aber immerhin, ne, immerhin. Ich hab nur deine Kabel gesehen, du hast zwar noch mehr gepostet, aber mehr kriegst du jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Nächstes Mal vielleicht. Jetzt ist er bestimmt traurig, ne? Bist du jetzt traurig, Falk Sympathico? Ich hoffe nicht. Aber vielleicht kommst du ja gleich noch dran. Dein Setup ist ja ganz nett, aber das ist jetzt, ich will mal gucken, ob ich noch irgendwie was anderes, besonderes finde. Andy Let's Go ist ja auch da. Hab ich gar nicht gesehen. Willkommen. Willkommen. So, finden wir da jetzt so zum Abschluss noch irgendwas ganz besonders... Hab ich überhaupt F5 gemacht? Moment, ich geh nochmal neu... Ne, doch, ich hab die Suche sogar neu gestartet. Falk Sympathico, ich seh die Kabel ja noch nicht. Doch, bin jetzt traurig. Nein, bist du nicht. Du bist nicht traurig. Bist du nicht. Wer wird der Letzte sein? Oh, gefunden. Gefunden. Wir haben den Letzten gefunden. Ich befürchte zwar, dass er auch weiße Wände hat, aber warum der weiße Wände hat, das ist auf jeden Fall klar. Und er wird sogar gezeigt hier. Er zeigt sich höchstpersönlich. Aber du musst wissen, du hast es ja selber geschickt. Jetzt ist dran und er ahnt es eventuell sogar schon der Entonist. Entonist, wo bist du? Her mit dir. Streaming Gaming Setup, Men's Cave. Entonist, komm, hau raus. Da ist er ja schon. Wenn du Entonist Setup siehst, hast du was Besonderes. Ja, hast du das jetzt vorher geschrieben oder gleichzeitig oder was? Ne, das ist jetzt Zufall oder was? Das ist jetzt aber wirklich Zufall. Ich hab was jetzt Besonderes gesucht und Entonist hat sofort geschrieben. Wenn du was... Wie geil ist das denn? Die Umfrage ist rum. Ja, Umfrage gucken wir dann gleich eben noch kurz. Kurz davor. Ne, das war jetzt Zufall. Ich hab nicht in den Chat geguckt gerade. Das war jetzt der blanke, blanke Zufall. Sehr schön. So, wie machen wir es jetzt, dass wir die Leute so ein bisschen überraschen können erstmal? Wir gucken jetzt erstmal nur dein PC an. Ja, genau. Ich glaube, so ist das ganz gut. Dann gucken wir erstmal nur das hier an. Seinen PC. Das sieht ja auch schon mal ganz schön aus. Leider mit Glas fotografiert. Da spiegelt sich natürlich alles und man erkennt nicht so viel. Aber es sieht mir in einer N60 Kraken und die hat er natürlich auch aus, ne? Machen wir sofort Herzchen dran. Schon wieder der dritte i7-8700K heute. Was ist denn hier los? Normal haben wir hier 10 Ryzen 5 3600er oder so. Dann haben wir 32 GB bei Trident Z. Zweimal M2, zwei Terabyte. Oh, ne. Du hast zwei M2, also zweimal Samsung 960 Evo da drin. Zwei Terabyte. Alter Schwede. Das kostet ein bisschen, ne? Die Dinger, da ist ein bisschen Geld losgeworden. 750 Watt Be Quiet Corsair Crystal Gehäuse. Was übrigens sehr schick ist, muss ich sagen. Dann Bildschirme vergessen. 49 Zoller, den sehen wir gleich noch. Also das ist wirklich nice. Mit so viel SSD-Speicher, 4 Terabyte, da geht schon einiges, ne? Und jetzt... Sehen wir ihn höchstpersönlich, den guten Mann. Jetzt kann ich es natürlich nicht größer machen. Ich glaube, ne, geht nicht. Das bringt jetzt nichts. Aber wir sehen das gleich noch ein bisschen besser. Wie er davor sitzt, ne? Schon alleine so, so richtig so, so denkend, ne? So, heute... Was machen wir heute? Heute wollen wir die Welt erobern, nach dem Motto. Aber was... Jetzt mal im Ernst. Was machst du da gerade? Schreib's mal rein. Du hast hier... Ich kann nicht erkennen, was hier auf dem Monitor abgeht. Überhaupt keine Ahnung, weil du willst ja so ein Setup irgendwie... Das hat ja einen Grund mit den drei Monitoren übereinander, denke ich mal. Das hat ja auf jeden Fall irgendeinen... Genau, like a boss-timeliner, ne? So richtig so, ich bin jeder Boss. Ich hab das Sagen. Genau. So viel Monitore. Ne, ich kontrollier jetzt gerade meine ganze Firma. Jetzt müsst ihr hier überall so die ganzen Webcams von hunderten Leuten oder so haben, ne? Dann wird das so passen, wenn er da so sitzt. Das wär schon ganz geil. Livestream über OBS. Er streamt auch auf jeden Fall. Aber das ist doch... Ist das OBS? Ja, also hier, Antonis, wenn du Bock hast, kannst du auch ruhig deinen Kanal posten. Kannst du machen, wenn Noah den nicht wieder löscht oder was, dann kannst du es auf jeden Fall machen. Ne, wer Livestreamer ist oder was, darf das ja ruhig gerne reinschreiben, wenn er hier in den Setup rankommt. Und er hat dann die Ehre und darf es hier bei uns posten. Das ist Streamlabs. Achso, Streamlabs OBS. Okay, das hab ich ja... Ich nutze zwar Streamlabs, aber nur über die Seite. Ich hab das OBS nicht. Das war mir ein bisschen zu chaotisch. Okay, dann gehen wir mal zurück. Da sehen wir das Ganze nämlich noch ein bisschen anders. Schon nice, ne? Ist schon nice. Was mir jetzt noch so ein bisschen... Ne, sein PC kommt hier gleich noch so ein bisschen, aber so richtig eine totale vom PC hast du, glaube ich, nicht. Guckst du gleich den Ubisoft-Stream? Nein, hab ich doch schon gesagt. Also auf Twitch heißt er einfach Antonis. Könnt ihr ja mal reingucken. Vielleicht macht er ganz netze Streams. Und dann könnt ihr ihm ja mal folgen. Ne, aber ich find das einfach geil. Jetzt mit der LED-Beleuchtung, das hat er super cool gemacht. Ne, und du hast ja weiße Wände, denke ich mal, Antonis, ne? Die werden weiß sein und hier macht natürlich dann... Hier machen weiße Wände wirklich Sinn. Hier macht es wirklich Sinn. Das sieht wirklich schnieker aus. Auch so richtig schön. Es ist zwar sehr kühl, ne? Und, ähm... Ja, ähm... Steril. Ja, ist schon das richtige Wort, aber die RGB-Beleuchtung macht das alles wieder so ein bisschen weg. Schickes Hinterhalb, Andy, let's go. Genau. Und dann mit den drei Monitoren drüber. Also ich glaube, für mich wäre das ein bisschen zu anstrengend, immer so nach oben zu gucken mit dem großen Monitor. Aber das ist ja nun mal immer, äh... Das muss ja jeder selber wissen. Optisch find ich das aber schon sehr geil. Und das Bild hier, das hat mich dazu gebracht, das überhaupt jetzt auszuwählen. Weil das sieht einfach nur geil aus. Das sieht aus wie... In der Einheit so ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film, ne? Oder? Gerade mit dem schönen Hintergrundbild dann noch dabei, mit der Skyline und dann die RGB-Beleuchtung, drei Monitore. Das ist schon cool. Mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Ich würde ja jetzt gerne wissen, was unter dem Schreibtisch hier ist. Das kann man auch nicht sehen. Das ist voll doof. Kann man auch nicht sehen. So, hier haben wir aber auf jeden Fall noch ein paar mehr Fotos. Einmal ein bisschen von der Kabellage. Oh. Hast du hier eine Gipswand oder was ist das? Wie hast du das denn gemacht? Hat er die Kabel auf jeden Fall irgendwie durch die Wand gezogen? Ich verabschiede mich bei euch. Benni XTC. Danke, Herr Smotty, für den Stream und danke für die Setups. Schönen Abend euch noch. Schön, dass du da warst. Dir auch noch einen schönen Abend. Wenn du nimmst nicht eine Strippe, schreibt er. So, hier sieht man den PC nochmal. Leute, nochmal ein Hinweis von mir. Bitte unbedingt die Glasfronten abnehmen. Der PC kann auch so schön sein. Das sieht scheiße aus, wenn man das fotografiert, weil sich alles spiegelt. Und hier ist der beste Beweis. Ein Kabelkanal unter Putz verlegt sogar. Nicht mal Gipswand, sondern unter Putz das Ganze. Auch nicht schlecht. In der Mietwohnung ist so eine Sache natürlich immer relativ schwierig. Und hier sieht man, glaube ich, noch, so ein ganz bisschen, sieht man hier noch ein ganz hübsches Mädchen, was höchstwahrscheinlich dann eine Freude in ist. Gehe ich mal von aus. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt auch hier in den Stream rein wollte. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Leute, passt unbedingt auf, wenn ihr irgendwelche privaten Fotos oder irgendwas im Hintergrund habt, wenn das nicht mit rein soll. Weil wenn es jetzt einmal in den Stream ist, ist es zu spät. Das kann ich jetzt nicht wieder rausnehmen. Das geht nicht. Intro-Apfel, ist morgen jetzt ein Playstation-Event? Nö, ich glaube nicht. Also wenn doch, dann streame ich morgen Abend. Genau, gut im Prinzip, dass du es sagst. Wenn morgen ein Playstation-Event ist, also morgen Abend. Sie ist im Stream neben mir. Okay, dann auf jeden Fall schöne Grüße. Sie guckt uns hier auch gerade quasi so ein bisschen zu. Morgen ist eventuell ein Playstation-Event. Keiner weiß wann und wie und wo und warum. Wenn es morgen Abend ist, also immer nach 17 Uhr oder so, dann streame ich morgen das Event. Aber das ist nicht sicher. So, also der PC. Hier hat er meine Traum-Wasser-Kühlung, die N6T. Strix-Mainboard, das hatten wir ja schon alles. Und die Grafikkarte natürlich auch von Asus. Hattest du jetzt eigentlich alles? Nee, hast du nicht dabei geschrieben, ne? Welche Marke oder was? Nee, hattest du nicht. Die sieht cool aus, ne? Jetzt weiß ich nicht, welche das genau ist. Eine A-R-O-G auf jeden Fall. Und hier hat er natürlich auch die ganze RGB-Kirmes wieder so ein bisschen angepasst. Nur, ja, das hier würde ich jetzt, ne? Auch alles anpassen. Weil wenn du sowieso schon... Seht ihr, drei Stunden sind rum. Ich werde heißer. Wenn du sowieso schon alles in dieser Optik hier hast, in dieser Farbe, dann würde ich das im PC auch noch machen. Obwohl, hier sieht das Blaue sogar noch einigermaßen geil aus. Aber hier, genau, hier war es. Hier, äh, okay, hier sind die Farben noch anders. Hier passt mir das jetzt nicht so gut rein. Er hat noch was geschrieben. Also, A-R-O-G Strix Intonist, okay. Und dann hat er noch ein Foto. Ah, so, er ist auch noch ein PlayStation-Fan. Ein PlayStation 4 hat er auch noch da stehen mit ein paar Kontrollern. Und dahin natürlich noch das Wunderbare hier. Das sind ja, viele wissen es gar nicht, was das hier ist, ne? Das sind ja ganz normal die PlayStation-Button. Ne? Die sind ja mega bekannt, viele sehen das. Und mir ging es auch mal so. Ich kenne dieses Teil, oder diese Optik. Gibt es ja auch in anderen Konfigurationen oder sonst was. Und mir ist nie direkt klar gewesen, dass das was mit der PlayStation zu tun hat, interessanterweise. Und irgendwann hat es mal ein Pling gemacht. Moment, das sind doch die PlayStation-Button. Ich trottel. So, das war es aber, ne? Mehr Fotos hat er nicht. Aber das reicht ja auch schon. Das ist ja wirklich sehr geil. Aber hier sehe ich gerade, äh... Was sind das denn für Strippen hier? Das stört natürlich den Gesamteindruck ein wenig. Das stört den Gesamteindruck ein klein wenig, ne? Schau mal, war alles Philips-Duhu-LEDs. Der legendäre Aha-Moment in Let's Go. Genau so war es, ne? Habe ich nie gerafft irgendwie. Aber ich finde das schon optisch ganz geil, diese Dinger. Ja, was sind das für Strippen? Was ist das? Da willst du oder hast du noch was vor, oder nicht? Die sind ja unter Putz gelegt, hast du ja selber gesagt. Kann alles per Sprache über Alexa... Achso, das sind Mikrofone. Oder was? Ich habe keine Ahnung. Alexa kenne ich überhaupt nicht, ne? Ich weiß zwar, wie das Ding aussieht. Aber diese Strippen hier, die finde ich jetzt nicht so schön. Das ist jetzt das, was ich jetzt rechts und links kommende beleucht... Achso, okay. Hat mit Alexa jetzt gar nichts zu tun. Rechts und links kommen noch beleuchtete Deko hin. Alles klar. Ja, dann kannst du mir das ja nochmal reinschicken. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das dann später nochmal aussieht, wenn es dann komplett fertig ist. Ne, sehr geil. Also gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Vom PC hätte ich jetzt gerne so ein paar bessere Fotos jetzt ohne die Glasscheibe gesehen. Aber, naja, macht ja so schon einiges her, würde ich mal so sagen. Und die drei Stunden sind schon überfällig, überrum, wollte ich gerade sagen. Kehr, 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 das geht ja gar nicht. Ne, Reibeputz, Reibeputz. Ja, okay, wenn man jetzt Eigenhalme oder so hat, ne, da kann man sowas auf jeden Fall immer machen. In der Mietwohnung ist das natürlich immer schwer, mitunter Putzverlegung und so weiter. Da haut man am besten einfach eine Gipsplatte davor. Dann hat man natürlich ein bisschen, ne, engt den Raum ein bisschen ein und da kann man alles schön hinter der Gipsplatte verlegen. Das ist auch eine schöne Möglichkeit mit der Kabellage. Ja, Leute. Monty's neues Streaming-Setup, Daniel Z. Wie, was meinst du? Was mit meinem Streaming-Setup? Mein Setup kennt ihr doch alle. Ist doch weltbekannt mittlerweile. Aber mit der 1970 wirst du ein bisschen Probleme bekommen bei der Auflösung. Ja, okay, das weiß er sicherlich. Da gehe ich mal von aus, dass ihm das auf jeden Fall bewusst ist. Vor allem bei drei Monitoren, hohe Auflösung. Aber je nachdem, wie er halt spielt. Mit dem breiten Monitor, ja. Aber, Entonis, ja, die kommt an ihre Grenzen. Er schreibt das sogar noch dabei. Genau, die Umfrage. Ich hätte sie jetzt wirklich vergessen. Ich bin ganz ehrlich. Wenn ihr es nicht noch geschrieben hättet. Abstimmung. Ich habe ja aber immer noch die alte Abstimmung, oder? Ne, doch nicht. Da stand zwar gerade noch die alte da. Und welche Umfrage war es? Hard-Tubes oder Soft-Tubes? Wenn Monty ein Evacuum baut. Die Umfrage ist schon überflüssig, oder? Die ist schon ein bisschen überflüssig. Wenn man jetzt die Wahl hat. Und es kann. Und das Geld dafür hat. Dann nimmt man eigentlich immer Hard-Tubes. Hard-Tubes sind halt für Anfänger, glaube ich, besser gedacht. Und halt kostengünstiger. Denke ich zumindest mal. Also das Hard-Tubes jetzt mit 67% vorne ist. Überraschend nicht riesig. Aber machen heute aber wenig bei der Umfrage mit. 33, 12 und 4. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Soft-Tubes 24% und keine Ahnung. Immer wieder 8%. Das sind 4 gigantische Leute, die dabei sind. Falk hat sie vorgeschlagen. Falk, Falk, Falk. Ist doch klar, dass Hard-Tubes kommen. Ist doch klar. Sie können die Frage jetzt stellen. Wer ist der geilste YouTuber und Streamer auf diesem Planeten? Wer wird wohl gewinnen? Natürlich Monte. Ist doch klar. Nicht Monty. Sondern Monte. Ist doch klar, ne? Nein, ist er nicht. Ich bin natürlich ich, sag ich jetzt mal, ganz großkotzig. So ihr Lieben, ich muss jetzt los. Danke Monty. Mikro, Stamex. Schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Wahrscheinlich viele haben Handy über Twitch-App. Twitch-App, kann man nicht die Umfragen mitmachen? Kann das sein? Ich hab sie verpasst, schreibt er, freut. Aber ich find Hard-Tubes sind eher was für Erfahrene. Genau. Soft-Tubes sind viel einfacher zu verarbeiten. Sag ich ja. Soft-Tubes für Anfänger. Hard-Tubes für Profis. Was mit Quickie? Apropos Quickie, genau. Ist Quickie denn online? Wollen wir den mal wieder ein bisschen so upgrade'n oder so? Ich hab ja letztes Mal versprochen, dass wir Quickie raiden. Nicht Monty. Lieblings Monty, Achterbart-Fanatiker. Lieblings Monty. Quickie ist leider nicht online. Schade, sonst hätten wir den mal eben besuchen können, würde ich sagen. Aber nee, leider nicht. Rocket Beans sind online. Nee, die rate ich auf keinen Fall. Die rate ich auf keinen Fall. Und nö, dann wird heute auch keiner geradet. Dann lassen wir das einfach mal. Doch, come on, Handy-Umfrage geht. Hab ich auch gemacht. Okay, Handy, let's go. Das geht dann wohl schon. Ach ja, Quickie ist ja im Urlaub, hab ich ganz vergessen. Quickie macht ja Urlaub in der Südsee oder irgendwo. Nein. Quickie macht, ich weiß nicht, wo der Urlaub macht. Hat er nicht gesagt, ob er wegfährt. Der will das wohl für sich behalten. Also am TV kommen, keine Umfragen. Hab hier nur einen Knopf. Das ist schade, Mewin. Das ist sehr schade. Äh, ja, jetzt braucht er auch keine Umfrage mehr vorschlagen. Der Stream ist jetzt zu Ende, Leute. Es ist vorbei. Raider Monte. Soll ich mal Monte? Also wenn ich einen raide, ganz ehrlich, ne? Ich verlange ja, ich verlange nicht, dass ich zurückgeradet werde. Überhaupt nicht. Aber ein Danke so, so ein Danke würde ich schon gerne hören. Und wenn ich Monte raide mit 100 Leuten oder was, ne? Da kommt kein Danke. Das nimmt er gar nicht wahr. Bei dem sind so viele, gehen immer so viele Infos auf und alles. Das kriegt er doch alle gar nicht mit. Äh, Monty, wann gibt's nächste Setup-Runde? Äh, ja, ich denke mal in zwei Wochen oder so, ne? Machen wir nicht jede Woche. Das wird dann zu häufig. Aber in zwei Wochen oder so. Je nachdem, wie ich Bock hab. Aber ich denke schon. Also, zum Abschluss. Es kann sein, dass eventuell morgen ein Stream kommt. Morgen Abend, falls das Playstation-Event zeitlich passend fällt. Falls überhaupt eins kommt. Das wissen wir alle gar nicht, ne? Und ansonsten sehen wir uns am Dienstagabend wieder. Und dann am Donnerstag und dann am Sonntag, ne? Machen wir es mal so. Ich hoffe, der Stream hat euch einigermaßen gefallen. Auch wenn eure Setups nicht dabei waren. Real Monsterchen. Dann, Monty, warte. Groß geschrieben. Was ist denn los? Ich warte jetzt noch auf Real Monsterchen. Wehe, es ist nicht wichtig. Wehe, es ist nicht mega wichtig. Redemonte, lass testen. Nein. Wie, noch eine Umfrage? Oh, Leute. Ich hab's ja schon offen. Welcher ist der geilste YouTuber der Welt? Monty, 93%. Monty, 7%. 30 Leute haben in der Geschwindigkeit noch mitgemacht. Wird der Monty gesagt? Das geht ja gar nicht. Ist ja verratet, ist das ja quasi. Nein. Ist natürlich vollkommen in Ordnung. Frag zum Party, lass uns Monty raiden. Nur aus Spaß die 5 Minuten, Monty. Nein. Ich raide den jetzt. Ich hab den nicht mal in der Liste. Ich hab den nicht mal in der Liste. Ich weiß gar nicht, ob der gerade online. ist oder was. Keine Ahnung. Klar, wie war ein entspannter Stream, ne? Vielen Dank für die Donations. Doch, Donations gab es ein paar. Natürlich. Donations für die vielen Subs. Es gab ja heute sogar einige Subs, ne? Und natürlich überhaupt, dass ihr dabei wart. Spätestens bis Dienstag um, ich würde mal so sagen, 17, 18, 19 Uhr. Jemand um die Uhrzeit, ne? Jetzt kommt Stay4 auch noch mit einem Sub raus. Vielen Dank für den letzten Sub des Abends. Und ich sage immer, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und bis dann. Tschüss.